Es ist mir eine Freude, euch hier zu erblicken. Ja, in der Tat. Ich sag schon wieder, in der Tat. Aber mir fällt auch nichts ein. In der Tat ist halt so, oh mein Gott, ich bin wach. Nicht wirklich wahr. Das ist ja so krass. Oh mein Gott, ich bin. Ist Lisa da? Ist Lisa noch bei sich zu Hause? Guten. Ist da jemand aus dieses Haus rausgekommen? Oh Gott, ich glaub, das ist mein falsches Mikrofon ist noch eingestellt. Ist da gerade jemand aus dem Haus rausgekommen, Chat? Hallo, hallo? So, jetzt geht's. Hallo, hallo Lese, bist du zu Hause? Oh, Rana. Oh, du bist schon wach? Wie schön. Heute von der frühen Sorte? In der Tat. Ich habe wahrlich gut geschlafen. Wie geht es dir, liebe Rana? Mir geht es gut. Als ich dich gestern verließ, lagst du auf dem Boden? Ja, ich weiß, es tut mir so leid, dass du das ertragen musstest. Gib mir eine Sekunde, ich muss noch etwas in mich gehen, fürchte ich. Was ist denn hier los? Oh, Dragonia. Oh, hallo. Wo kann ich denn? Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Lese. Ich habe ganz hauberhaft geschlafen. Du hast so wundervolle Gästebetten. Nicht wahr? Das sind die Patientenbetten. Ich hoffe, die Blutflecken haben dich nicht gestört. Kann es sein, dass ich... Ich habe mir das ohne Flecken ausgesucht, ja. Hattet ihr heute Nacht Besuch, ihr zwei? Nein, nur Dragonia. Dragonia war da. Dragonia war da. Nun, ich dachte, ich hätte jemanden weglaufen sehen. Ja, es tut mir wahrlich leid, dass ihr das gestern mit ansehen musstet, aber tatsächlich passiert mir das des Öfteren. Ich fürchte, ihr habt mich ja sogar so kennengelernt. Ich fürchte, diese magische Stadt hat meine Kräfte. Wie soll ich sagen? Maximiert, sodass ich des Öfteren, ja, mit der Geisterwelt kommunizieren kann, aber das so viel ist, dass ich direkt einschlafe und in den Träumen mit ihnen kommuniziere. Es ist nicht weiter schlimm und auch nicht weiter tragisch. Ich denke, falls das nochmal passieren sollte, könnt ihr ganz beruhigt eures Wegs gehen und ich denke, ich werde euch wiederfinden. Ich sehe euch dann schon. Immerhin bist du ja die Seherin, die Schwane schon. In der Tat, in der Tat. Ja, durchaus, durchaus. In die Belize. Rana, es gibt auch von hier Furchtbares zu berichten. Ist dem so. Also meine Güte. Gestern, als ich hier ankam, haben Unheulte ihre Flaschen in meinen Tümpel gesteckt. Hm. Das ist ja fürchterlich. Und, und... Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich verlange, ich verlange... Buße. Ich verlange Gerechtigkeit der Geisterwelt. Nun, ich dachte mir schon, dass irgendetwas passiert sein muss. Gestern, als ich nun ja wieder aufwachte und nach Hause lief, begegnete ich ein paar Bauern und... Da läuft ein Hirsch. Da läuft ein Hirsch. Der Herr des Waldes kommt euch besuchen. Und möglicherweise möchte er euren Sumpf wieder... Hallo. Komm her. Ähm, nun ja. Oh, was für ein wunderschönes Tier. Er geht zu meinem Zeich. Er geht zu meinem Sumpf. Ähm, okay. Nun, ich denke, der Herr des Waldes möchte ihn vielleicht segnen. Nachdem er entweiht wurde. Wie freundlich. Alles hat mich wohl. Wir haben gestern noch einige Flaschen daraus geboren. Wirklich? Ja. Gestern haben einfach und heute ihre Flaschen hier hineingesteckt. Ich habe alles aufgesammelt. Ich glaube, der Herr des Waldes möchte ihn wieder weinen. Nachdem er so entweiht worden ist zum gestrigen Abend. Ich möchte auch weinen. Oh, Herr des Waldes. So schrecklich war das. Ist es dir möglich, meinen Tümpel wieder zu reinigen? Von all dem Schlimmen, was geschehen ist. Oh, der Herr des Waldes. Wie freundlich. Oh, hab Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, liebe Lese. Wie wundervoll. Ich hatte schon Sorge. Dass die magischen Kräfte des Tümpels nun verwirkt wären, weil ich es nicht schaffte, auf ihn zu achten. Wie schön zu sehen, dass es noch ein gutes Ende genommen hat. Und dass die Natur euch so zu Hilfe eilt. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Nun möchte ich den Morgen mit einem Bad hier beginnen. Der Herr des Waldes ist verschwunden. Oh, nun. Wie aufregend. Was für eine aufregende Sache so früh am Morgen. Ich bin noch kaum richtig wach. Und schon hat der Herr des Waldes mich besucht. Wie schön. Nun. Ihr zwei, ich wollte sowieso in einer Angelegenheit noch mit euch sprechen. Lise, du erinnerst dich? Du hast doch gestern das frisch verheiratete Ehepaar zu mir gebracht. Und die beiden baten mich um Hilfe, weil sie fürchteten, dass ihre Liebe unter einem schlechten Stern stünde. Du erinnerst dich? Ey, wenn ich jetzt hin... Ich erinnere mich. Und, ähm, nun ja, die zwei baten mich um ihre Hilfe und ich fürchte, ein Geist, ähm, wie soll ich sagen, plagt die beiden. Ich denke, dass sie zu ihrer Hochzeit ein falsches Kleid trug und deswegen, wie soll ich sagen, ein gewisser Schneidergeist, möglicherweise ein Mottengeist, die beiden heimsucht. Ich versprach ihnen beiden. Ich glaube, ich bin so ungeschickt, um mich hinzusetzen. Nun, stehen hat noch niemandem geschadet, liebe Drakonia. Ja, das stimmt. Ähm, manchmal muss man die richtige Stelle erwischen. In der Tat. Ich sitze etwas abseits, aber ich rede einfach ein bisschen lauter. Hört ihr mich? Ja, kannst du mich auch verstehen? Du bist ein bisschen leise. Nun, ich stehe einfach auf. Ähm, nun ja, ich wollte euch beiden um Hilfe bitten bei dieser Geisteraustreibung. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, gewisse Kräuter und, ja, nun Weihräucherungen helfen könnten bei der Geisteraustreibung. Oh, ja. Für Bekia tue ich doch alles. Das dachte ich mir. Wie kommst du emotional damit zurecht? Nun, nachdem du mir gesagt hast, dass meine große Liebe der Mond ist, geht es mir viel besser. Nun, das sagte eure Schwester. Ich sagte euch, eure große Liebe sei friedhofsblond. Gut. Die Interpretation kam von Dragonia. So wie der Mond. Aber der Mond... Ja, meine Interpretationen sind immer. Das ist die Sonne. Ja, ähm, in der Tat. Aber den Mond zu lieben, darin sehe ich nichts Verwerfliches. Der nachts schläft? Die Sonne ist der Mond, der nachts schläft? Ich verrate euch ein Geheimnis, ihr beiden. Denn der Mond ist tatsächlich eigentlich weiblich und es müsste die Mond heißen. Oh nein. Wahrlich? Wahrlich. Nun, auch damit hätte ich kein Problem. Allerdings fürchte ich, dass eine solche Information sollte man dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Durchaus. Sie könnten damit nicht wirklich gut umgehen. Ich fürchte auch. Verständlich. Nun, so möchtest du den heutigen Tage damit verbringen, Beccia zu retten vor dem Mottogeist? In der Tat. Ich, ähm, sagte ihnen zu, wir treffen uns um, zur 19. Stunde am Marktplatz. Ich muss nämlich zugeben, ich weiß nicht, wo die beiden wohnen und dann konnten, ja, habe ich die Gelegenheit ergriffen, sie konnten mich zu ihnen bringen. Ich weiß auch nicht, wo sie wohnen. Wir wurden noch nie eingeladen, obwohl sie meine Schwiegermutter ist. Kannst du dir das ausstecken, liebe Lise? Nun, ich wurde noch nie eingeladen, da ich sie letztes Jahr heiraten wollte, nehme ich an. Aber ich helfe sehr gerne. Und du warst doch bei der Hochzeit zugegen. Bin auch draußen. Ja, ich konnte es mir nicht ansehen. Das verstehe ich, liebe Lise. Es tut mir so leid, dass du das erleben bist. Dort hinten sind die Unholde. Hä? Die Unholde? Wo? Dort, im Gebüsch? Im Gebüsch? Ja, da hängen sie wieder raus. Heraus mit euch. Was treibet ihr euch im Busch herum? Wir sind nicht mehr in einem Busch, wir stehen hinter einem Busch. Nun, ihr seid zwischen zwei Büschen und ihr steht in der Tat auch in einem Busch. Naja, wir haben... Ist da etwas im Busch? Ja, eine Kruschnuss ist hier längst gekullert. Und ja, dieser Herr hat mir geholfen, diese zu suchen. Habt ihr sie wiedergefunden? Hörst du das? Du bist gesucht, liebe Lise. Nein, nein, ich hab sie noch nicht gefunden. Sie wurde von einer Schwalbe gebracht. Und habt ihr was von Privatsphäre gehört? Privatsphäre im Busch einer anderen Person? Wie im Busch einander, aber seit wann gehört ein Busch eine Person? Nun, dieser... Das ist das Grundstück meiner Schwester. In der Tat. Der Busch? Das wusste ich nicht. Mein Pferd hat nur hier hingeschossen. Dies ist mein Busch. Das tut mir wirklich leid. So wie letztens in dem Tümpel. Das ist unser Nachbar. Der hat nicht so mit Privatsphäre im erscheint. Und dies ist mein Busch. Was meint die Dragonia? Naja. Ihr seid doch mein Nachbar. Und ich muss erwähnen, dass ihr es ja wohl nicht so mit der Privatsphäre anderer Leute habt. Ich hab mich doch entschuldigt. Das war ein Missverständnis. Nun, vielleicht könnte eine gewisse Vergütung das Problem aus der Welt schaffen. Dieses Missverständnis. Eine Entschädigung sei wohl das Minderste. Ich kann ihn... Was wollt ihr? Was habt ihr? Er hat einen Köttel in der Hose. Ich geb ihm 10 Münzen. Liebe Lese, reichen 10 Münzen, um den Tümpelgeist zu beruhigen, obwohl das Pferd gerade in seinen Busch geschissen hat? Hier noch weitere 10 Münzen. Nun. Fürs Erste soll es genügen. Habt Dank. Und dann werde ich jetzt weiter reiten. Schönen Tag. Ihr... Gebt gut auf euch an. Ich denke, ihr sollt in die andere Richtung reiten, aber nun, denn... Und ihnen wünsche ich auch noch einen wunderschönen Tag. Ebenso, ebenso. Er freut sie. Ja. Oder auch nicht. Jetzt muss ich aber los. Die liebe Hasel macht es sicherlich schon Sorgen. Wohl wahr. Gibt es noch etwas Dringliches zu besprechen, ihr Lieben? Nun, zur 19. Stunde am Marktplatz. Was meinst du? Hasel. Und du? Was gibt es da zu klären? Es ist doch alles in Ordnung. Ich denke, in der Ehe ist es doch üblich, dass es nicht mehr alles so rund läuft. Geht es um die Huhngeschichte? Ja, in der Groni, ja. Ähm, nein, es ist einfach nur... Naja, wenn man verheiratet ist, gibt es hier und da eben Missverständnisse oder Reibungen oder so. Ich würde das gar nicht so sehr auf die Goldwaage legen, liebe Lise. Nun kenne ich mich mit Minnedingen nicht so gut aus. Dennoch solltet ihr darüber ein wenig schnacken und ein wenig reden und dann wird das Ganze schon besser. Ich muss erwähnen, dass ich heute auf jeden Fall noch nach einem geeigneten Ort für ein Picknick suchen werde. Denn ihr müsst wissen, morgen ist unser Hochzeitstag und da würde ich sie sehr gerne ausführen. Also, wenn euch den Tag über ein spannender Ort einfällt, dann gebt mir sehr gerne Bescheid. Ich werde wahrscheinlich ein wenig auf die Suche gehen müssen. Das werden wir. Werde ich. Ich kann nicht für Rana sprechen. Verstehe. Dann sehen wir uns ja ohnehin später zur siebten Stunde für eine Geisteraustreiber. In der Tat. Das war alles so aufreifend. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet und so tatkräftig unterstützt, wahrlich. Euch als Freundinnen zu haben, ist eine Freude. Ach, ebenfalls, ebenfalls. Restalat wäre schon sehr trostlos ohne euch. Vielen lieben Dank für solche liebe Worte. In diesem Sinne. Ich würde noch einen Schluck vom Tümpel nehmen und das geheiligte Wasser genießen. Nun, ich würde mich auch einen ganz kleinen Moment zu euch in den Tümpel gesellen und kurz in mich gehen. Rana, ihr seid in meinem Tümpel immer willkommen. Ich danke euch. Bis später. Eine Meditation im Tümpel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Jemand, der das heiligst kundig ist, irgendwo ein Heiler, eine Heilerin, hallo? Nun, ich denke, jemand ruft nach euch, liebe Lise. Nach mir? In der Tat. Eine Heilerin wird verlangt. Ich weiß nicht, ob ich diesem Dorf nach gestern noch irgendetwas gönne. Nun, das kann ich wohl durchaus verstehen. Wäre der Herr des Waldes nicht gewesen, wäre dieser Tümpel nun nichts als dreckiges Wasser. Ihr habt recht. Ich bin so froh, etwas so Wundervolles so früh am Morgen miterleben zu dürfen. Wohl wahr, wohl wahr. Eine große, große Ehre. Dass der Herr des Waldes in eurem Tümpel verweilte und ihn wieder weite. Ein Wunder, ein Wunder, der Geister. Nun, Rana, hast du schon gefrühstückt? Oh, ähm, tatsächlich noch nicht. Ich denke auch, ich habe sehr großen Hunger. Gebt mir noch eine Sekunde. Ich muss mir nicht kurz das aufschreiben, Chad, über noch eine Weissagung. Äh. So. Ich könnte eure Heilkunst brauchen. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Bruder Geil. Ihr erinnert euch sicherlich. Ich erinnere mich. Hoffe ich doch an dich. Natürlich. Ihr wart immer gütig zu mir. Was kann ich für euch tun? Okay. Alles aufgeschrieben. Ich wurde vorgestern in der späten Nacht angegriffen. Astibald von Flatterberg hat mit einem großen Breitschwert auf mich eingeschlagen. Ich konnte knapp mit dem Leben davon kommen. Einfach so mitten in der Nacht? Wie bitte? Habt ihr das der Wache gemeldet? Gerade eben. Ich habe den ganzen gestrigen Tag geschlafen. So erledigt war ich. Ich habe auch, glaube ich, sehr viel Blut verloren. Das ist nicht gut alles. Ich habe auch noch Schmerzen. Die linke Schulter, der linke Arm und gleich die Brust tun mir noch weh. Ich glaube aber, das Herz wurde verfehlt. Es war schrecklich. Auch wenn ich Träume hatte, die mir einiges klarer im Leben gemacht haben. Es tut noch immer sehr weh. Träume? Wovon träumtet ihr? Kommt mit mir in meinen Tümpel. Oh, davon werde ich im Schloss berichten, falls ich stark genug bin. Heute wurde geladen zum Thema Liebe. Und der heilige Longsheng hat mir wohl eine Offenbarung geschenkt. Kommt mit in meinen Tümpel. Dort werde ich euch heilen. Vielen Dank. Oh je, diese Stufen. Ein Moment. Ich helfe euch. Hier hinauf. Setzt euch, setzt euch. Ihr seid doch die Seherin, richtig? Das, ähm, das kommt drauf an. Wer fragt, fürchte ich. Vielen Dank. Ich frage. Wer ist ich? So. Sir Yoshi. Von den Stadtwachen. Man sieht doch an meiner Uniform. Das sollte euch nun besser gehen, Bruder Gaius. Nun, was begehrt ihr? Lasst uns ein Stück zur Seite treten. Sehr gerne. Wie kann ich euch helfen? Habt ihr Opa Ablasius getötet? Wen habe ich getötet? Er ist doch so ein guter Mann gewesen. Wie kommt ihr darauf, dass ich jemanden töten könnte? Aber er hat mir erzählt, dass ihr vorher gesehen habt, dass er am Mitte des Tages stirbt. Und er ist am Mitte des Tages in der Woche gestorben. Nun, ich fürchte, da hat euer Freund euch belogen. Ich habe nie eine solche Weissagung getätigt. Ich finde es äußerst gefährlich, eine solche Voraussage zu machen. Nachher werde ich noch des Mordes beschuldigt, genau wie ihr es gerade tut. Ich fürchte, da will mir jemand etwas anhängen. Habt ihr Zeugen, dass ihr dies nicht gesagt habt? Nun ja, kann man Zeugen haben für etwas, das man nicht gesagt hat? Ständig geht das? Nein, nein, noch nicht. Ich bin aufbeweist. 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 Habt ihr Beweist dafür, dass... Na gut, dieses ist plausibel. Okay, das freut mich sehr, dass euer Stein so ein weiser Stein ist. Quasi ein Einstein ist. Ja, es ist ein Stein, der Stein alt ist. Ich merke es schon. Sehr bemerkenswert. Er hat relativ viele Theorien. Relativ viele Theorien. Wo habt ihr ihn gefunden? Äh, das war letztes Jahr auf der Burg. Auf der Burg? Und er fiel euch so in die Hände? Ja, ich glaube, er war Teil der Burgmauer. Oh. Ja, mehr oder weniger auf den Kopf. Und ihr konntet schon immer mit Steinen sprechen oder nur mit einen Stein? Nur mit diesem Stein. Ah, spannend, spannend. Die anderen sprechen nicht so viel. Nicht so viel? Sprich, ihr sprecht auch mit anderen Steinen, auch wenn nicht so viel. Ja, Steinisch ist eine sehr interessante Sprache. Oh, wie spannend, wie aufregend. Ich vermag leider nicht, mit Steinen zu sprechen. Was erzählen sie euch so? Na gut. Steini gibt mir immer gute Tipps und sagt mir immer, wo ich hingehen sollte, um vielleicht einen neuen Fall zu lösen. Oder er sagt mir, wo ich den Alkohol hinschutten muss, um ein Haus anzuzünden. Oder er sagt mir... Bitte, was, ähm, was sagtet ihr gerade? Sagtet ihr gerade, er gab euch einen Tipp, ein Haus anzuzünden? Nein, nein, nein. Das mit dem Haus anzünden, sagte die Schneiderin. Steini hat mir nur gesagt, wo ich den Alkohol dafür hinschütten muss. Die Schneiderin sagte euch, ihr sollt ein Haus anzünden? Was? Nein. Steini, jetzt halt dich doch mal da raus. Was sagt euer Stein? Steini sagt mir immer, ich soll nicht so viel reden. Oh, ich finde eure Worte durchaus interessant. Siehst du, Steini, sie findet das interessant. Nun, ich wünschte, ich könnte euren Stein auch hören, aber warum sagte euch die Schneiderin, ihr solltet ein Haus anzünden? Weil dort der Holzwurm drin ist und damit der Holzwurm nicht auf die anderen Häuser überspringt. Ein Holzwurm und ihr habt das überprüft, nehme ich an, bevor ihr ein... Ich wollte es überprüfen, aber der Holzmetz war nicht mehr da. Und so habt ihr ohne weitere Überprüfung... Ihr solltet sehen, was aus dem Haus geworden ist. Ich bin ein wenig irritiert. Traut ihr der Schneiderin? Sie war sehr nett. Sie hat uns sehr viel Geld gegeben und Klamotten. Geld gab sie euch dafür, damit ihr in einem fremden Haus einen Hauswurm beseitigt. Nun... Ja, ihr Liebster, ihr neuer Ehemann wohnt dort. Ist dem so. Fukibert. Fukibert. Wie auch immer er heißen möchte. Das ist ein offizieller Nachname. Mhm. Das hat der König so entschieden. Ich war dabei. Was genau hat der König entschieden? Dass er Fukibert mit Nachnamen wie auch immer er heißen möchte, heißen muss. Ach so. Nun, ich verstehe. Ich verstehe. Und, ähm, ihr habt den ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Aufruhr mitbekommen. Seid ihr sicher, dass es sich in diesem Fall um einen Holzwurm handelte? Kann es nicht auch sein, dass die Schneiderin euch manipulierte, sodass ihr ein Haus anzündete? Ähm, weil es zu ihrem Vorteil diente? Aber mich kann man doch nicht manipulieren. Wie kommt ihr denn darauf? Hm. Nun. Wie soll ich sagen? Lise? Nein, Steini, die hält mich nicht für einen Idioten. Lise? Hör auf, Steini. Ähm, wie, ja, guten Morgen. Wir haben hier einen interessanten Fall. Dies ist Sir Yoshi. Sir Yoshi, das ist, ähm, die liebe Lise, die Heilerin in diesem Dorf. Wir kennen uns schon. Ich nehme an, ihr kennt euch. Oh, wir haben bereits sie gesagt. Sie hat euch, sie hat euch doch mit Scheiße eingerieben. Ich habe Rana geheilt, als sie ohnmächtig, äh, dort lag. Wo ist denn Steini? Ich fürchte, ich hab das zum Glück vergessen. Steini ist hier. Steini erinnert sich noch an euren Kopf. Oh, Steini. Interessant. Nun. Ja, Rana? Ähm, ja, Sir Yoshi berichtete mir von interessanten Umständen, aber die kann ich euch auch auf dem Weg zum Marktplatz berichten, denke ich. Ähm, Sir Yoshi, ihr seid... Ich sollte nach dem Haus sehen. Ihr solltet nach dem Haus sehen und, ähm, wie soll ich sagen? Möglicherweise wäre es zukünftig ein wenig, ähm, sinnvoll, Dinge, die euch die Schneiderin aufträgt, zu hinterfragen. Oh. Nun, sie hat mich ja nur darauf aufmerksam gemacht und mir gesagt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, um die Stadt zu retten, dies zu tun. Nun, unter uns gesagt, Sir Yoshi... Als ich meine Klamotten kaufen wollte. Und das war so nett von ihr, dass ich nicht nur die Klamotten bekommen habe, sondern noch Geld obendrauf. Wahrlich eine freundliche Geste. Freundlich manipulierende Geste. Nun, es ist nur eine Warnung, die ich an sie aussprechen möchte. Die Schneiderin hat eine sehr dunkle Aura, sie hat wahrlich ein großes Talent, was die Schneiderei betrifft, aber nun ja, möglicherweise schneidet sie mehr als nur Klamotten. Zu Ehren, zu Ehren ihrer, ihrer, ähm, zu Ehren ihrer toten Männer, nennt sie ihre Pferde nach diesen Männern? Nun. Eine freundliche Geste. Ja, liebe Lise, wenn du das so sehen magst, ich danke ihnen auf jeden Fall, dass sie mich aufgesucht haben und dass wir dieses Missverständnis aus der Welt schaffen konnten. Ich hoffe doch, sie tragen das genauso an ihre, ähm, Kolleginnen weiter, dass ich nicht weiter belästigt werde. Mit diesem Vorfall? Äh, ja. Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob meine Kollegen überhaupt in irgendwas ermitteln. Außer in den Weinflaschen. Nun denn. Dann, ich danke euch. Habt euch wohl. Auf bald. Nun, liebe Rana, lass uns Frühstück besorgen. Das ist eine gute Idee. Nehmen die Hauptstraße. So ist der Weg länger und du kannst mir noch ein wenig berichten, was geschehen ist. Nun, ich fürchte, die Schneiderin hat dem, ähm, Sir Yoshi aufgetragen, einen Holzwurm zu beseitigen in dem Haus, das gestern brannte. In dem Haus gestern. Einen Holzwurm, einen angeblichen Holzwurm. Und nun, ja, wie soll ich sagen, er überprüfte diesen Holzwurm nicht und hat der Schneiderin geglaubt, weswegen ich denke... Und das hat das Haus angezündet? Äh, in der Tat. Ich hatte gestern noch eine Eingebung, dass, ähm, nun ja, wie soll ich sagen, in dem Haus sich keine Hexe befindet, aber es war niemand mehr da, dem ich diese Weissagung kundtun konnte. Ich weiß nicht... Welch schreckliches Schicksal. In der Tat, in der Tat. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Nun, ich zweifle sehr an diesem Holzwurm, muss ich sagen. Aber ich bin etwas in Sorge. Es ist ja alles hohes Geschwätz, Geschwätz, es ist hohes Geschwätz. Ist ja alles Unfug. Unfug, in der Tat. Ich bin auch etwas in Sorge, weil der Grund, warum er mich aufsuchte, war, dass einer seiner Freunde verstorben ist und dieser Freund ihm angeblich erzählte, ich hätte seinen Tod vorausgesehen. Und hast du? Natürlich nicht. Also möglicherweise, aber wenn, dann hätte ich das doch niemals gesagt. Nachher beschimpfen sie mich noch als Hexe. Das wäre hier in Rastalot durchaus gefährlich, glaub mir. Ich denke auch, ich denke auch. Es gibt einen Grund, weshalb die Hexe Krim so weit außerhalb in den Sümpfen wohnt und immer dann nur gut genug für das Volke Rastalots ist, wenn es in Not steckt. Ist eben so schlimm, schlimm. Ja, Schorwegen, also weiß ich Bescheid, wenn hier irgendwie so richtig die Kacke am Dampfen ist, da regen sie jetzt so richtig uf und dann... Ja, also wenn schlimme Dinge geschehen, dann gehen sie ohne Zögern zur Hexe Krim. Und wenn die Hexe Krim sonst auf dem Marktplatz auftaucht, dann sind alle völlig verängstigt. Nun, aber Liebe, Lise, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Heute soll doch das Liebesturnier stattfinden, nicht wahr? Ich habe mich gefragt, was bedeutet Liebe für dich? Wie definierst du Liebe? Liebe? Liebe. Liebe ist, wenn das Glück eines anderen dich glücklich macht. Oh, wie schöne Worte. Und wenn ihr glücklich seid, bin ich glücklich. Zum Beispiel. Wahrlich schöne Worte. Dem muss nichts mehr hinzugefügt werden, denke ich. Nun, auf zum Greifen, Horst. Zum Greifen, Horst? Was möchtest du frühstücken? Achso, richtig. Was sollst du frühstücken, liebe Rana? Nun, ich denke, es ist mittlerweile Tradition, den das Gold der Erde zu kosten am frühen Morgen. Oh. Die wundervolle Kartoffeln. Wahrlich. Das Gold der Erde. In der Tat. In der Tat. So kann ein Tag doch nur großartig starten. Ich spüre es in den Fingerspitzen. Ein paar Kartoffeln. Ah. Es gibt nichts Besseres. Ich lasse mich so lange hier nieder, liebe Lise. Servus. Ich bin die Heilerin durchaus. Wie süß ihr. Es ist mir vielleicht etwas unangenehm, aber ich wurde gestern Nacht niedergestochen und es gibt mir noch nichts wunderbar. Weshalb wurde ihr niedergestochen? Naja, die Schneiderin hat das Wildschwein verfehlt, was uns angriff und hat deswegen mich ja... Schön, wieder die Schneiderin, Chad. Sie hat euch mit einem Wildschwein verwechselt. Nun, ich verstehe, wie das passieren konnte. Ähm, ja. So knieten die da und ich werde mir eure Verletzungen ansehen. So rein hypothetisch angenommen, Kalle hätte sein Haus und den Inhalt entdeckt, würdest du den Clip gleich haben oder später... Ha! Ihr dürft den gerne hier rein posten, Chad. Hau den gerne hier rein. Ich werde es später zusammenschneiden mit meinem Pfluch vorab. Pfluch, Pfluch! Sehr, sehr großartig. Geht es euch besser? Ja, ja, ich spüre schon, dass es... Ah, wie schön. Perfekt. Ganz schön zugeschissen. Wunderbar. Wie hat er reagiert, Chad? Ey, was kostet das Ganze? Zehn Taler. Das war der, der dich vom Wildschwein gerettet hat? Dann würde ich wieder auf der Straße leben. Nun, das wusste ich nicht. Ja, das geht ja um Menschen in mein Leben und als es nur laufen kann, ist das schon sehr wichtig. Ja, ja. So, gebt auf euch acht, damit ihr euch in eurem Wildschwein verwechselt werdet. Er war, ich sag mal, überrascht. Vielleicht ein paar neue Kramotten? Also, ich meine, wir wollen ja schon vor allem, wenn es mal angegriffen wird. Ja, es verfehlt und mich seit... Ach so, ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Das verstehe ich, das verstehe ich. Hallo, Dona. Ja, 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 natürlich. Dann einen schönen Tag. Nee, war es ja nicht sehr gut. Dann einen schönen Tag, ja. Liebes. Hallo, Meri. Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Ah, wahrlich. Wie gut. Meri, passt auf. Ich habe gestern jemanden verflucht. Ähm. Sie erleben nun eine echte Katastrophen-Sendung. Ihr vielen Pups. Dankeschön für deinen Prime-Star-Film-Dank. Möglicherweise habe ich gestern Abend jemanden verflucht. Und ihm gewünscht, dass er in einem Haus voll Scheiße erwachen möge. Möglicherweise ist dieser jemand heute in einem Haus voll Scheiße erwacht. Äh, ich hätte gerne... Ich, äh, bräuchte drei, vier. Oh, ich habe den Clip selber noch nicht gesehen. Fünf. Fünf. Aber später werde ich mir den sowas schon angucken. Nice. Ja. Aber weißt du, er war dafür verantwortlich, dass mein Pferd fast in den Kerker gesperrt und gefoltert worden wäre. Also, es war schon auch berechtigt. Ich hoffe, dass er das war, weil ich habe jemanden beauftragt, mir diesen Namen herauszufinden. Diesen jemand muss ich heute auch nochmal finden. Hm. Ist gut, er fragt, wer ihn so da so zugeschissen hat. Tja. So. Wenn er dir einfach irgendeinen Namen gegeben hat, wäre es wild. Vor allen Dingen, es hätte ja auch sein können, dass er mir einen Namen gibt für seinen persönlichen Rache-Feldzug oder so. Könnte ja auch sein. Er hat doch fünf gewirkt. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sechs meinte, weil wir sind doch zu zweit. Wie soll ich denn fünf durch zwei teilen? Äh. Ja, ich will... Also sechs. Also noch eine. Genau. Ja. Ich will sie. Der schläft auch noch. Bitte sehr. Habt Dank. Wie viel schulde ich euch? 18 Goldschaler, bitte. Du hast meht, aber es musste sein. Ich wollte ja wissen. Ich werde ja ignorieren. Ich war nur zu neugierig. Nun, ihr sagt doch 20 oder nicht. Verzeiht Zahlen. Ich sagte 18. Ihr habt mir zwei zu viel gegeben. Ihr könnt sie gerne wiederhaben. Nein, dann behaltet das als Wechselgeld. Eure Aufrichtigkeit weiß ich sehr zu schätzen. Selbstverständlich. So wie das hier klingt, sorgt Panikviertel schon dafür, dass ganz wirst du laut brennt, da ihr ein Haus voll scheiße, wo ein kleines Rübel ist, wirklich so. Da sind da Krummbarn. Oh. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Lese, vielen, vielen Dank. Oh, sie kugeln hier rum. Sie sind quasi Rumkugelkartoffeln. Sie sind quasi Kugelkrummbarn. Oh Gott. Nun. Nun. Wie soll ich sagen? Ist noch nicht besser geworden, richtig? Mit deinem... Wie hieß es noch gleich? Meine Stimmschwankungen. Deine Stimmschwankungen, richtig. Ja. Oh, guten Morgen. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Nun wollen wir uns das... Ich möchte Daddy auch noch eine Kartoffel in den Mund stecken. Oh. Ich fürchte, ich sollte auch nach Mami auf die Suche gehen. Mir ist gestern so schwindelig geworden. Ich musste sie an einem Mast zurücklassen. Ähm. Ich bin sofort wieder da. Treffen wir uns gleich am Anschlagbrett? Äh. Ein hervorragender Plan. Nun denn. Bis gleich. Ähm. Wie geil. Ähm. Äh. Das Popcorn. Oha. Geil. Aber wenn ich dir beim Essen zuschau, bekomme ich auch richtig Hunger. Wenn wir ihm was zum Kühlschrank jagen. Hier. Viel Erfolg. Ich glaube, da steht sie noch, oder? Oder nicht? Nee, das ist nicht mein Pferd. Ähm. Etwas weniger gefüllt, aber ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ähm. Was ist beabsichtigt? Ja. Oh. Nun. Was passiert hier? Ich weiß nicht, diese Frau ist verrückt. Was passiert hier? Wir müssen, äh, unsere Wege gehen. Was ist vorgefallen? Hast du das gesehen? Kommt, wir müssen noch die Lieferung ausliefern. Ich würde ja sagen, mein Beileid für den Verlust eures Hauses, aber es ist mir recht egal. Wie bitte? Habt einen Tag. An wie haben wir mal? Wir können das einfach rausfallen. Hat das schon wieder die Schneiderin berichtet? Hier wird überhaupt nichts abgefackelt. Ganz, ganz ruhig. Es wird lediglich ausgeräuchert. Ah. Ich sag's Ihnen, das ist doch die Schneiderin gewesen. Das sagten wir doch, ob auf uns heute. Nun, ich fürchte, wenn das auf den Mist der Schneiderin gewachsen ist, solltet ihr das Ganze nochmal überprüfen. Ich hörte von einem ähnlichen Koffel. Das ist ja Sinn der ganzen Angelegenheit. Wir untersuchen die Angelegenheit erstmal, bevor wir irgendwie handeln können. Ist dem so. Wie war noch gleich Ihr Name? Ähm, Sie werden wollen Sie in dieser Stadt? Wie bitte? Er ist Eberhard von Gorkenstein. Lord Gorkenstein. Ja. Ich bin der Stadthalter dieses Ortes, vom König beauftragt, für die Sicherheit des Volkes zu sorgen und genau das versuche ich hier zu tun. Nun, wie soll ich sagen? Es geht lediglich um Ihr Wohl, verstehen Sie doch, werte Damen. In der Tat, in der Tat. Und ich, ähm, und ich verstehe... Ja, und ihr geht es auch nicht. Ihr dürft gern gehen. Ich verstehe Ihre Sorge durchaus. Nun, wir haben von mehreren Parteien dieses Gerücht zu hören bekommen und scheinbar sind hier nun auch Würmer aus dem Haus getreten und so müssen wir doch zumindest für eine Weile dieses Haus unter Untersuchung stellen, verstehen Sie? Wo sollen wir denn dann diese Nacht hier übernächtigen? Es ist ja doch gar nicht gesagt, aber es ist auch diese Nacht schon passiert. Also, es kann ja so sein, dass es sich immer innerhalb von einer Stunde... Wie lange dürfen wir denn das Haus nicht betreten? Nun, mindestens für eine Stunde. Ach, das macht ja gar nichts. Ich dachte, wir würden uns die Wohnung verlieren. Okay. Ich dachte, unser Haus wird abzuhalten. Und wenn dem so sein sollte, dann würden wir Ihnen natürlich einen adäquaten Ersatz zur Verfügung stellen. Wir sind ja keine Barbaren, nicht wahr? Das ist so großartig. Nun, in diesen rauen Zeiten weiß man nie. Ihr könntet zum Beispiel bei der Schneiderin unterkommen. Zum Beispiel bei der Schneiderin. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall wird es da noch eine Nacht übernachten. Ach, Sie sind schon dort ein Quartier? Sie hat mich gezwungen. Liebe, liebe Dragonia. Ja, habt ihr doch meine neue Bleibe. Bitte passt auf mich auf. Bitte seid vorsichtig. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Schneiderin. Wie geht das? Diese Frau hat eine sehr, sehr dunkle Aura und ich hörte von einem anderen Vorfall, wo die Schneiderin involviert sein sollte bei dem Haus, das gestern brannte. Und auch in diesem Haus hat sie Holzwürmer vorausgesagt. Aber ich schulde der Schneiderin auch noch einen Gefallen. Oh nein. Wenn sie auf mich zukommt, dann werde ich dann für Sie zur Verfügung stehen müssen. Nun, ich fürchte, ich stehe in derselben Situation wie du. Den einzigen Rat, den ich dir mitgeben kann, ist, auf dich aufzupassen. Danke, liebe Rana. Da hast du wohl recht. Ich habe das Gefühl, hier herrscht großes Übel in Rastalat. In der Tat. Mehr eine Aufschneiderin als Schneiderin, fürchte ich. Nun, ich werde mal nach meinem... Wir sind vom Hochstaplan umgeben. In der Tat. Ich werde mal nach meinem Pferd suchen. Das musste ich leider gestern zurücklassen auf dem Weg zur Burg. Oh ja. Oh ja. Haltet gern aus. Nun, wir sehen uns ja gleich. Montag! Ja, bis gleich. Juliana. So. Dann gehen wir jetzt mal unser Pferd holen. Ich hoffe, das steht da noch. Und hallo, Luna. Habt einen Tag, ist auch eine geile Verabschiedung. Hat wer gesagt gerade? Sehr cool. Ich habe den Namen leider gerade nicht verstanden von dem Stadt-Wald-Verwaltungs-Dude. Hat Drachi leider was gesagt? Das weiß ich leider nicht, wie der heißt. Nichts als Scherereien mit der Schneiderin, ja. Grüß Gott. Gruß. Gruß. Liebs. Genau, und daran müssen wir noch denken. Wir haben hier eine Nachricht erhalten. Da steht, Geister, wenn wer mit einem Runenschwert kommt, kannst du die Runen nicht lesen. Aber Alter, Geist im Sumpf könntest du lesen. So, finde ich übrigens sehr geil. Die Spielleitung schickt ab und an Leute zu uns. Seid gegrüßt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, die Schneiderin wird ab und zu Leute zu uns schicken. Äh, Schneiderin. Der, 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 die, die Spielleitung. Im Sinne von, jo, da wurde was vorausgesagt. Ähm. Oder geh mal zur Seherin oder so. Das heißt, wir werden halt ab und zu mal Besuch bekommen. Und ich habe hier Discord offen. Und wir bekommen wohl Ingame-Nachrichten. Zu solchen Vorfällen. Ja, ich fürchte, mein Pferd ist gone. Scheiße. Das heißt, ich werde zwar Mist melden. Hallo Toni, wie es geht? Aber das Spiel hackt heute mehr als sonst. Oder bilde ich mir das ein? Immerhin können wir jetzt Emotes machen. War das nicht bei den Hasslingern? Was genau meinst du? Jetzt stand ich aus Versehen. Eine Stunde, 20 Minuten. Nee. Eine Stunde, 20 auf dem Laufband. Und erst mal wieder setzen, oh Gott. Ja, crazy. Bist du gejoggt? Heißt das heute mal so, da steht kein Pferd auf dem Flur, ja? Das Pferd. Wieso war das bei den Hasslingern? Habe ich es nicht hier stehen gelassen? Mir ist hier doch schwindelig geworden. Ich dachte, ich habe den Asti bald getroffen und wollte hier hinreiten und bin dann abgestiegen. Und hatte das hier an einem Fall gelassen. Nicht, dass sie wegen Falschpark eingesperrt wurde. Ich frage mal nach. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, das ist schlimm. Deine Kacke. Rana. Nun. Hallo, Lise. Ich danke dir. Ich konnte Mami leider noch nicht finden. Soll ich mich jetzt hier lang? Wo warst du denn unterwegs? Ich war hier tatsächlich auf diesem Weg. Ich wollte gerade auf den Weg gehen zu den Wachen, um sie vermisst zu melden. Nicht, dass sie eingesperrt worden ist wegen Falschparkens. Oh nein. Ich bringe dich zur Wache. Wenn irgendjemand in der Taverne ein Zepter finden kann, vor allem bevor die Taverne öffnet... Das Zepter des Königs ist verschwunden. Oh wei. Wirklich? Leider ja. Es steht am schwarzen Brett. Oh nein. Nun, ich hoffe, dass sie den Übaltäter finden können. Okay, klar. Wird das Liebesturnier so wie angekündigt stattfinden? Soweit ich weiß, ja. Und es soll eine Gerichtsverhandlung stattfinden. Oh weh. Nun, ich gehe kurz in die Wache hinein, um... ...mein Pferd zu melden. Ich danke dir. Guten Tag. Seid vorsichtig, lauft nicht durch die Blutlache da. Oh, mir sagte man, es handelt sich dabei um Wein. Wartet mal einen kleinen Moment. Nein, das ist Blut. Das ist Blut? Man hat mich doch wirklich angelogen. Ich bin entsetzt. Ja, hier gibt es Blut. Das haben wir auch hier an der Wand. Und der Dämon, der hier haust, hat auch dieses Blutige. Oh, das ist weg. Und scheinbar ist der Dämon ausgezogen. Nun, ja. Sein Symbol ist nicht mehr. Ich komme in einer wichtigen Angelegenheit. Und zwar wurde der Stadtwache von der Burgwache ein Pferd übergeben am gestrigen Tage. Pferd. Ja. Bitte nicht mein Pferd. Ähm. Ja. Was für ein Pferd? Ein schwarzes Pferd mit dem Namen Auflauf. Ja. Ich werde Daddy an der Taverne festbinden. Das ist eine gute Idee. Aber ich sehe es nicht. der die Markt gefessert will führen. Er läuft uns immer davon. Verzeihung, Entschuldigung. Nee, ich will ja auch keins kaufen, sondern... Entschuldigung? Ja. Ähm, ich möchte gerne ein Pferd vermisst melden. Also mein Pferd... Also mein Pferd... Also mein Pferd... ist auf dem Weg des... zum König... also am Rand des Königspfades abgestellt, weil mir leider sehr schwindelig geworden ist und ich wollte es wieder abholen. Aber nun ist es nicht mehr da. Meine Güte. Wir werden uns so schleunigst, wie es geht, darum kümmern. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ach. Immerhin sind noch ein paar zuverlässige Männer hier. Ja, natürlich. Sie sind heute übrigens besonders bezaubernd. Oh, vielen lieben Dank. Nun, ich verspreche Ihnen einen glorreichen Tag. Das ist so nett. Das wünsche ich Ihnen auch. Ja, ja. Dankeschön. Ego, hast du ein schwarzes Pferd von der Burgwache bekommen? Nein. Nein, dann helfen wir das auch nicht. So. Oh, er ist schon weggekommen. Mami, Mami ist verschwunden. Zehn Minuten, yes. War nur ein Scherz. Ich wollte nur auch mal das sagen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Mami ist verschwunden. Nein, das ist ein Pferd. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Wie geht's euch? Ihr seid erheitert, wie ich sehe. Ein Bürger kam just zu mir, um zu sagen, Ah, Herr Meester, ich habe ein wichtiges Anliegen an euch. Worauf ich ihn fragte, was denn? Und er sagte eigentlich nichts. Ich wollte nur auch das sagen, was alle anderen immer sagen. Nun, das ist durchaus ein erheiterndes Anliegen. Ja, durchaus. Lieber Meester, ich habe eine Frage an euch. Nehmt ihr auch an dem Liebesturnier teil? Werdet ihr auch? Nun, ich werde unweigerlich Teil dessen sein, weil ich dem König zur Seite stehen muss. Aber vielleicht werde ich mich auch selbst bewerten. Man wird sehen. Nun, ich stellte mir die Frage, was genau für euch Liebe bedeutet. Und ob ihr dabei möglicherweise an eine bestimmte Person denkt. Ja, auf jeden Fall. Das tue ich. Ist dem so. Ja. Wollt ihr mir verraten, an wen? Lieber... Lieber nicht. Lieber nicht. Ich möchte nicht... Also, ich... Nun... Vielleicht ist die Person in der Nähe. Das wäre ja sehr einig. Oh, ich verstehe, lieber Meester, ich verstehe. Nun, ich dachte mir so etwas schon bereits und habe da gewisse Schwingungen verspürt und wünsche euch ganz viel Erfolg. Falls ich dort irgendwie behilflich sein kann, ich denke, ich habe da ein paar Mittel und Wege, um Einfluss zu nehmen. Nun, ich... Einfluss... Das Schöne an der Liebe ist, ist, dass Liebe im besten Fall immer wahr ist. Und nicht durch Tränke und Kräuter und Sternenmalerei erzeugt wird. In der Tat. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich muss leider ein wenig, ähm... Probleme beseitigen. Viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Euch auch. Seid gegrüßt. Nun, liebe Schneiderin, ich hörte heute Morgen schon viel von euch. Wie geht es euch? Was habt ihr gehört? Nun, das eine oder andere. Erzählt mir davon. Habe ich etwas davon, euch davon zu erzählen? Ist das der Gefallen, den ich euch schulde? Oh nein, den würde ich jetzt gerne einlösen. Ist dem so. Ja, durchaus. Begleitet mich. Nun, wie lange dauert der Gefallen? Ich bin nämlich zur 19. Stunde verabredet für eine... Nun, wie soll ich sagen? Oh, ich möchte nur zwei Minuten mit euch sprechen. Keine Sorge. Nun, ihr werdet es durchaus verstehen. Leider, ähm, werden... Das wird das neue Ehepaar, was geheiratet hat von einem sogenannten Schneider- beziehungsweise Mottengeist heimgesucht. Ich fürchte, sie haben das falsche Kleid getragen an ihrer Hochzeit. Von wem redet ihr? Das frisch verheiratete Ehepaar, Becky und ihr Mann? Aus der... aus der... äh... Schenke? Mhm. Oder was meint ihr? Nun, wenn ihr nicht wüsst, wen ich meine, ich dachte, ihr wüsstet es. Das macht nichts. Worum geht's? Wie kann ich euch helfen? Nun, wie ihr ja wisst, seid ihr mir noch einen kleinen Gefallen schuldig und den würde ich zu gerne einlösen. Es ist nur eine klitzel Kleinigkeit. Nun, was kann ich für euch tun, werte Schneiderin? Ich glaube, dass ihr etwas gesehen habt. Das Universum hat euch etwas ins Ohr geflüstert. Ist dem so? Werte Frau Schaner, ja, so ist es. Was sah ich? Ihr sah das Furkibert der neue Gemahl von mir werden soll. Und das müsst ihr dem König sagen, denn nur so kann der König dieses Gewand tragen eines Tages, das ihm gebührt. Versteht ihr? Ihr müsst dem König klar machen, dass nur dann, wenn er Furkibert mit mir vermählt. Die Chance besteht, dass er eines Tages das edelste Gewand im ganzen Land tragen kann. Nun, ich denke, eine solcherlei Einsicht werde ich wahrscheinlich gehabt haben. Das wird wohl niemandem schaden. Wahrscheinlich, es ist genauso passiert. Genau so ist es passiert. Nun, ich werde mir eure Worte einprägen und euch berichten. Nun, Frau Schörner, eine Frage noch. Habt ihr genug Geholt bei euch? Für welcherlei Umstände? Für euer Leben. Ich frage mich nur, ob es euch gut geht. Mir geht es sehr gut. Gut, dann braucht ihr ja nichts. Sonst hätte ich euch etwas unterstützt. in was hättet ihr mich unterstützt? Lise, du kannst nicht gern zu uns gesellen. Sie ist meine Vertraute. einen oder anderen Groschen. Hier, bitte. Nun, als kleinen Zusatz, versteht ihr? Aber ihr fragtet mich doch, ob ich genügend Gold dabei habe. Oh ja, wenn ich es euch noch etwas aufbessern wollte. Selbstverständlich. Oh, ich danke euch, werte Schneiderin. Ich dachte, das wäre der Gefallen, den ich euch noch schulde. Ja, das ist es, das ist es. Und das, was ihr jetzt gekriegt habt, ist eine Motivation, es besonders gut zu machen. Nun, ach, in der Tat. Oh, ich hatte eine Vision, liebe Lise, ich muss euch davon erzählen. Lise, komm, ich hatte eine Vision, in der Tat, eine Vision von den Geistern. Du hast mit der Schneiderin gebetet. In der Tat, diese Schneiderin ist dafür verantwortlich, dass jetzt schlecht über meine Schwester gesprochen wird. Wie bitte? Weswegen? Wegen ihres Hauses? Wegen der Holzwürmer? Wegen der Holzwürmer. Wieso wird schlecht über Dragonia gesprochen? Angeblich wäre Haseltrauts Hausschwein für die Holzwürmer verantwortlich, aber Haseltrauts Läger der Schneiderin. Schwein und Schneiderin sind nun auch nicht so verschiedene Wörter. Fürchte ich. Ich denke auch, es handelt sich bei der Schneiderin um eine Aufschneiderin unter uns gesagt. Ich bin nicht überrascht. Ich ebenso wenig. Sie bat mich um eine, nun ja, wie soll ich sagen, eine Vision, die ich dem König mitteilen möge. Ich werde dies auch tun, denn ich denke, das wird keinen großen Schaden anrichten, aber nun, weil ich sehe, nun, sie soll den Werten Fukibert heiraten. Der soll der Gemahl der Schneiderin werden. Wer? Fukibert? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Nun, wie soll ich sagen, er tut mir jetzt schon leid, aber ich stand in ihrer Schuld und zu sagen, dass sie jemandem heiraten soll, ist nun jetzt kein großes Ding, oder? Nein, kein großes Ding. Rana, du bist wahrlich, die Seherin der Minne. Nun, ich gebe mein Bestes. Nun, wie ich hörte, ja, wie soll ich sagen, liebe Lise, bereitet dir das Verhältnis zwischen Becky und ihrem Mann immer noch Kopf zerbrechen oder bist du mittlerweile darüber hinweg? Nun, ich möchte nur, dass sie glücklich ist. Und hattest du möglicherweise schon jemanden neuen im Sinn? Ähm, sind wir nicht mit Becky verabredet? Nun, in der Tat, hier auf dem Marktplatz. Ja, hier gucken wir, wo ist ihre Schwester? Becky, wo bist du? Becky, Nun gut, wenn du nicht darüber reden möchtest, akzeptiere ich das. Was soll ich sagen, Rana? Nach dem letzten Vorfall plagen mich zu viele Schuldgefühle, als dass ich mir jemals zutraue, der Mene würdig zu sein. Oh, ich sehe ein voll lieber erfülltes Leben vor dir, deswegen, nun ja, ich hoffte dir etwas helfen zu können und unter die Arme greifen zu können. Ich will keine Kinder kriegen! Au! Oh, das verstehe ich sehr gut. In der Tat, in der Tat. Tragonia als Schwester reicht mir schon. Ich will keine Kinder kriegen! Und unter uns gesagt, manche Leute sollten auch am besten keine Kinder kriegen. Durchaus. Wohl, wohl weise gesprochen, als sehrt ihr die Zukunft. Nun, ich denke, wir sollten eure Schwester abholen und uns dann hier mit der lieben Becky und ihrem Mann treffen. Eine hervorragende Idee. Nun, ich glaube, da vorne steht ihr lieber Hasel, aber von eurer werten Schwester ist nichts zu sehen. Ich frage mich auch, dort, dort ist sie! Dort! Wo? Direkt dort! Oh! Dragonia! Bei Hasel! Nun, falls du Becky siehst und ihren Mann, ähm, ich gebe Bescheid. Dankeschön. Nicht, dass sie uns vergessen haben. Nun, das wäre ein Jammer. vor allem für sie in ihrer Wohnung. In der Tat. Weißt du, wann heute gerichtet werden soll? Leider nein, ich kam noch nicht umhin, das Brett zu lesen oder irgendetwas zu lesen auf dem Brett. Was uns das jetzt gemeinsam tun? Ich fürchte, dann wird das Ganze noch länger dauern, bis ich gefunden werde oder ich sie finde und man sich sieht. Ihr seid doch recht auffällig, liebe Rana, ganz im Grün. Nun, wir haben es bereits die 19. Stunde. Durchaus. Nun, ist das ein schlechtes Omen? Sind die Geister sauer, wenn es so spät kommt? Das könnte durchaus sein. Ja, das wäre leider sehr schlecht, gerade in einem solchen Fall der Minne. Durchaus. Nun, hier steht, dass das Zepter des Königs verloren ist. Oh, ich verstehe. Das klingt nach einer Aufgabe für Dragonias wiederzuholen, sie findet immer alles. Ihr habt eine äußerst gewitzte Schwester. Sehr schön. Königlich auch die meisten für jedermann, jeder Frau. sie ja schon. Hallo Dragonia. Na, habt ihr gesehen? Ich bin berühmt. Ich stehe ja auf dem Brett. Ist dem so. Ja, ist aber nichts Gutes, Dragonia. Da weißt du Bescheid. Es war die lau, dass du Würmer hast. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, aber du weißt ja was man sagt. Egal was die Leute sagen, Hauptsache sie sprechen über einen. Ist dem so. Segelstein. Segelstein. deinem Vater beigebracht haben. Nun, ihr Lieben, ich bin auf der Suche nach der lieben Becky und ihrem Mann. Ich kann sie nicht finden. Habt ihr eine Ahnung, in welche Richtung sie wohnen? Leider nein. Ich weiß es leider nicht. Oh, aber wir können eventuell Hasel fragen. Sie ist gerade noch beschäftigt, ihr Schilder zu lesen. Nun denn? Ist du das dort im Weißen Kleid? Ich habe leider ein schlechtes Gesichts Gedächtnis. Nicht nur du. Oh nein. Oh nein. Oh ich nicht um eine sehr glückte Tavernenwirt noch in der Taverne. Nun ein Anhaltspunkt der Herr Greifenberg. Meinst sie wissen wo sie wohnen? Na wir suchen ja den Tavernenwirt. Vielleicht ist er noch in der Taverne. Ich suche Becky und ihren Mann. Richtig Ihr Mann ist der Tavernenwirt. Ihr Mann ist der Tavernenwirt. Oh das wusste ich nicht. Ja. Also der Besitzer der Taverne. Vielleicht. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich kann sie leider nicht erkennen. Aber ist das Beck hier? Das ist eine gute Idee. Hervorragende Idee. Als Seherin Leute nicht zu sehen sind wirklich wahrlich nicht meine Stärke. Du siehst ja nur ihre Zukunft. In der Tat. Beck hier Seherin nun seid gegrüßt ebenso ebenso ja wir sind bereit ich fürchte ich höre mich durch euch ich weiß nicht warum ich heute mit doppelter Zunge spreche es ist irgendwie unmöglich es zu korrigieren alles zu wiederholen was man sagt ist auch eine interessante art von Stimmschwankung nicht wahr liebe Lese mit Stimmschwankung hätte ich mich erlassen nun lasst uns aufbrechen zu eurem Haus ich habe Verstärkung mitgebracht dies ist die werte heilerin und ihre schwester dragonia und ich bat um wertvolle könnte man das auch vergessen nun hat der geist euch noch weitere probleme bereitet liebe becky ja bisher nicht bisher nicht aber der tag ist noch jung nun da habt ihr wohl recht ich bin mir ziemlich sicher dass es sich dabei um einen schneider geist motten geist handelt ein motten geist nun das passiert wenn man an einem solchen wichtigen tag das falsche gewand trägt das kann die geister erzürnen verstehe wie geht man mit einem mottengeist um nun man muss ihn austreiben und wie mit manchen worten der liebe ich bat becky und ihren mann darum sich worte der liebe zu notieren die sie bei dem ritual vortragen können unten ja das ein oder andere wird danach auch noch nötig sein aber zur rechten stunde dazu kommen wir dann ich verstehe wenn es ein Mockengeist ist verstehe ich warum er bei becky ist immerhin ist sie das licht oh wahrlich liebe worte von euch ist das noch weit nein wir sind gleich da hier ist es schon oh nicht hübsches Haus rettet einen die gute stube ab dank ab wundert euch nicht über den inhalt der badewanne den inhalt der badewanne ja die badewanne hier unter der treffe eine heilende schokopudding das ist heile erde das ist heile erde aber nun ja damit kenne ich mich aus naja das wirkt nur etwas am ersten blick etwas unappetitlich nun keineswegs wir brauchen den in der tat in der tat wir brauchen den platz an dem ihr euch am meisten liebt sind wir in diesem Raum die meiste liebe findet einen stock über uns ok da muss ich noch vorgehen da liegen noch ein paar kleidungsstücke am boden ist dem so nun gut die müssen auch einen komischen eindruck von uns haben liegen denn die ganzen klamotten hier noch rum verflucht ich hab nicht aufgeräumt heute morgen nun wer tut er schon gerne so so früher stunde ist schon besser kann man schon hochkommen ja ja man kann schon hochkommen bitte sehr schön sehr schön sehr hübsche gemälde habt ihr hier in eurer wohnung vielen dank oh wie wundervoll wahrlich nun am besten stellt ihr beiden euch an einen ort an dem ihr euch am meisten liebt ja nun aber das sieht gar nicht aus wie die Küche ja liebe Dragonia ach bei euch findet dieses in der Küche statt spannend spannend jede Ehe ist unterschiedlich ich verstehe aber ich bin verwirrt auch nun rufen wir den Geist Geist ja lieber Geist bist du da ihr dürft gerne mit soll ich schon mit dem räuchern anfangen nun das sollten wir erst tun sobald wir wirklich sicher sind dass der Geist uns umgibt Geist Geist ah verstehe zuerst der Geist dann die Räucher ist ein Geist anwesend der diese beiden hier aufsucht und schaden will bitte mache dich bemerkbar ihr habt das auch gesehen nicht wahr der Geist ist unter uns der Geist ist unter uns ich werde einen Stein werfen damit er das Zimmer nicht mehr verlässt herzlichen Dank liebe Lise lieber Geist lieber Geist wir sehen dich und hören dich und nehmen dich wahr ist es richtig dass du etwas gegen diese Eheschließung hast weil sie das falsche Kleid trug weil sie das falsche treiben ähm richtig Kleid an ihrer Hochzeit treibt gut lieber Geist gib uns noch ein Zeichen ich hab Angst nun ich hoffe wir haben den Geist nicht ausgesperrt vielleicht sollten wir ihn wirklich herausrufen ich hab genau die richtigen Kräuter dafür er ist wieder eingetreten wir hatten ihn ausgesperrt nun gut ähm lieber Geist wir wollen dir nichts böses wir wollen dir beweisen dass diese zwei liebende wirklich für sich also füreinander bestimmt sind und sie haben dir die Worte der Liebe vorbereitet die sie nun vortragen werden um dir das zu beweisen ich bitte euch beiden nun eure Worte der Liebe rauszuholen die ich was nein beginn rück du liebes nun ihr müsst wahrlich überzeugend sein ansonsten wird dieser Geist euch weiterhin aussuchen da muss ich nur etwas improvisieren ich bat euch doch gestern explizit darum nun so sprecht aus dem Herzen ich hätte eine Notiz für euch tatsächlich aber da stehen halt meine Cheats drauf nun das ist wahrlich nicht das was sie brauchen wahre Worte der Liebe aus dem eigenen Herzen sind hier von nöten liebe Dragonia währenddessen kannst du räuchern wenn du magst im richtigen Moment ja ich bereite die räucherung vor liebste Beccia mein Herz möchte dein Herz mit deinem Herzen vereint sein und was ist denn hier das sind wahrlich lasst euch davon nicht abhalten das sind die Weihräucher so war die Sterne leuchten und so war der Himmel und die Rosen blühen und alles besteht und in der Taverne noch Licht brennt solange wird es unsere Liebe geben und ich werde alles für euch tun seid gewiss auf ewig auf ewig ruck euch an oh heilende mächte im saal bei blub blub nun liebe Beccia in der Tat das wäre das wäre gut lieber Horst wir haben so viele humorvolle Momente miteinander erlebt aber nicht nur die haben unsere Bindung gestärkt sondern auch als du mutig gegen die Beleidigungen von Astibald eintratest und dann hast du mir inmitten des Chaos als Russ fast unter gegangen ist einen Antrag gemacht und da wusste ich dass ich an deiner Seite bleiben wollte für immer und ich liebe unsere langen Spaziergänge das genießen eines Bierchens vor dem Schlafengehen und die tiefgründigen Gespräche die wir haben das hat eine Partnerschaft geschmiedet die stärker als jedes Schwert und kostbarer als der edelste Rubin ist wir sind ein Team das durch dick und dünn geht ohne Geheimnisse und mit den gleichen moralischen Ansprachen und ich verspreche dir jetzt hier vor diesen Anwesenden hier dass ich auch weiterhin mit dir zusammen sein möchte dich lieben und ehren und dass der Geist hoffentlich verschwindet und möge unser gemeinsames Leben voller Abenteuer und Lachen sein so wie bisher und die Flamme unserer Liebe niemals erlöschen wahrlich schöne Worte wahrlich schöne Worte nun um der Überzeugung eurer Worte noch etwas tatkräftige Unterstützung zu untermalen würde ich euch nun bitten es handelt sich hierbei um einen Kleider einen Mottengeist ihr müsstet euch einmal ausziehen und eure Kleider dem Geist als Opfergabe darlegen wir beide alle Kleider oder Kleider Nun es handelt sich um euch beiden wir drei haben keinen Geist bei uns daheim Ich hätte noch ein paar Klamotten da Dürfen sie denn andere Klamotten anziehen oder Nun es handelt sich hierbei um einen Fall von einer Kleidermotto es geht darum dass sie ihre Kleider ablegen in der Tat Nun und während Dragonia räuchert müssen wir die Worte sprechen Motte Motte zurück in deine Grotte Okay Gemeinsam Gemeinsam In der Tat Motte Motte Schlecht 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 Nun auch eine Form der Liebe Nun und als Keine Sorge Ein ganz normaler Freitag In der Tat Nun um 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 dieses Ritual zu vollziehen lassen wir euch hier nun an eurem speziellen Ort der Liebe zurück Ich denke ihr wisst was ihr nun zu tun habt um eure Liebe dem Geist zu beweisen und dann solltet ihr keine Probleme mehr haben in der Zukunft Das hört sich doch gut an Horst oder? Ja ja das klingt super das klingt super Nun liebt euch und wahrlich ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg in der Zukunft Nun Draconia von dort würde ich nicht hinunter gehen Wir lassen euch nun Wir lassen euch nun alleine Was ist unseren Klamotten? Unsere Gewandung? Nun die dürft ihr nach dem Ritual wieder ankleiden Sie sind nun ausgeräuchert Oh sie ist verschwunden Nun dann hat der Geist sie als Opfergabe genommen Ihr müsstet euch neue Kleidung besorgen Das ist kein Problem Ich habe welche für euch Hier seht mal Das sollte doch vorüber gehen passen Wunderbar Vielen Dank Oh wie geistesgegenwärtig du warst Dragonia Ich hatte die noch von Hasel und mir übrig um ehrlich zu sein aber sie wird sicher nicht dagegen sein schließlich Richtig schließlich ist das ja eure Tochter Nun ihr dürft euch ankleiden sobald euer Ritual der Liebe vollzogen worden ist erst lieben Ansonsten wird es schwierig Viel Erfolg euch beiden Ich wünsche euch alles Gute Ah doch 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 Ich brauche schon Ich brauche sie Dann nehme ich ein Outfit Einmal Ja Schön Na dann Rana Ja Hast du noch eine Bezahlung gedacht Nun Ich wurde bereits bezahlt Ich verstehe Ich gebe euch natürlich euren Teil davon ab Ihr wart eine tatkräftige Unterstützung Wie kommen wir hier heraus Ich fürchte wir sind in den Keller Nee Nun Ich fürchte Ich habe vergessen wie es man sie öffnet Ich fürchte sie ist abgesperrt Oh nein der ist nackt Oh Bitte verzeiht Vielen herzlichen Dank Und einen schönen Tag noch Auf bald Möge man sich beim Liebesduell wieder über den Weg laufen War das aufregend Das war wahrlich aufregend Ich danke euch vielmals für eure tatkräftige Unterstützung Ihr wart eine solch große Hilfe Nun Wir sind schon ein sehr gutes Team Das ist Französisch und heißt 100 Gold für jeden würde ich sagen Oh Rana wie großzügig Oh 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 Nun Ich bedanke mich Die Würmer haben wohl unser Gold gefressen Wir hatten heute Morgen gar nichts mehr in unserem Vorräten Oh Ist dem so Ja Oh nein Dragonia Das ist wirklich sehr traurig Ich weiß nicht wann wir wieder zurückkehren dürfen in unsere Wohnung Ich Nun bei mir habt ihr immer Platz Das ist wirklich sehr aufmerksam Das ist wirklich sehr aufmerksam von dir Ich fürchte wirklich das ist alles auf den Pferdemist der Schneiderin gewachsen Ich traue ihr nicht über den Weg Der Schweinerin Das ist ein super Codewort um über die Schweinerin zu sprechen Fällt mir auf Lisa du bist sehr gerissen Ein Codewort Ja Nun weil das alles auf ihren Mist gewachsen ist Ein Codewort Exakt Exakt das Codewort Und wir sollten uns vorsehen und uns darüber bewusst sein dass vielleicht sollten wir uns entfernen und die beiden nicht zu stören Nun Nun Ich denke ich werde in der Taverne etwas Frühstücken gehen eventuell Hast du noch nichts gegessen? Nein In der Tat In der Tat Oh wirklich? Ihr wollt mich sprechen? Ich hab einen Brief für sie Ein Brief? Oh Nun dann Herzlichen Dank Oh ich bekomme Damit ist der Brief übermittelt Herzlichen Dank Nun warten Sie eine Sekunde Ja passen Sie auf sich auf Hier eine kleine Entlohnung Oh na aber es ist irgendwie eine Drohung Also natürlich nicht von hier aber ich hab sie ihnen überreicht Sie sollen jemanden in die Schulden begleichen also könnten Sie das vielleicht mehr gebrauchen als ich Oh ich sehe schon Nun die Schneiderin hat mich heute schon aufgesucht Ich hoffe dass damit das Anliegen bereits geklärt worden ist aber ich danke Ihnen Herzlichen Dank Ebenso Ebenso Ja Nun was sind denn ihre persönlichen Erfahrungen mit der Schneiderin wenn ich fragen darf Nun die Jacke die sie trägt erinnert mich sehr stark an den Totengräber und sie hat gesagt dass er eine große Inspiration für sie ist und ich weiß nicht ob ihr das wisst aber der Totengräber hat definitiv ein paar Schrauben locker Eventuell sollten wir unsere Stimmen etwas senken denn da vorne ist ja direkt die Schneiderei die Aufschneiderei Man weiß nie was hier alles Ohren hat werter Herr das stimmt Herr Alexander Alexander Oku Herr Oku ja Mensch wir kennen was ja ich werde vielleicht sogar heute noch offiziell adoptiert na dann Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch Ich werde Adel sein der das Wort Pöbel versuchen wird zu verbieten Was ähm oh da möchte ich nicht also wieso denn das das ist ja schrecklich Was ihr mögt das Er fühlt sich dem Pöbel sehr verbunden müsst ihr wissen Richtig Ich bin im Pöbel geboren und ich werde immer der Pöbel sein Na gut dann Ausnahmen sind erlaubt Sehr gut Wahrlich gut zu hören Hörut Hörut Oh Na dann Ich muss tatsächlich noch so einiges anderes erledigen Ja mach ich Herzlichen Dank für eure Hilfe Habt ihr etwas über das Zepter gehört des Königs das verschwunden ist Ne darüber habe ich noch nichts gehört Was Ich auch nicht Wo hattest du davon liebe Lise Es steht am schwarzen Brett da drüben Oh Verstehe Dann habe ich mal etwas überlesen Ja wisst ihr mit dieser Arthritis Na gut Wenn ich was davon herausfinde melde ich mich bei Ihnen Ich wäre euch sehr verbunden Gut Ich muss weiterlaufen So viele Briefe Oh Gott Gehabt euch wohl Viel Erfolg Auf bald Nun sollten wir einmal kurz möglicherweise die Beurunde vorne aufsuchen Ich ähm Unter uns gesagt sie hat sehr schöne Äpfel Und du wolltest etwas speisen Nicht wahr Dragonia Richtig Ich wollte ohnehin frühstücken Und ich brauche für meinen allerbesten Freund auch noch was zu essen Du real Sie war da Ja Guten Tag Werte Frau Seid gegrüßt Seid gegrüßt Ich berichtete meinen Freundinnen von ihren schönen Äpfeln Ja Sie sehen so toll aus Ja Sauberhaft Nun ich würde Oh weh Die leckersten Äpfel überhaupt Sie sollen auch Heilkräfte stärken habe ich gehört Oh Oh So benötige ich welche Also meine Kräfte sind fabulös dennoch Ich hab sie schon gesehen in Blub Blub und so Blub Blub Genau Blub Blub Ihr habt wahrlich schöne Äpfel Ich würde gerne ein paar werben wenn dies möglich ist Also Ich auch Fünf Äpfel gibt es schon für Zehntaler die Damen Oh Ich hätte gerne fünf Äpfel Ich auch Ich auch Und dazu fünf Kartoffeln bitte Ebenso Sind fünf Kartoffeln auch Zehntaler? Äh nein Fünf Kartoffeln sind fünfzehntaler Die sind ein bisschen nachhafter wisst ihr Also sind es insgesamt 18 Sehr gut Eins Zwei Zwei Drei Vier Wo ist er denn? Ach fünf Wer nimmt zuerst? Nun immer die die fragt Deine Bestellung ist zuerst rausgegangen Liebe Lise Ach ich kümmere mich erst noch um die Kartoffeln Eins Oh Ich nehme sie auch hier an Gar kein Problem Da ist sie mir aus der Hand geflutscht Hab Dank Ich habe zu Dank Zwei Ups Drei Und da habe ich sie schon Und da habe ich die Vier Ja Oh da muss ich gerade ein bisschen tiefer wühlen Das macht nichts Ich habe Zeit Heute ist so ein hervoller Tag Ein wahrlich schöner Tag Ein wahrlich schöner Tag Ich bin sehr gespannt auf den Minnesang an der Burg Sollen wir ihr 69 Goldtaler geben? Oh ich auch Ich habe so etwas noch nicht gesehen Es soll ja um die Liebe gehen Was ist denn die Liebe für euch, wenn ich fragen darf? Ihr scheint doch recht erfahren Also Also mein Bruder Mande ist ja schon seit 16 Jahren unter der Erde Oh weh War auch sehr Ach jetzt Haben alle durcheinander geredet Was habt ihr denn jetzt gefragt? Wie lange wart ihr verheiratet? Ja schönen guten Tag Ach bestimmt 15 Jahre Wir haben Wir waren ein bisschen spät dran Wisst ihr? Wir sind lieber wild Barfuß über die Felder gestreift Wir zwei Ja ja Oh das klingt wunderschön Sagen Sie bitte Sie mal von Ihnen die Seherin Ich Mein werter Herr Lassen Sie mich noch kurz die Bestellung abschließen Dann komme ich gerne zu Ihnen Aber selbstverständlich Ihr könnt ruhig schon mal anfangen Nun ich Was meint ihr? Wolltet ihr nicht auch fünf Äpfel? Genau Ja Ich bin gerade dabei sie rauszusuchen Das kann ein wenig dauern Ich verstehe Ihr könnt ruhig schon mit dem jungen Mann sprechen Okay Wenn heute der Tag der Liebe ist Nun gut Und anlässlich des Tags der Liebe Würde ich meine Freundinnen gern einladen Und Ihnen Für Ihre schönen Äpfel Ein passendes Trinkgeld da lassen Sie haben wahrlich schöne Äpfel Ach Ach das ist ja Oh Sehr sehr freundlich Ach gute Seherin Da muss ich aber auch mal zu euch kommen Und Und Ihnen aus der Von mir Aus der Hand lesen lassen Und Ihnen dann ein Ein entsprechendes Trinkgeld geben Jawohl Sehr sehr gerne Sehr sehr gerne Nun denn Nehmt gerne meine Bestellung mit ihr zwei Lasst uns ein Stück hier rüber gehen Ja Während ihr ohnehin nach Äpfeln sucht Und nicht vergessen Ich wollte auch noch fünf Stück Sehr sehr gerne Guten Tag Wie kann ich euch helfen? Ja ich spreche ihn jetzt ganz ganz leise zu Ich merke Ja ich versuche ihn aufmerksam zu lauschen Einen mächtigen Zauber Weil ich Für welchen Anlass soll ein solcher Zauber denn nun sein? Ich hoffe Auch ich werde eigentlich Ich muss lesen können Ihr müsst lesen können Nun Für Was genau wollt ihr lesen können? Ich habe sie jetzt hier Gute Damen Für jeden nochmal fünf Nicht wahr? Damit ich verstehe Was an den Aushängen dran steht Aus den Aushängen dran steht Oh nun Ähm Ich denke Um Hilfe zu bitten Ist ein guter Anlass Um Menschen anzusprechen Aber Falls ihr der Kunst des Lesens Selber mächtig werden wollt Könnt ihr natürlich auch Nun wie soll ich sagen Ähm Gebildete Menschen aufsuchen Die euch dort entweder unterstützen Oder möglicherweise Eine Hexe Gehandelt es sich hier wirklich um Um normale Schrift Die ihr lesen wollt? Ja kennt sie denn Kennst du denn so eine Hexe? Nun Ich hörte von einer solchen Hexe Die hier ab und zu Umkehren soll Sie trägt ganz schwarz Und ähm Ist bis Übers Kinn Bedeckt mit Kleidung Oder sie versuchen es Bei den Hasslingern Ja ich muss mal zu Behrenzen Bei den Bei den Hasslingern sind auch Also in so Bei den Hasslingern sind auch tatsächlich Menschen mit durchaus magischen Fertigkeiten Die werden ihnen euch vielleicht auch Weiterhelfen können Nun Die Sache ist die Ja ich verstehe Nun wenn ihr andere Dinge als normale Schrift lesen lernen wollt Dann könnt ihr mich auch gerne nochmal aussuchen Sehr sehr gern Danke sehr Ich danke ihnen In Ordnung Habt Dank für die Informationen Danke Ich hatte ja noch nie eine scharfe Waffe Außer meine Ehefrau Nun Der Bauer war ohne mein Wissen und ohne mein Zutun in meinem Tümpel Und ich wurde dort auch noch niedergeschlagen von ihm und seinen Freunden Ja Oh Ich denke dir Oh ich danke dir Ist nun die Rache des Waldgottes Ich verstehe Ich verstehe Und also Ich kann natürlich verstehen Dass sie ihm gegenüber jetzt wahrscheinlich Nicht gut gesinnt sind Aber gibt es Eine freundliche Formulierung Es ist so seltsam Dass man die Äpfel nicht in einen Sack stecken kann Sondern quasi an den Häsern In der Tat So langsam in Tiere verwandeln Und jetzt frage ich mich Ob man nicht etwas machen könnte Nun ich werde einmal ganz kurz in die Schneiderei gehen Und bin sofort zurück Was ich hier vor Ich gehe in der Zwischenzeit Ja ich gehe in der Zwischenzeit Vielleicht nicht ihrem Wunsch entspricht Braucht das Dorf das Brot Direkt um die Ecke War die Schneiderin dort? Ja joa Ich weiß nicht alle Direkt da vorne Ich danke dir Also wir haben auch Äpfel Äpfel sind auch Ja sehr sehr gute Äpfel Nun Absolut Absolut Wäre es denn trotzdem ein Problem Wenn ich da einmal Vielleicht mal in mein Haus Wegen euch Bedecke deinen Bedecke deine Blöße mit diesem Kürbis Ich danke euch Einen wunderschönen guten Tag Ähm Hättet ihr eventuell Den Restbetrag von Ja deswegen bin ich äh Deswegen kam ich euch aufsuchen Ich wollte nochmal fragen Wie viel ich euch genau schulde Äh nun Ähm mit der Kleidung Äh den anderen zu zu hören So nur Ausschnitte zu hören Das ist der Hammer Dann werde ich mich einmal zu meinem Haus begeben Und das Geld holen Wunderbar Vielen Dank Bis gleich Immer gerne Hat ja auch noch was will Selbstverständlich Einen wunderschönen guten Tag Einen wunderschönen guten Tag Ich wollte zu der Frau Schneiderin Weil ich einen Brief erhalten habe Oh ähm Natürlich Äh Sie bedient aktuell noch Den äh Nackten Herren dort drüben Aber ich bin sicher Äh sie wird gleich Sie können gerne Den Kunden hier nach mir bedienen Kann ich euch vielleicht helfen Oh ich bin an einem Kleid interessiert Weil ich hörte Dass der König nach einer neuen Trausaufschau Das ist der Frau Gbert Und deswegen Möchtet ihr euch ein Kleid anziehen Ganz recht Verstehe Ähm Vielleicht sollten wir auch dafür sorgen Dass die Schneiderin sich verliebt Nein Ich gebe ihnen ein langes Oberteil Etwas das gut darin ist Könige zu betören Wie gefällt es dir bisher in Rust-Leard im Allgemeinen Oh es ist super spannend und aufregend Es macht sehr viel Spaß Ist aber auch sehr viel Input Also für mich auch so eine Art soziales Experiment Weil ich mich generell sehr schwer tue Mit Leuten zu reden Gerade Leute die ich halt nicht kenne So eher Und das ist Also Roleplay funktioniert ja genauso Oh Nein der will mein Amt Aber Der hat keine Chance Ich habe eben mit dem Mit dem Stadthalter gesprochen Opa Blasius Der ehemalige Großbauer Der ist tot Und ähm Da gibt es nichts mehr dran zu drehen Ich bin sein Nachfolger Oh Kleinen Moment Ich bin sein Nachfolger Oh Pinky Wann hat die Kupplerin? Naja wenn die Schneiderin verknallt ist Das ist das gleiche Ähm Dann bitte Kok Sehr gerne Kok Kok bist du es? Oh Kok Kok Deinen wunderschönen guten Morgen Dein Gefieder sieht heute wieder gar prächtig aus Hallo Du bist so wunderschön Da gohn hier schau es ist Kok Das ist Kok Das ist Kok Hallo Rusty Mensch das waren noch Zeiten Kok Damit fühle ich mich auch immer schwer oder? Und dann ist man so aufgeregt und will eine Rolle bleiben Will auch den anderen irgendwie Cooles Roleplay liefern oder so Er ist so süß Ja da passt man es Besser zu eurem Hose Oh Kok Kommt für uns Guck mal wie süß der Kok Habt ihr alle das braune Oberteil anprobiert? So ein Feil Auf die Knie vor Sir Kok Aber natürlich Auf die Knie vor Sir Kok Kok Rana Dieses Kok Ein Mitglied des Königshofes Oh Er hat uns alle gerettet War ich ein wunderschönes Huhn Ein wunderschönes Huhn Han Mich würde Mich würde die Liebe Ansicht eines Hans durchaus interessieren Kok Was ist Liebe für dich? Euch gerettet? Die zweite Prinzessin hat es mir klaut Rana Wie deutest du diese Worte? Nun Ich weiß nicht ob es Dann verwössle ich euch wohl Bock Bock Hieß Ihr lag bewusstlos vor der Taverne Und Sir Kok Nun Liebe sei Bock Bock Ist das so? Ich verstehe Naja ich war ja bewusstlos Du bist so weise Ja richtig Ja richtig Ich dachte es wäre euch berichtet worden In der Tat Ich habe Ich habe Ich habe Nun Ich glaube die Schneiderin braucht noch Sehr viel länger als ich dachte Danke Ich verstehe Und die Bewohner des Dorfes haben mitgeholfen Kok Kok Wir sehen uns heute auf der Burg Auf bald Deutlich besser Wie heiß ich Frau Hed? Nein Er hält so ein toller Hahn Nein Das sieht vorzüglich aus Ich sah besser aus Schön Nein Ich verfüge Hallo Gradio Rana Ja Rana der Waldgott Hat mein Flehen erhört Erneut Der Mehlbauer ist mit einem Ausschlag aufgewacht Ist dem so Und wird jetzt zum Tier so Ja Ach Der Waldgott lässt ihn zu einem Tier werden So tierisch sich sein Verhalten gestern gebarte Oh das sind ja wundervolle Neuigkeiten Was soll ich sagen Karma existiert So gibt es noch Gerechtigkeit In der Tat Richtig Das haben sie wohl verdient Sie haben einfach ihre stinkenden Füße in den Tempel gehalten Na wenn es nur die Füße wären Flaschen Richtig Welch stümpelhaftes Verhalten Das können wir nicht tolerieren Nein Auf keinen Fall Nun Ich habe eine Frage Wisst ihr zufällig wo das Liebesturnier stattfinden soll? Ist das in dem Schloss? Oh Im Schloss Ich denke auch Wir sollten uns vermutlich schon dorthin begeben Ja ich denke auch Bis wir dort ankommen Ein schöner Spaziergang Dauert es eine Weile Eine ganze Weile Liebe Liebe Lise Wo lauft ihr lang? Ah na kam mal vor Shana Und das Schloss ist dort vorne links Nicht wahr? Meine Orientierung Immer Nord-Süd Habt ihr denn vor Immer Nord-Süd Habt ihr denn vor An dem Liebestuell teilzunehmen Liebe Lise? Oder auch ihr Liebe Rana Ihr habt ja auch noch keinen Menschen an eurer Seite Nun ich lebe auch hauptsächlich in der Zukunft Ich fürchte es müsste ein Mensch aus der Vergangenheit kommen Um sich irgendwo in der Gegenwart zu treffen Ich wache auf und überall ist Geld Ah du bist doch nicht leise Ich kann damit gar nichts anfangen Oh Ist das besser? Nun ist es besser zu verstehen Ich danke euch Aber Rana stellt euch vor Ihr als Königin über Rastalot Unserem Königreich würde es so gut ergehen Ich Königin? Möchte keine Königin sein Denke ich Es geht um die Hand des Königs Auch Ebenfalls Richtig Ach du meine Güte Das hat euch total verdreht Oh Koko-Kinder lässt uns Geschenke Welch vorzügliches Hohn Oh Nun Alles wie immer in Rastalot Wie es scheint Du musst sie nicht aufsammeln Ich hoffe ihr habt gut geschlafen Sehr wohl Sehr wohl Ich hatte bei der lieben Lise genächtigt Da schläft es sich immer gut Froschkönigin im Märchen Können wir uns auch mal ausprobieren Ihr Keller ist etwas gruselig aber Ich hatte bereits das Vergnügen Oh Sehr schön Ach ja Nun äh Ihr begibt euch auch zum Schloss für das anstehende Wunderschöne Laterne In der Tat Für das Liebesduell Richtig Lese Für das Liebesduell Mhm Aber Sag mal Ähm Ja Ich verspüre da so Seltsame Schwingungen Siehst du das auch? Ich bin mir nicht sicher Ob das von Dir ausgeht Oder vom Meister Welch Schwingungen Ich weiß sie auch noch nicht zu deuten Aber Nun ja Schwingungen eben Nur letztes Jahr lud der Meister mich aufs Schloss ein Aber dieses Jahr scheint er alles vergessen zu haben Er hat ja auch an dem Pferdemist gerochen Wohl wahr Wohl wahr Kann man euch eventuell mit Kleidung aushelfen oder Warum hat die Prinzessin eure Kleidung? Weiß ich nicht Sie dachte ich habe Wörmer mit Klamotten drin und sie hat Sie hat meine Kleidung mitgenommen und ist abgehauen Ich kann nichts mehr Ich kann nicht in meinem Haus Nehmt mein Arbeit Das ist schon wieder unser nichtnutziger Nachbar Nichtnutzig? Wisst ihr was ich alles erlebt habe? Wie war euer Name noch gleich? Vorkibert Ach ihr seid der Herr Vorkibert Seid gegrüßt Seid gegrüßt Ich brauche Habt ihr vielleicht noch eine Hose für mich? Die Schneiderin hat bestimmt eine Hose Ich gehe da nie wieder in die Schneiderin ist verrückt Na dann Das klingt ganz nach Rastalot In der Tat Nun äh eure Freischwingigkeit Bitte verzeiht mir Ich müsste zum König Ich hoffe eure Kleidung taucht des baldigen wieder auf Ich war der Meinung er ist gerade erst eingekleidet worden Ah Welch Wonne euch zu sehen Ich hoffe euer Euer Nun was glaubt ihr Es ist großartig verlaufen Lieber Hanna Ich habe gerade gehört Dass der Maester wohl Lord Edwin heiraten würde Wenn er die Möglichkeit hätte Lord Edwin Ähm Glaube ich Was ich den Namen gerade nicht verwechseln Aber ja Ich denke Lord Edwin ja Weswegen? Naja ich fragte ihn Ob er sich vorstellen könnte Einen der Herrschaften heute Ebenfalls zu ehelichen Du weißt schon Wegen dem Liebesduell Und da meinte er Ach auf seine alten Tage Könnte er sich das wohl nur mit Lord Edwin vorstellen Aber das ist eher eine Bromance Oder war es Brotmaschine? Die Damen Ich kann mich nicht so genau daran erinnern Ich mag Brot Brot ist so lecker Brot ist Liebe Die liebe Hasel bringt mir ab und zu aus der Taverne etwas mit Du müsst wissen Sie arbeitet dort Von früh bis spät Sie ist so tüchtig Nun da weiß ich glatt wie ihr ihr verfallen seid Nehme ich an Ich weiß es schon gar nicht mehr um ehrlich zu sein Ich glaube mit der Zeit vergisst man das Ist das so? Der Grund warum ich Hasel verfallen bin Ich glaube ich habe diese Erinnerung verloren Ist das so? Oh liebe Seherin Ihr könnt nicht in die Vergangenheit schauen Nicht wahr? Leider nicht Nein Aber möglicherweise kann ja der Notar Das königlichen Hofes euch helfen Der hat durchaus die Möglichkeit in die Vergangenheit zu blicken Aber wenn ich vergessen habe wie ich die Liebe fand Woher soll ich dann wissen dass ich sie überhaupt gefunden habe? Nun liebt ihr eure Frau? Ja natürlich Dann wisst ihr auch dass ihr sie gefunden habt Ich habe meine Frau gefunden aber doch nicht meine Liebe Scheinbar Wir sollten dazu vielleicht auch nochmal den König befragen Der hat heute reich nicht zu verstanden Wenn ihr sie habt dann müsst ihr sie ja nicht noch finden Ja und erscheinlicherweise Will er ziemlich informiert werden Was auch neu ist Ich weiß aber nicht ob ich sie habe Aber ihr liebt eure Frau sagte die gerade Huch Huch entschuldige bitte liebe Lise Denkt ihr es findet dort statt Oder müssen wir in das Schloss hinein? Eine gute Frage Wir könnten die Wachen fragen Dort ist eine Bühne aufgebaut Oh ihr habt recht Es scheint mir doch als wäre dies der Austragungsplatz für das große Duell Oh wie schön wie prächtig Die Damen Guten Tag Nehmt ihr teil an dem Wettstreit der ausgerufen wurde? Nur aus der Ferne Nur als Zuschauer? Als Zuschauerin in der Tat Da gibt es ein kleines Problem Der König hat entschieden Dass ja nur adlige Personen im Thronsaal anwesend sein dürfen Alle Teilnehmer die nicht adlig sind Die sollen erst hier Platz nehmen Und dann später einzeln dazustoßen Insofern wird leider das Zuschauen für nicht adlige Mitglieder ein Problem werden Es tut mir wirklich leid Es war von mir anders geplant Gebe ich zu Aber die Weisheit des Königs ist natürlich unermesslich Unermesslich In der Tat aber wisst ihr Ich bin eine Seherin Ich sehe immer eine Möglichkeit Dinge zu umgehen Geht es euch nicht auch so? Meint ihr es gibt möglicherweise für uns drei einen Weg Das zu umgehen? Hm Hm Ich weiß nicht Wir sollten uns bestimmt an die Regeln halten Liebe Froschana Problem ist die Wache dort Und die Anweisung des Königs Und ich kenne nur dieses eine Tor Das ist eine Keine Schwierigkeit Ich kenne auch kein Tor Er steht vor mir Oh kleiner Scherz Doch ich sehe eine Möglichkeit Indem ihr einfach sagt Ihr würde teilnehmen wollen Und dann Kommt ihr einfach dann mit rein Und Tut so als ob ihr es vergessen habt Oder so Das ist doch ein Zeichen des Himmels Du musst dran teilnehmen Du musst deine Liebe finden Ich denke der König möchte nichts von mir über Liebe hören Liebe Dragonia Du bist die Heilerin Vielleicht kannst du sein Herz Ajo aber ich bin doch auch heute Stimmenschwankung Ich sollte mit meinen Stimmschwankungen wirklich nicht vor den König treten Er wird durch die Schwankungen durchblicken und in dein Herz Und erkennen was für eine großartige Frau du bist Möglicherweise ist das euer Tag heute Oder Dein Tag sein Werder Herr Steinikus Habt ihr schon eine Begleitung für diesen Anlass? Könnt ihr drei reizende Damen als Begleitung für einen solch prächtigen Anlass abschlagen? Ich würde folgendes sagen Wir warten mal ab wie viele jetzt hier überhaupt teilnehmen wollen Und wenn hier sowieso kaum jemand kommt Dann ließe sich das sicher irgendwie organisieren Ich glaube es kommen ganz schön viele Ich denke doch auch Meine Dame Wollt ihr teilnehmen? Als Wettbewerber oder Zuschauer? Nun liebe Lese Ich denke das nennt man das was man klassisch als Cop bezeichnet Nicht wahr? Magister? Mit Körben kenne ich mich aus Ich habe einige in meinem Haus Darf ich kurz Ihren Namen wissen? Ja Eleonora von Flatterberg Dann können Sie schon mal in den Thronsaal hinein Vielen Dank Ja meine Damen Das ist mir äußerst unangenehm gebe ich zu Oh das liegt nicht in eurem Macht Vielleicht sagt man es auch mal spielen lassen Wie der Herr Oku Ich denke nicht liebe Dragonia Braucht ihr noch eine Tochter zufällig Herr Steinikus? Ich bin leider auch nicht adlig Ich verstehe Ich dachte ihr werdet Teil der Hof Ja ich bin Die Garde ist in der Regel auch nicht adlig Wie auch immer ich bin hier auch nur ein Bediensteter Wenn auch ein höher gestellt Ich nehme nicht teil Ich organisiere hier nur ein bisschen mit Ach verstehe Aber gebt euch gerne Ich sehe es allerdings als gemaltes König Warum auch nicht? Dragonia scheint jeden als gemaltes König zu sehen Kann das sein liebe Dese? Nun fühle ich mich auch nicht mehr besonders Naja ich gönne jedem den wundervollen Stand Wie auch immer wir haben hier einen schönen Bankettplatz vorbereitet Es gibt zu trinken und zu essen Ach wie schön Sofe ist schon hier Also vielleicht kann man den Abend dennoch genießen Ich denke doch Und vielleicht können ja diejenigen die teilnehmen und hier warten schon mal ihren Vortrag üben Und dann bekommt ihr auch etwas mit Ja Oh Und Sofe Deliana wird euch sicher bewirten Ja auf jeden Fall Vielen lieben Dank Falls sie was braucht Ich freue mich auch euch wieder zu sehen Zu freundlich Ich freue mich auch euch wieder zu sehen So suchen wir uns einen Tisch Das klingt nach einer wundervollen Idee Wie geht es euch? Mir geht es sehr gut Und euch? Sehr freut das zu hören ebenso Nun Was wären Warum habt ihr dich teil, werte Zofe? Das wäre doch eine vorteilhafte Partie, wenn ich das so sagen darf Für die Also die Prinzessin heiraten? Na oder den König Ja Ich setze mich neben dich Nächste, Lana Ich werde einmal kurz in mich gehen Um mir Gedanken darüber zu machen Ob ich an dieser Sache teilnehme oder nicht Das klingt nach einer wundervollen Idee Vielleicht könntest du auch einmal die Geister befragen Ob es eine gute Idee ist Das werde ich tun Ich denke, da ist jemand besser Chat, sollen wir sie ermuntern Daran teilzunehmen? Das ist wirklich so Oder ist es das, was ihr euch einredet, werte Zofe? Denn mir ging es auch sehr lange Null Mann, ich will das mitkriegen Ich habe dem doch Dem Herrn Astibald gesagt Dass er geistreich Unterstützung bekommt Und ich glaube, wenn alles noch planen läuft Wird es richtig, richtig funny 100% Aber ich will sie doch mit dem Meister verkuppeln Klar, mutig voran Sollen wir auch mitmachen Ich könnte als Seherin sagen Liebe ist Zukunft Möchte das doch sowieso raus, warum? Und hallo Gravity Ja, die Geister befragen, uns die Richtung Meister lenken Ja, oder? Dachte ich halt Warum geht das mit dem Meister nicht? In der Tat Wollen Sie sich zu uns, Gesellen? Seid gegrüßt, ja Sehr gerne Seid gegrüßt? Wie geht's euch? Ja, mir geht's gar prächtig Wie geht's euch? Ebenso, ebenso Wollt ihr auch an den Festigkeiten teilnehmen? Ja, ich möchte mir das mal anschauen, ne? Es passiert ja sonst nicht viel heute Hm, anschauen Also nicht teilnehmen, richtig? Ja, ich bin jetzt nicht der Mann Äh, der großen Liebesworte Wie ihr vielleicht vorhin erlebt habt Nun Ach je Liebe ist schon eine schwierige Angelegenheit, fürchte ich Sag mal, ich habe ja eine etwas diskretere Frage an euch Nun Mir wurde zugetragen Dass die Raute uns vorhin bei dem Ritual belauscht hat Und dass die Raute scheinbar etwas gegen diese Art von Rituale hat Wisst ihr da etwas? Hm, bislang nicht Allerdings kann ich sagen Dass Nun ja, wie soll ich das am besten ausdrücken Ich glaube nicht an die Götter An die die Raute glaubt Und Ja, und nur Menschen, die Wie soll ich sagen Man fühlt sich ja nur auf den Schlips getreten Wenn man ertappt worden ist, richtig? Ich fürchte Wenn sie etwas gegen solcherlei Rituale haben Dann, ähm Scheint das Wesen des Unguten eher bei ihnen zu liegen Nun, liebe Lise Nun, was sagen die Geister zu meiner Teilnahme? Ich sehe dich durchaus in einem Kampf der Liebe kämpfen, liebe Lise Ich kann dir nur nicht sagen, ob es der heutige Kampf ist Ob du glaubst, dass das der richtige Weg für dich ist Obliegt deinem freien Willen und deine Entscheidung Okay Okay, ich verstehe Habt Dank Wie sind deine Gefühle dazu? Fühlt es sich für dich richtig an, teilzunehmen? Ich habe Angst vor vielen Menschen zu sprechen Nun Bei der Liebe Kann es sich auch durchaus um mehrere Menschen handeln, hast du recht Aber in diesem Fall geht es ja nur um eine Person Nun, aber ich müsste etwas über mein Innerstes offenbaren Und was weiß ich schon über die Liebe zu berichten Nun, du hast mir heute Morgen so weise Kunde über die Liebe überbracht Habe ich das? Erinnerst du dich nicht? Ich muss an dem Pferdeäpfeln geschnüffelt haben Du sagtest, wenn ich mich recht erinnere Liebe ist Glücklich zu sein, wenn der jeweils anderes ist Ist hier jemand dabei, der entschuldigt? Guter Mann, wollt ihr aktiv am Wettbewerb teilhaben? Teilnehmen? Oder seid ihr nur schaulustig? Das würde mich überraschen Ja, ich habe das Problem schon in Darm erörtert Der König hat bestimmt, dass nur Adlige dauerhaft im Thronsaal sein können Das einfache Volk kann hier feiern und Teilnehmer werden dann aufgerufen Insofern müsste die Schaulust mit Bier etwas befriedigen Das macht nichts Bier ist schon mal ein Anfang Wunderbar Auch eine Form der Liebe, nicht wahr? Ja, richtig, ja Durchaus Liebe geht ja auch durch den Magen, heißt es Richtig, liebe Lese, möchtest du etwas trinken? Oh, sehr gerne Ich versuche uns mal etwas zu trinken zu besorgen Sag Dank Ja Weshalb nehmt ihr nicht teil? Wer fragt das? Ja, ich bin kein Mann, großer Liebeswort Der König hier Tja, Ufi Ah, ich setze mich mal zu dir Ich kenne mich wenigstens Ja, ja Hallöchen Ja, selbstverständlich Alle anderen bitte einmal Platz nehmen Ähm, werte Frau Ich hätte gerne etwas zu trinken Ich weiß nur und ich bin mir nicht sicher, wo ich das beschaffen kann Und ob es mir überhaupt erlaubt ist, an die Fässer dort hinten heranzutreten Ich habe mich auch extra noch umgezogen, nicht? Dass ich nicht mit dem blutverschmierten Hemd hier ankomme Vielen Dank Wacht doch, wacht doch Hör, ich habe mir sogar eine neue Hose geholt, nicht? Nun, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt Naja, nur leide ich heute unter Stimmschwankungen Und ähm Ich weiß nicht, ob ich mit Stimmschwankungen vor den König treten möchte Stimmschwankungen? Stimmschwankungen, ja Ja, hab Dank Manchmal rutscht es aus mir heraus Es ist nicht kontrollierbar Das klingt abenteuerlich Ich kannte ja ein bisschen Stimmschwankungen Ich bin mir nicht sicher Ob jemand einfach die Sachen aus meinem Inventar wieder hinkommt Ach nee, ich mein Inventar ist voll Ja, ich bin die Heilerin Ich hantiere öfter mit Kräutern und Dingen Das ist mir nicht erfüllt Da geht manchmal etwas schief Oh, Bruder Gaius Ah, ich grüße euch Darf ich mich setzen? Sehr gerne Ein bisschen die Zeit vertreiben, bis hier alles losgeht Nun könnt ihr uns etwas über die Liebe erzählen Oh, tatsächlich nehme ich als Teilnehmer teil So Wagen, dass ich verhört werde Wollt ihr euren Richtig, wollt ihr eure Worte bei uns üben Richtig Wir können euch mit Rat und Tat zur Seite stehen Oh ja Ich sag mal so Also ich habe weder ein Lied noch ein Gebet noch irgendwas in der Hinsicht vorbereitet Ich habe vor, aus tiefster Seele zu sprechen Und ich muss gestehen, ob mir das zweimal in der Hinsicht gelingt, weiß ich nicht Das verstehe ich Aber Liebe verändert sich doch nicht, nur weil man es ausgesprochen hat Freut mich, dass ihr meinen Garten euch so wohl fühlt Vielen herzlichen Dank Ja, natürlich, ich wohne dort drüben in dem Anwesen Natürlich ist das mein Garten Sehen die Fässer immer hier rum? Ne, normal ist das hier alles aufgeräumt und sauber Aber ich weiß nicht, der König hat entschieden, über Nacht eine Betonplatte zu ließen und Tisch und Schüder aufzustellen Oh, ein Bier wäre auch was Feines Das hatte ich schon lange nicht mehr Ah, so ein schönes, kühles Bier, das ist doch herrlich Vielen Dank Liebse Rana, ich denke, ich werde an dem Bettstreit teilnehmen Oh, das freut mich zu hören Sehr gut, dann könnt ihr auch gleich üben, oder? Wie aufregend Ich möchte ungern üben Bitteschön Herzlichen Dank Oh, hier gibt es sogar Bedienungen Könnte ich auch noch ein Bier haben, bitteschön? Ja, klar, natürlich Einfach schreien, wenn man was braucht Ja, ich habe sogar noch ein Bier im Schub gewonnen Also ich habe geguckt, leider sind die Bierdinger alle leer Oh, den nehme ich Was? Bitte Das ist ja kaum voll Wer zählt das? Der redet dort so schlecht über mich Ich fürchte meinen Nachbar, wenn ich mich recht erinnere Oh, ich könnte noch mal nachfüllen, es tut mir leid Der Herr Müller Bitteschön Das wäre schon nicht verkehrt, vielen, vielen Dank Nun Da bin ich was anderes gewonnen Äh, äh, äh Haben Sie hier ein Bier? Ich bekomme gerade eins Habtank, habtank Meine Damen und Herren Ist hier noch jemand anwesend, der sich nicht bei mir angemeldet hat Als Teilnehmer des Wettbewerbs Nicht als schaulustiger Ja, meine Wenigkeit, meine Wenigkeit Meine Wenigkeit Ich habe mich auch nicht gemeldet Sekunden, ich komme Dann machen wir das jetzt alles der Reihe nach Bitte kurz hier anstehen Ah, ich weiß nicht Vielen, vielen Dank Dankeschön Nun, nun, der Gaios Habt ihr euch schon angemeldet dort drüben? Äh, ja Ich habe mich direkt bei Herrn Steinikus angemeldet Vorbildlich, vorbildlich Oh ja Ich bin sehr gespannt, wie das alles vonstatten wird Eine kurze Ansage noch Es wird folgendermaßen ablaufen Zuerst wird der Adel im Thronsaal versuchen, die Frage zu beantworten Solange müssen die Herrschaften hier draußen warten Dann werde ich sie aufrufen und dann seid ihr an der Reihe Insofern genießt das Essen und Trinken bis dahin Ähm, bis es dann losgeht Wie ist das mit Zuschauern? Es wird einen Augenblick dauern Nun Zuschauer Zuschauer Ja, das ist ein kleines Problemchen Der König hat entschieden Dass die Veranstaltung etwas anders ablaufen wird Dass nur der Adel zuschauen darf Beziehungsweise die Teilnehmer selbst Alle anderen sind herzlich zu Bier und Essen eingeladen Aber Ihr müsstet ansonsten die Teilnehmer bitten Hier schon mal einen Teil ihrer Vorführung zu präsentieren Auf jeden Fall Als kleine Entschädigung Aber Was war noch einmal die Frage des Wettstreits? Dann trink und ess ich einfach mehr Gute Frage Das mach ich Prost Erstmal Hey, was ist hier los? Entschuldigung Das macht nichts Braucht ihr noch eins? Äh, Bruder Oh ja, mein Becher ist leer geworden Oh, da ist er schon Ja, hab ich's gemerkt Inhalte befindet sich auf meiner Hose Äh, warte mal Gebt mal den Krog Ich fülle die Auge Nehmt gerne Platz Das dauert, dass es wieder ewig ist Bis da hier die Bedienung kommt Nun Also das Ding ist halt Ich hab ja auch nur eine Nachricht an den König, ne? Ja, du musst gar nicht viel machen Also Könnte ich quasi mich anmelden Einfach nur um dem König Das Vorauszusagen Ich danke euch Prost Auf euer Wohl Prost Auf die Liebe So ist das So ist das leider Ich Nun Eigentlich wollte ich nicht teilnehmen Ich ähm Sehe mich nicht teilnehmen Und ich bin ja die Seherin Aber Aber Oh, Worte Oh, höre liebe Worte In der Tat Hallo, 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 vater Ich meine, Oberposten war Ich weiß noch viel sehr laut ist Aber gut, ich versuche in mich zu gehen Ja, also mir tut jetzt auch alles Hast du dich gut vorbereitet? Nun Die Folge von Worte Hast du noch Ich mag sich ja daran zweifeln, dass ein Priester der heiligen Raute eine Antwort auf die Frage weiß Ja Das ist vermutlich Ich erwarte jetzt, dass ich über meine grenzenlose Liebe zum heiligen Longshake spreche Doch Dem ist Nicht so Tatsächlich hätte ich euch die Antwort nicht sagen können Als ich noch bei meinem Vater auf der Burg in Fernadlot war Mein Vater empfand wohl keine Liebe Als er mir meinen Titel nahm, als wäre es ein Spiel Omer den Erstgeborenen, der einem nicht gefällt Einfach zur Kirche schickt Ein Schande Und als ich nach Rastalot kam Und dachte, dass meine ganze Hingabe nur dem heiligen Longshake gilt Da fuhr ich einen Zustand, erfuhr ich einen Zustand, den ich vorher nicht kannte Bis in der Kirche der blonde Mann mit dem Zweihänderschwert kam Und auf mich ein Im Angesicht des Todes, als mein Herz knapp verfehlt wurde Ich wollte keine Geheimnistuerei sein, aber ich will einfach keine Offenbarung Ich sah weder Gold noch Einfluss Ich sah nur, ich sah nur sie Oh, es kam lustig Ich habe gehört, dass es wohl losgeht Oh, aber kurze Frage, kurze Frage Hat die Kirche was gegen Zehren? Diese Frage wurde kürzlich im Königshaus erörtert Das müsste ich mit Vater Valentin mal besprechen Also ihr habt euch jetzt gute Dienste geleistet, meiner Ansicht nach, gegen den Dämon Richtig, richtig Zuerst wird der Adel vortragen, dann werden wir alle Teilnehmer, die ebenso vortragen wollen Der Typ, der ist der einzige Läufer, der von den ganzen Rauten hießt, der wohl einigermaßen normal steht Gute Raute, gute Raute In dem Fall, ja, aber ansonsten eher schlechte Raute Schlechte Raute, schlechte Raute Jubel, der König Der König, der ist wunderschön Ja, der König Ja, man nennt mich auch den Schönig So, nun, hört aber zu Ich habe etwas zu verkünden Und zwar Ruhe! Geht woanders lästern Jubel! So, verzeiht Also, ich möchte euch nur wissen lassen Ähm, das, äh, wartet kurz Was, was wollte ich, weiß Achso Ähm, die heilige Raute Da, äh, haben sich gestern Dinge zugetragen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt Das, äh, war natürlich mal wieder die Schuld eines Dämons Wie Jedes zweite Messgeschick, was hier passiert Doch ich habe mich gekümmert Und, äh, jenen besessenen Gegenstand, der schuld war, vernichtet Wie immer, ich kümmere mich immer um euch Ihr wisst das Jubel! Oh, ich wollte nur sagen, wir bedanken Oh, unser König Auf den König Auf den König Und die heilige Raute ist, äh, absolut, äh, ähm, äh, dufte So, nun Naja Das wusste ich So, lass uns beginne ich Natürlich Weiße Worte Weiße Worte Wuhuuu Hört, hört Es waren alle Worte Gott sei Dank Alle Mitglieder Tolle Rede, tolle Rede Für deine Worte Alle Mitglieder der Adelshäuser können jetzt folgen Alle anderen bitte hier warten Vielen Dank Ja, saufen, ja So habe ich wohl die Anmeldefrist verstreichen lassen Oh nein, liebe Lese Aber, wenn du zögerst, scheint das auch nicht das Richtige gewesen zu sein Ich habe, es tut mir, wenn jemand was zu trinken kauft, meldet sich bei mir Ich habe, dass ihr gerade meinte, ihr habt die Anmeldefrist verpasst Es gab gar keine Anmelde Ich habe schon gehört Ich habe dann, der Herr vom König wird gleich wiederkommen und sagen, jetzt können wir kommen Und so kann auch das einfachere Volk kommen und, äh, am Wettbewerb teilnehmen Er wird sagen, wir dürfen kommen Wo wollen wir uns denn das? Sozusagen Wenn ihr es wünscht Kreise den König Kreise den König Wir haben schon wieder Blutmund, liebe Lese Ich habe Sehr gut, sehr gut Ich kann es kaum abwarten Nun Rana Das ist eine gute Frage Nun, ich fürchte Oh Oh Durchaus doch In der Tat, ich verstehe Ich habe sowieso noch eine, eine Vision gehabt bezüglich des Königs Ich weiß noch nicht Seien Sie nicht allzu streng Wissen Sie, ich habe auch noch ein Jäckchen dazu geholt Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht Ich meine, ich könnte mich anmelden Oder mit hineingehen Und sagen, ich habe Kunde der Liebe zu tun Und dann mache ich jetzt eine Weissagung Wäre das nicht etwas dreist Und es wäre effizient Nun Wir sollten noch etwas trinken, liebe Lese Klopfen Ich meine, ich trage das, was Mutter Natur mir gegeben hat Blätter Oh, Entschuldigung Oh, Rana, warum? Das ist nicht so schlimm Wir haben hier genug Alkohol Ich, ähm Fürchte so langsam, habe ich vielleicht doch zu viel Durchaus Rana, ich würde einmal zur Burgwache gehen Und fragen, ob Sie etwas mitbekommen haben Das ist eine gute Idee Folgst du mir? Ja Klingt gut Ah, mich herr Ballotomie aus Oder Dietmar Ich reise und die Masken nie erkennt Oh, ich hoffe Liebe, liebe, liebe Ich glaube, jeder dort würde Ein Liebeshoroskop Kaufen Oh Das stimmt Ich habe mir bisher noch keine Möglichkeit gegeben, euch zu vertrauen Kein Anlass Rana Ich habe das Gefühl, meine Beine tragen mich schneller als dich Das, äh, kann sein Seid gegrüßt Seid gegrüßt Seid gegrüßt Wir hätten eine Frage Ja, bitte Äh, am Brett vor dem Ratshaus stand etwas von einem verschwundenen Zepser des Königs Ähm, davon weiß ich tatsächlich nichts Oh Euch ist also heute Nacht nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Irgendjemand rausgegangen, ist reingegangen Nichts Ungewöhnliches? Ich habe tatsächlich nicht die Nachtschicht, deswegen bekomme ich da nichts mit Ich habe die Nachtschicht Oh, ich verstehe Nun, wer hat denn Nachtschicht? Äh, das sind die Kollegen, die jetzt schlafen Das ergibt erstaunlich viel Sinn Nun Nun Lieber Rana, ich fürchte, hier kommen wir nicht weiter Du hast wahrscheinlich recht Das stand unten am Brett Das werde ich für die Waffe einfach bei mir lassen Und rausgehen Oh gut, ich werde mich mal erkundigen Oh, vielen Dank Wir werden weiterfragen Ja, danke für die Information Huch Huch Das war fix War das der Herr Astibald? Das war der Herr Astibald Ja, das war Vielleicht sollten wir Steinikus fragen Er weiß dazu gut über alles Bescheid In der Tat, eine hervorragende Idee Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel mehr Vertrauen Denn das wäre eine sehr, sehr böse Aber wahrscheinlich ist der hineingegangen Immerhin hat er dieses ganze Proparatori Brumsi Brum Veranstaltet Nun Meinst du, es gibt wirklich keine Möglichkeit Auch so hinein zu gelangen? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie Und ich widersetze mich dem König Eine ungern rollende Köpfe und so weiter und so fort Nun Mein Steinikus scheint wohl wirklich hineingegangen zu sein Hm Wir könnten uns auch Im Lauschen versuchen Im Lauschen? Was möchtest du lauschen? Wir tun so, als würden wir spazieren gehen Und Ja, wer weiß, ob es wirklich schnulzige Worte sind Lasst uns spazieren gehen In hinten Eine gute Idee Sie haben gesagt, sie sind Sie haben adliges Adliges Blut? Adliges Blut Was das wohl zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht Ich kann mir vorstellen, dass die Wachen schon etwas wissen Du meinst die Stadtwache? Bestimmt Die sind doch immer überall und nirgendwo Ja, wohl wahr Vor allem nirgendwo Ansonsten Hm Wüsste bestimmt nur der Maestro über das Zepter des Königs Bescheid Oh, da sagst du etwas Aber weißt du Oder die Prinzessin dann Richtig Was ist dort hinten eigentlich drin? Sind das die Stallungen? Wo genau? Dort? Dort oben, die Tür Die Türen Das ist die Das sind die Unterkünfte der Burgwache Wenn mich nicht alles täuscht Und gibt es einen Weg durch die Burgwache in das Schloss? Ich glaube nicht Schade Ich glaube, ich höre die Stimme Desjenigen, dessen Haus heute früh Voller Pferdemist war Wo? Nun In dem Stimmgewirr Dort drüben Guten Tag Zeit gegrüßt Nun Rana So, lass uns noch ein paar Nachforschungen anstellen Ich würde einmal ganz kurz Die Pferde kontrollieren Ich kann mir vorstellen Dass Mami möglicherweise unter ihnen ist Oh, ich folge dir Ist Mami immer noch nicht aufgetaucht? In der Tat Sie ist immer noch verschwunden Der weiß es ja Apfel Vergeltung Joe Hm Sieht nicht so aus, als wäre Mami unter ihnen Da hast du wohl recht Doch Sie ist hier Oh Mami Wer hat dich zum Schloss geritten? Da hätte ich lange suchen können Bestimmt hat der Maester sie geliehen Das kann gut sein Ich muss nur daran denken, sie später wieder mitzunehmen Das noch immer Oh, ich danke dir Verzeih, dass euer Mann natürlich in der Burg den Kundisten aussucht Dein Herr ist gerade mit diesem Pferd hergeritten Oh, wir sind nicht verheiratet Oh, dann verzeiht So, wer hat unser Pferd gestohlen? Es war ein Mann mit Oberlippenbart Mit Ober... Rana? Ah, ihr Nun, ich, ähm Ich weiß nicht, wer das sein könnte Aber ich habe mein Pferd heute Morgen bei der Stadtwache vermisst gemeldet Ich bin froh, dass sie wieder da ist Möchtest du keine Anzeige stellen? Gegen Unbekannt? Oh, es war der Herr von Angerius von Weberlichen Oh, Angerius Angerius von Weberlichen Die Weberlichen, sie benehmen sie Die Weberlichen sind für derlei bekannt Liebe Rana Dann werde ich Anzeige erstatten Eine gute Idee Vielen Dank für die Information Es hat uns sehr geholfen Sehr gerne Sie wissen nicht zufällig auch noch etwas über das Zepter? Für was? Über das Zepter des Königs? Nein, leider ist mir das nicht bekannt Schade Trotzdem vielen lieben Dank für ihre Hilfe Sehr wohl Ebenso, ebenso Ebenso Sag, liebe Lise Du hast nicht zufällig einen Trank bei dir, der unsichtbar macht Einen Trank, der unsichtbar macht? Nein Schade So hätten wir uns in das Schloss Schleichen können Sobald die Tür sich öffnet Lieber Rana, möchtest du so sehr etwas über die Minne hören? Eigentlich nicht Ich fürchte nur, ich habe Grundsätzliches Interesse an eigentlich nur den Worten einer Person Ähm Weil ich eine Vision hatte Und in dieser Version war das doch durchaus Komödiantisch Nun, vielleicht Ich verstehe Nun Nun, ja Ich fürchte Das wird sich dann im Gespräch später mit den anderen ergeben, denke ich Das dort drüben sah schmerzhaft aus Oh, möglicherweise wird eine Heilung hinten drin gebraucht? Solange sie nicht nach mir rufen Ist es das, was diese Wachen unter Spaß verstehen? Möglich Sie scheinen keine Hilfe zu benötigen In der Tat Ihr habt gerade auf mich geschossen, richtig? Nun, was hältst du davon, wenn wir Ich weiß nicht Ich fürchte, wir werden nichts sehen können Von dieser Veranstaltung Wenn wir zu Für dich gar ungewöhnlich Wenn wir zu den Hasslingern gehen Und nach weiteren Auskünften fragen Zu den Zeptern Bezüglich des Zepters, meinst du? Möglich Eine gute Idee Nun denn So ist es beschlossen Ich werde Mami mitnehmen Naja Nimm du Mami Ich gehe zu Fuß Sollen wir noch eurer Schwester Bescheid sagen? Achso Warum nicht? Der Herr In der Mitte von diesem Tor, oder? Ja Gut, dann werde ich Ja, dann werde ich Mit dem ein Gespräch führen Dankeschön Siehst du sie? Ich kann sie nicht sehen, Ted Ich sehe die Apfelbäuerin Sie kennen sich mit Hühnern für gewöhnlich aus Siehst du Tragonia? Leider nein Ich sehe die Apfelbäuerin Vielleicht ist sie schon hineingegangen Das wäre möglich Alle Hühner stammen in irgendeiner Form von da Nun, so lassen Sie es Zu den Hustlingern Zu den Hustlingern Eine vorzügliche Idee Ja, sehen Sie Da hätte ich doch gerne Einmal von Ihnen gerutscht Was sie verschuldigt Chat, hat jemand von euch Den Auftritt von Astiwald mitbekommen? War der schon? Oh, du bist so schnell Ich kann gerne langsamer reiten Meine Damen, ich habe Kontakt Tatsächlich etwas in Erfahrung bringen können Oh, wirklich? Er hat sein Zepter bereits wieder erhalten Oh, ich verstehe Welch Freude Nicht wahr? Nun, das ist schön zu hören Wir danken Ihnen für die Auskunft Sehr gerne Nun, liebe Lise Dann hat sich das mit dem Zepter wohl erledigt Und mit der Belohnung wohl ebenso In der Tat Wir könnten trotzdem zu den Hustlingern reiten Und nach weiteren Geistern fragen Vielleicht sind noch welche in der Umgebung Geistern? Oh Liebe Rana, ich habe eine Idee Dragonia sucht sie doch nach dem perfekten Platz Für ein Picknick In der Tat Für ihren Jahrestag mit Hassel Wäre es zu vermessen Die Geister dort um Hilfe zu bitten? Wäre es schon mal so ein bisschen fragen Ob sie so ein bisschen was dekoriere So ein wenig vorbereiten könnten? Oh, das ist eine schöne Idee Nicht wahr? Ich frage mich allerdings Wo das Zepter wohl war Und wer es entwendet hat Und wo der König es vergessen hat Richtig Wir könnten auch Weiter Oh, das Zepter wurde schon wieder gefunden Hat uns soeben die Schlosswache gesagt Richtig Das dachten wir auch Sehr gerne Da war er wieder neugierig Der Rhinothor Wollte er wieder wissen Was passiert ist Oh Das wäre sehr freundlich Hab Dank Bis zum Marktplatz Ach, er ist ein Galant Zu Marktplatz Sortiert mein Pferd Aber Reiten ist immer noch buggy Ich weiß nicht Wie das bei den anderen aussieht Aber Reiten ist hier wirklich Einfach richtig wild Was ist das? Ich glaube, das ist bei ihm genauso, oder? Ach der Scheiße Sieht bei uns so aus Wie bescheuert Und so holt man sich dann so ein Pferd Boah, ja Jetzt bin ich aber ein bisschen unschlüssig Was wir überhaupt machen sollen Also man könnte noch die weiteren Geister aussuchen Und Wir könnten auch das Haus der Schneiderin aussuchen Ganz normales Pferdeverhalten beim Reiten Ich schätze, Rast erkennt da verschiedene Terran-Texturen Und bugt da wie An einem Berg oder so Das kann natürlich sein, ja Gibt es im Original Rast eigentlich Pferde Oder sind das eigentlich andere Dinge mit dem Skin-Trober? Ich habe keine Ahnung To be honest Habe ich fast noch nie gespielt Ja Das ist der Schneiderin Ja, ich wäre schon interessiert Ach wie schön Ich musste leider im Schritttempo weiter reiten Mir ist doch durchaus sehr schwindelig geworden Ah, ich verstehe Wo wohnen die Hasslinger noch einmal? Nun, ich glaube dort, wo die Erinnerst du dich an den Ich glaube hier links Links? Ja, dort erinnerst du dich Wo der Kampfplatz war? Oh, deine Schwester Nach dir haben wir gesucht, Dragonia Ah, Dragonia Wir haben nach dir gesucht Ich habe auch nach euch gesucht Was wäre es total? Glücklich Ja Äh, stellt euch vor Oh, stellt euch vor Tut das, tut das, gerne, gerne Ah, aber wir sollten nicht belauscht werden Ich bin Cornelius Cornelius Klotz Oh, ja Der Fleischstand da vorne ist meiner Zu den Hasslingern? Ja, ja Zu den Hasslingern Ich habe euch eine Geschichte zu erzählen Oh, wahrlich Eine Geschichte? Ja, ja Erzähl 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 Äh, genau Ihr erinnert euch doch noch daran Dass ich Schulden bei der Schneiderin hatte, nicht wahr? Ja, die haben wir alle Ich habe es Nun Ich habe mich jetzt mit meinem Nachbarn darauf eingelassen Dass er meine Schuld begleicht Als Zeichen des Vertrauens Wirklich? Im Gegenzug beantrage ich keinen neuen Nachbarn beim Rathaus Ist das nicht großartig? Das ist wirklich großartig Wer ist dein Nachbarn? Der Herr Fluchel Ich habe Fragen Sollten wir es aufsammeln? Es ist unverantwortungsvoll Voll, die hier liegen zu lassen Stimmt, in der Tat Ich wüge, meine Taschen sind voll Oh, da war ein Kartoffelsalat dabei Oh, wie schön Ich habe mich verguckt Es waren nur Samen Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, richtig Nun Und im Zuge dessen Haltet euch fest Mein Haus war gar nicht von Würmern befallen Und es war auch nicht das Hausfeind schuld Scheinbar hat jemand absichtlich Einfache Maden bei uns In der ganzen Wohnung verteilt Um es so aussehen zu lassen Als wäre es von Würmern befallen worden Wie schreckt das Das war wahrscheinlich die Schneiderin, nicht wahr? Tatsächlich steht sie unter Verdacht Es gibt nur keine Beweise Aber ich kann euch versichern Dass das Rathaus und der Verantwortliche dort Ich habe seinen Namen vergessen Schon auf der Suche sind Und dem Ganzen auf die Sprünge helfen Ist das nicht aufregend? Oh Ihr habt recht Hallo Hallo Seid gegrüßt Wie war die Veranstaltung? Wart ihr dort? Was war das für ein Geräusch? Hat jemand gebellt? Ich habe gehext Ich fürchte Ich fürchte Der Alkohol spricht noch aus mir Oh Oh Gott Oh Ihr habt zu viel War die Veranstaltung schön? Sie war recht unspektakulär Da wir nicht teilnehmen durften Der Pöbel hatte keinen Zugang Ach Schade Ich habe mir sowas in Schade, schade Also Konntet ihr denn was speisen und trinken? Wenigstens das Immerhin gratis Speis und Trank Das ist ja wundervoll Ach ja Ich bin ein bisschen mit Beblasius rumgegangen Oh naja Ich habe auch gute Neuigkeiten für dich Liebe Hasel Ich habe es gerade schon Rana und Lisa erzählt Beblasius ist gar nicht daran schuld Dass wir einen Wohnbefall hatten Ich wusste es Aber woher weißt du es nun? Das hat der Mensch im Rathaus mir gesagt Tatsächlich haben sie dort herausgefunden Dass jemand absichtlich Maden in unsere Wohnung gelegt hat Um es so aussehen zu lassen Als wäre unser Haus befallen Ich wusste es Es war die Schweinerin Die Schweinerin Es war die Schweinerin Es war die Schweinerin Richtig Ach doch meine Güte Selbst das Pferd ist empört Wie empörend Und Daddy Ja Mami So ist es Ja Ja also Mit der Schneiderin Also muss ich auch nochmal Ein ernstes Wörtchen reden Nun ich fürchte Sie hat eine sehr dunkle Aura Mich noch nicht Bitte? Wie bitte? Bis später Was? Was ist mit Haseln los? Was? Habt ihr sie verstanden? Was hat sie gesagt? Irgendwas mit? Ich hab sie nicht verstanden Sie kennt mich noch nicht Hase magst du nicht mitkommen? Nun liebe Dragonia Ich sag es äußerst ungern Aber Ich sehe auch bei eurer Frau Eine Sehr dunkle Aura Naja sie hat ja auch schwarze Haare Ja daran wird es bestimmt liegen Warum reiten wir denn gerade Zu den Haslingern Nun wir hatten gedacht Wir greifen die etwas unter die Arme Und wollten die Haslinger Nach weiteren Geistern befragen Die uns möglicherweise Helfen könnten Um Ja sagen wir Bei Liebesding Unter die Arme zu greifen Mir bei Liebesding Ja Dir bei den Picknick für morgen Oder hast du schon Einen geeikerten Platz gefunden Oh nein genau Wie aufmerksam von euch Richtig Ich wollte mich doch so gleich Auf den Weg machen Ha Oh aber das ist eine sehr gute Idee Die Haslinger zu fragen Tatsächlich versteht sich Hasel sehr gut mit ihnen Natürlich tut sie das So langsam Nun Wir mussten nicht mehr Klassen Wir sind Ihr habt geredet Auf der Türschwelle Ich bin nicht trau Nun Daran wird es bestimmt liegen Ähm Irrenwerte Frau Wir haben eine Frage Und zwar Sind wir ja nun schon Mehreren Geistern Begegnet Und wir wollten euch Fragen Ob ihr noch von Weiteren Geistern Gehört habt Es gibt sicherlich Mehrere Naturgeister Auf dieser Insel Das ist nur zu erwarten Wenn Magie Durch das Land Zickert Und Geister von Toten Halten sich auch gerne Aber ich habe jetzt Keine Volkszählung Im Jenseits gemacht Ist Torbens Geistern Entweder Etwa auch noch Existent? Wer ist Torben? Ihr habt Torben Vergessen Ah Ihr habt Dem Untoten Einen Namen gegeben Mein allerbester Freund Der In der Arena Hinter diesem Haus Wieder zum Leben Erweckt wurde Aber er scharf Dann kommunizieren Dort wo nicht allzu viele Menschen sind Und die Naturkräfte Stark Am Wasser In den Bergen Im Sumpf Solche Orte Oh Ich war noch gar nicht Im Sumpf Vielleicht gibt es dort Eine gute Gelegenheit Um ein Picknick Aufzuschlagen Nun Im Sumpf waren wir Bereits Ich würde dir abraten Im Sumpf Ein Picknick Abzuhalten Aber wir könnten den Geil Also wäre schon Eher ungünstig Wir könnten einmal Zum Wasser schauen Das ist eine gute Idee Stimmt Am Strand Ein Picknick am Strand Wie schön Ein Picknick am Strand Ja wunderbar Genau das was man will Sand überall Sonne Oh ja Und in der Ferne Legt die Freiheit Worüber man sinieren kann Beim Rauschen der Klinge der See Ich stelle mir das sehr schön vor Berauschend Berauschend Es ist berauschend Nun In welche Richtung Legt denn das Meer Vielleicht wisst ihr das ja Wir sind Auf einer Insel Verzeiht meine Schwester Sie ist manchmal etwas Übereifrig Dem Abenteuer gegenüber Und dann rät sie einfach los Und dann Und dann denkt sie nicht so Viel nach Wovor sie fragt Nun denn Dann lasst uns Wenn ihr Totengeister sucht Der Friedhof Oh Das wäre durchaus spannend Ein Abenteuer Ein Abenteuer Da hab ich schon mal gepiknickt Und es war sehr angenehm Aber ich hab die Frau Dann nicht wieder gesehen Nun Es soll für die Liebe Haseltraut sein Ihr kennt sie ja ebenfalls gut Ich denke Hasel Würde sich auf dem Auf dem Friedhof Sehr wohl fühlen Auf dem Friedhof? Ja, ja Das kann ich bestätigen So richten wir Ein romantisches Plätzchen Für Hasel am Friedhof Ja Das klingt gut Ich glaube auch Dass ihr das gefallen würde Durchaus Durchaus Ihr müsst wissen Morgen ist unser Erster Hochzeitstag Und ich möchte da Etwas besonderes Für sie herrichten Wisst ihr vielleicht Über was sie sich Sonst noch freuen würde Eventuell Eine schöne Deko Wie ein Schädel Oder etwa Kerzen Oder so Ja Schädel Kerzen Solche Dinge Romantische Sachen einfach Aber warum fragt ihr mich? Ihr seid auch ihre Frau Ja richtig Aber ihr seid ihre Freundin Also Ich wollte einfach mal ein bisschen Brainstorming Wie man in Fernando sagt Gut Mit dem Begriff Bin ich nicht vertraut Äh Das macht mich Ich bin getraut Wie auch immer Nun lasst mich noch Eine Zwischenfrage stellen Wie steht ihr eigentlich Zur Schneiderin? Ich habe mit ihr nichts zu tun Wieso? Ach nur aus Interesse Und wie sieht es mit der Raute Kirche aus? Ich glaube Sie mögen mich nicht Und ich halte mich von ihnen Fern Schlicht und einfach Weil ich dumme Menschen nicht mag Nun Sie scheinen mir auch Ein wenig Sympathie Gegenüber zeigen zu wollen Soweit ich weiß Ich hörte leider auch Nicht so nette Sachen Ach ja Nun Immer diese Minimalisten Die nur an einen Gott glauben Vielen lieben Dank Für ihre Auskünfte Hab Dank Noch einen schönen Tag Tata Ebenso Mach's gut Ach sie ist so nett Findet ihr nicht? Sehr Sehr freundlich In der Tat Nun Auf zum Friedhof Wisst ihr wo der Friedhof ist? Wir kommen gerade wieder Vage Erinnerungen Liebe Lisa Erinnerst du dich noch An letztes Jahr? Wir hatten auch Situationen Auf dem Friedhof Und Hasel und ich Spärten uns auch die Liebe Auf dem Friedhof In dem Grab Oh ich erinnere mich Ist das so? Tief Im Grab Im Grab? Wir sind am Mausoleum runtergelaufen Und dort lag ein Skelett Und es erinnerte uns an Mutter An Mutter? Oh An Mutter Eure Mutter? Unsere tote Mutter Oh weh Unsere tote Mutter Sah sie ähnlich aus? Ihr Skelett Sah ähnlich aus Oh Liebe Lisa Was Du Ja Ich glaube Wir müssen Irgendwo an der Kirche entlang Wenn ich mich richtig erinnere Richtig Das ist korrekt Hallo Yellow Vigonia hast du schon wieder Den Ort verwechselt Das werde ich doch niemals tun Natürlich nicht Natürlich nicht Ich finde es ein bisschen sad Dass die Leute nicht rein dürfen Zu diese Liebesbekundungsgedöns So Weil das halt das so führt Dass der Großteil einfach Weg ist Und ein paar Leute so zurückbleiben Das finde ich schon ein bisschen sad Ja Vor allem weil ich halt auch Mir irgendwie was cooles ausgedacht hatte Und das hätte ich schon gerne mitbekommen To be honest Siehst du Dragonia? Hier geht es zur Kirche und zum Friedhof Wie wundervoll Hier ist der Marktplatz Ich erinnere mich Wenigstens als Zuschauer Ja klar Genau Als Zuschauer Richtig Habe ich schon erzählt Dass wir gar keine Würmer hatten? Ja Ich kann das übernommen Ich kann das ganz verstehen Du hast erwähnt das etwas Von Maden Richtig Ganz schön madig So etwas abzuziehen Findet ihr nicht? Durchaus Ich frage mich Was die Schneiderin Vorhat Du meinst die Schweinerin Ich meine die Schweinerin Aber wieso Wieso habt ihr beiden Denn auch eine Schuld Bei der Schneiderin? Der Hasel und ich Hatten nur kein Geld Für unsere Klamotten Wie war es bei euch denn? Ah jo Die wollte gar kein Geld haben Die hat einfach gesagt Ja nee Hier nimm Und da ist noch was extra Und ich komme einfach Sie wollte mein Geld nicht Niedermitte Monarchie Stimmt Du hattest ein neues Outfit beantragt Und Ich glaube kaum dass es nur einen Zugang geben soll Ja scheinbar schon Ich habe es ja irgendwie auch probiert So mit Bestechen oder so Nun Wie soll ich sagen? Ähm Ich hatte eine Vision Beim lieben Ast Wie war sein Name noch? Asti Bert? Asti Bald Asti Bald Asti Bald Er ähm Nun ja er trug ein Gewand Was Falls du dich erinnerst Nur Menschen sehen konnten Die Des hohen Verstands mächtig sind Und ähm Das musste die Schneiderin logischerweise anfertigen Und im selben Atemzuge verkündete sie mir Ich stünde in ihrer Schuld Oh ich verstehe Dann hast du also dem Herrn Asti Bald Dieses äh Dieses Gewand besorgt? Nun ich habe es zumindest bei der Schneiderin in Auftrag gegeben Wie gesagt ich hatte es in der Zukunft gesehen Und manchmal kann man ja auch ein bisschen Einfluss nehmen auf die Zukunft nicht wahr? Ich verstehe Na ich hoffe der Herr Asti Bald hat dich aber auch gebührend entlohnt Für dieses mächtige Gewand Ich denke er hatte einen schönen Tag Verstehe Wie aufregend Aber nun stehen wir alle in der Schuld der Schweinerin In der Tat Hallo Frau Schlein Ich hatte dich schon wieder vergesse auch Ja vielleicht Naja gut liebe Lise Ich habe ja immer noch den Brief Nicht wahr? Das steht hier schwarz auf weiß Das wäre in der Schuld stehende Schneiderin Aber so einen Brief kann doch jeder verschicken Naja du hast ihn mir gegeben Ja ich habe ihn zugeschickt bekommen Von der Schneiderin Wenn sie uns schon miteinander verwechselt Wie Alter sage ich so oft Und noch wissen wer er jemals schuldet Ich werde ja einfach aus der Vergessenheit Frank erzählen Das stimmt auch wieder in der Tat Nun ihr Lieben wir sollten uns auch noch mal Gedanken darüber machen Über das Herz des Brunnens Dragonia davon hast du noch gar nichts mitbekommen Nicht wahr? Habt ihr den Brunnen gefunden? In der Tat Wir wissen wo das Herz Rastalots ist Wie aufregend Habt ihr euch schon was gewünscht? Nein 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 gewünscht Nein gewünscht habe ich mir noch nichts Also ich habe mir nichts gewünscht Und ich bin noch am überlegen Was so der richtige Wunsch wäre Man darf sich ja nur etwas für jemand anderen wünschen Nicht wahr? Ich habe schon einen Wunsch Ich hatte den Wunsch schon direkt Dass wir den Weiß des Galdes gesehen haben Nun der Friedhof Wahrlich ein schöner Friedhof Wunderschöne Filzen Ja Echt wahr? Und schönen Blumen Wahrlich ich hätte es nicht so schön hier erwartet Daddy Er ist vorausgelaufen Daddy was tust du? Möchte er hier rein? Er Er schüttelt den Kopf Hat er die Tür geöffnet? Daddy sollen wir dort hinab? Nein das war ich Ich meine dort habt ihr euch eure Liebe geschworen Kommt Abenteuer Hier unten war das ja Aber wie habt ihr denn gerade das Tor aufbekommen? Ging es von alleine? Ich habe es einfach geöffnet Zum Glück habe ich eine Fackel dabei Ich habe auch eine Fackel Ist das nicht schön hier? Ich fand es damals schon sehr zauberhaft Zauberhaft in der Tat Oh ja da war er Wie grüselig Da haben Harald noch nicht uns geliebt Äh äh Unsere Liebe gefunden Nun Der perfekte Ort für euer Picknick Nicht wahr Nicht wahr Ich denke doch Liebse Rana Vielleicht kannst du einen Geist anrufen Oh eine gute Idee Ist ein Geist anwesend? Möchte er sich uns offenbaren? Torben Torben Kannst du mich hören Wenn es dich noch gibt Vielleicht müssen wir eine kleine Opfergabe hineinschmeißen Eine Opfergabe? Oh Äh Kartoffelsamen Das Gold der Erde Hielt auch ich für das Richtige In dem Moment Ist jemand hier? Hört ihr das? Was hörst du? Ja Ich bin raus Again Ich bin nur rausgetappt Ja Ich Haben wir eigentlich die ganzen Opfergaben aus dem Brunnen schon rausgeholt? Ja Nein Das können wir machen Das ist eine gute Idee Ja Ich Ja Ich Ach dann liegt es nicht an meinem PC Tart wirklich nicht Ja Ich Ja Ich Seht ihr bei Lise und bei Dragonia irgendwie was Wo ich bei denen bin oder so? Liege ich da auf dem Boden? Ja Das ist eine Vision wie passend Während einer Geister Oh Gott scheiße Ich lieg schon wieder auf dem Boden Ja Ich bin rausgeflogen glaube ich Nun Ähm Haben die beiden wieder hier rausgefunden? Immerhin hatten sie keine Fackeln Oh Dragonia liegt hier Wo ist die liebe Lise? 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 Ach herrje Ich fürchte Ich fürchte die Geister Gegenwart war doch ein wenig sehr Toll Dort unten kann das sein? Auch Dragonia ist in Ohnmacht gefallen Ich Ich sah es bereits Ähm Was für eine schreckliche Begegnung Hast du irgendetwas gesehen? Nein Meine Verbindung zu den Geistern Ist nicht so stark wie eure Oh Ich Fürchte Darum Ach Ach herrje Und äh Nun ja Was tun wir jetzt? Nun wir können zurück zum Schloss gehen Und schauen wer unsere neue Königin ist Nun Ja Vielleicht wäre das eine Option Ich hoffte wirklich Dass wir hier einen Geist treffen Ich hatte ganz irrwitzige Träume Während ich da so lag Oh Pferdemist Was für Träume? Ich weiß nicht Es war die eine oder andere Vision Aber sie betraf nicht uns Nun ja Lass uns das Tor wieder schließen Damit niemand Dragonia findet Und wir lassen ihr am besten Mami hier Zum Reiten Das ist eine gute Idee Ich lasse sie Direkt dort vor Damit sie auch weiß Dass sie auf ihr Zu uns reiten soll Oh 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 sie ist zurück Dragonia Oh Dragonia Ich fürchte die Geisterwand zu präsent Und nicht Tore freut uns zu sehen Ja Das habe ich mal gemerkt Ich werde auf gar keinen Fall An diesem An diesem verfluchten Ort Ein Peel abhalten Ach herrje Welcher Ort soll es dann sein? Hier? Zwischen den Gräbern? Vielleicht gibt es irgendwo Ein paar schöne Blumen Oder so Was Was ist das? Was Ach Was ist Das Rosenblätter Rosenblätter Wenn das mal kein Zeichen ist Die Geister waren uns doch wohlgesund Interessant Vielleicht ist das ein Zeichen Dass ich doch hier das Picknick halten sollte Nun Ich denke auch Oh Und dann werde ich mit ihr den Weg entlang schreiten Auf Rosenblättern Wie an unserer Hochzeit Nur um dann im Grab zu landen Bis dass der Tod uns scheidet Haha Haha Auf dem Friedhof Haha Oh Ein Weitere Rosen Nun Ist ein Geist anwesend? Oh Hallo Seid ihr der Friedhofswärter? Von Kraut? Ich Wir kennen uns doch Oh Guten Tag Ja Verzeiht meine Schwester Diesen bisschen Verzeiht meine Schwester Mein Geist Danke, danke Ich bin im Auftrag Tyrannus hier Ich dachte es mir fast Ihr macht das fantastisch Lasst euch die stören Und ihr stört nicht Hallo Wir bereiten hier ein wenig Eine Zeremonie vor Was führt euch hierher? Ihr bereitet eine Zeremonie? Ja Ja Eine Eine kleine Bluthochzeit Heute Abend Ich und Lady Estella Von Weberliching Eine Eine Oh wirklich? Wie aufregend Oh Darf ich Darf ich Darf ich Darf ich Habt ihr schon eine Trauzeige? Äh Wofür? Äh Für die Hochzeit natürlich Was genau Verzeiht Ich komm aus Ferne dort Und bin nicht ganz Was genau macht Eine Trautzeugin? Na Sie ist anwesend Und zeugt die Trauten Sie zeugt uns? Nun Sie Nicht im Gebärenden Sinne Naja In eurem Fall ist es wohl auch Eher eine Krautzeugin Hm? Ja Wahrscheinlich schon Ich kann auf jeden Fall Einiges an Kraut mitbringen Es gibt Salbei Und Rosmarin Das duftet so herrlich Was verteilt ihr da? Kerzen Stimmung Oh Wie wundervoll Ich war noch nie Auf einer Bluthochzeit Es unterscheidet sie sich sehr Von einer Kommerziellen Hochzeit Was ist denn eine kommerzielle Ah Ihr meint das was die Raute abliefert In der Zeit Ja 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 Nun ja Ich sage mal Insofern Als dass meine Tochter Die Ritualmeisterin ist Und wir mit dem Willen von Nierle Toetep Hier Den Heiligen Bund Ja Toller Hepp Hepp Den kenne ich doch auch Ja natürlich Ihr wart ja bei Bei dem Ritual Das Wiedererweckens Zu geben Ja mit Torben Ich vermisse ihn so sehr Vermisst ihr ihn auch? Ich muss zugeben Ich habe gar nicht mitbekommen Wie er gekämpft hat Wie hat er sich denn geschlagen Der gute Torben Exzellent Doch dann kam Lady Pat 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 Ja das ist Ich meinte konventionell Dankeschön Und eure Tochter meinte Dass der Geist von Torben Jetzt auch auf ewig Verschwunden sein wird Ich kann das noch gar nicht glauben Es ist so ein bisschen Ein Problem Mit dem Recyceln Wenn die einmal Oh was heißt das? Wo sie wieder hier reingerannt hat Das ist ferner Lot Ja 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 So das ist doch schon mal Ganz nett oder Vielleicht noch Vielleicht noch ein paar Symbole Wie auf dem Tisch Schädel Schädel wären toll Oh nein tatsächlich Schädel ist Naja gut Ich lass den Geist Der ist der Experte Er ist von Tirana geschickt Aber da sind ja ein paar Schädel Schaut 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 wie schön Wie schön Wunderschön Es ist wirklich sehr wunderschön Sag wäre es möglich Ein Ort der Liebe Das alles hier Ja Lieben zu lassen Bis morgen vielleicht so Bis morgen Mittag Wollt ihr auch Bluthaar Ihr seid doch verheiratet Mittwoch Aber wir haben Wir haben morgen unseren ersten Jahrestag Und ich schaffte bereits Nach einer geeigneten Stelle Für ein romantisches Picknick Und ich meine Wenn der Idee ohnehin Alles schon aufbaut Dann könnte man ja Den Ort für genau so Ich verstehe Nun da Katzer ja In diplomatischer Mission Unterwegs ist Wird er wahrscheinlich Nichts dagegen haben Wenn wir das so lassen Ich kann natürlich nicht Rientieren Wenn die verdammte Stadtwache das alles Wieder abreißt Deshalb Werden wir es auch abhalten Während diese Gerichtsverhandlung Passiert Damit die uns nicht In die Äquare kommen Und die großen Bauern Es gibt eine Gerichtsverhandlung Ach ja stimmt Ja Der Büttel gegen die Bauern Richtig Ja Und das findet zur gleichen Zeit Wie diese Hochzeit statt Verstehe ich das richtig Ich mach kein großes Tamtam darum Es ist eine reine Formalie Und ein Ritual Und wie gesagt Anders als in der Kirche Aber ihr seid natürlich Trotzdem gerne Wenn ihr nichts besseres Zu tun habt Oh ich würde Wahrlich gerne mal Bei sowas Beiwohnen Und das ist Eine Bluthochzeit Superspannend Ja ihr verkehrt öfter Mit Geistern Wie ich sehe Blut kenne ich mich aus Richtig Und das ist doch Blutmund Seht nur Ja 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 Wo ist er denn Da oben Ah genau über uns Ja so soll es sein Genau Genau Oh Entschuldigung Ja Entschuldigung Wie aufregend Ja Meister Ja das ist sehr schön Aber er sieht sehr süß aus Der Geist Wahrlich so Einen könnte ich auch Zuhause gebrauchen Besser als ein Schwein Muss ich sagen Ja genau Mach da ein bisschen Platz Damit ihr Den Gang bauen könnt Danke Ja ja Oh schön Zu wievielten Stunde Wird das hin Hier starten Oh ähm Ich hatte vor Wenn so langsam Der Abend Hineinkommt Ähm ja Neunte Werde ich wahrscheinlich Meine Braut In der Taverne abholen Und dann Reiten wir hier hin Ich muss mich noch Umkleiden Und meiner Tochter Bescheid geben Aber ansonsten Ja Ich kann man euch Bei etwas behält Ich habe gar nicht mitbekommen Ähm Wie gesagt Warum sollte ich das Durch das Ohr Trompeten Wenn es doch Beide nur angeht Ich habe es aus dem Erst gestern Ihr habt mitbekommen Dass Mauritius von Weber Schengen Leider gestorben ist Ja eine Tragödie Ja stimmt Ich hatte nichts damit zu tun Und das ist auch Niemand Ich auch nicht Ich auch nicht So da haben wir das geklärt Wir sind alle unschuldig Haha Aber Es heißt eben Bis dass der Tod Euch scheidet Und dementsprechend Habe ich die Gunst der Stunde Genutzt Und dachte mir Hä Ich bin jetzt seit sieben Jahren Verwitwet Und warum nicht Also Eine Frau Die Besseres verdient hat Als diesen aufgeblasenen Aus diesen Leider verstorbenen Mann Kurze Rede Langer Sinn Ich Freue mich sehr darauf Und ich denke Es wird beiden Häusern dienen Ach Das geschwätzt Nicht wahr Das klingt schön Frau von Kraut Eure Hochzeit war viel viel einfacher Muss ich sagen Einfacher? Nicht? Was bedeutet Wenn etwas einfacher ist? Leichter oder? Ja ja Nicht so viele Gedanken Um das drum herum machen musst Achso Ich dachte einfacher Im Sinne von schäbig Dann hätte ich aber Nicht passiert Nein nein Jeder soll wie er Nicht wahr Also Ist ja auch Aber dann Ja Schön Wollt ihr zugegen Bei meiner Hochzeit Letztes Jahr? Äh Nein Sagt es euch zu Ähm Oh oh Er sagt es mir zu Ja Das ist Das ist Auch die Kürbisse Das ist Fantastisch Du hast deinen Dienst gut Äh Und erfüllt auch Ich danke Dir Als nächstes Ähm Sagt meine Tochter Dann hebe ich ihn fort Das hebe dich Hebe dich Es ist meine Ehre euch Kennzulernen Was soll ich dir da nachrichten? Ähm Ich Wir brauchen das Blutritual Nialatoteps Und ähm Ich gebe ihr Bescheid Wann sie hier Äh Sein soll Sobald ich meine Zukünftige gefunden habe Dann kehre ich zurück Woher ich gekommen Oh ich möchte der Geist Äh Ich habe eure Hochzeit verpasst Von Frau von Kraut Weil ich zu der Zeit Noch auf einer schwebenden Insel war Und nach dem Untergang Dieser Gesamten Gesellschaft Getrachtet habe Versteht ihr Andere Zeiten Ja Andere Zeiten Wohl wahr Wohl wahr Ich habe so viele Freunde Mittlerweile bei den Hasslingern Mein zweiter allerbester Freund Ist der Herr Louis Haha Und äh Mein Mario Dom ist ja Ein sehr guter Mann Ein ausgezeichneter Mann Der Der Mario Adon ist genau das Und äh Eure Tochter Ja Ja auch eure Tochter mit ihr Verstehe ich mich auch sehr gut Großartig Großartig Ähm Ja wir sind Bestbeste Freundinnen Ja ich hörte Sie unterrichtet Ihre Frau in äh Magie Warte was Warte was Warte was Warte was Was Okay wir warten alle Was Ähm Was Man kann in Magie unterrichtet werden Das klingt interessant Äh In Magie unterrichtet Also jetzt Nun Also wir wollen Wir machen keine Schule auf So Äh Was Was die Heilerin sagt Was Ihr könnt doch schon Ihr redet doch schon mit Geistern Frau Frosch Anna Eben Nun Und Dragonia dir bringe ich das Heilen bei Ausgezeichnet Wir brauchen Heiler Wir brauchen nicht nur dunkle Magie Geisterbeschwörung Nekromantie Unsichtbarkeit Und sowas Dunkelmachie Nun Äh Aber das war doch eine einmalige Sache Ich wusste nicht dass sie In die Lehre der dunklen Künste Äh Geht Äh Was Das äh Weiß ich auch nicht Ich habe nur von äh Tyranna erfahren Dass sie jetzt eine Schülerin hat Und das soll meine Frau sein Ja Ja man erzählt sich in der Ehe alles Nicht wahr Das würde ihre Aura erklären Aber ich dachte die dunkle Aura kommt von ihren schwarzen Haaren Nun das wäre eine These gewesen Ja Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung Aber daran ist doch nichts Verderbliches Ich meine Ja 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 Du bist doch auch wohlgelittene Mitglieder unserer Gemeinschaft Mittlerweile wird Nun ich habe sehr gelitten Und äh Dennoch bin ich jetzt dem Wohl der Insel zugegen Und mein Name wird ausgesprochen ohne zu spucken Das ist Das ist Also in einem Jahr ist das eine Menge Wer Und in meinem Tümpel war er auch noch nicht drinnen Alle anderen waren schon in meinem Tümpel drinnen Der nun Und mein Tümpel hat er auch noch nicht befleckt im Gegensatz zum Dorfe Äh das habe ich auch nicht vor Was ist Schwätzt ihr jetzt auch Äh anders Also äh Kamt ihr auch von Heselot oder vom Schwabelot oder was Verzeiht Nein nein verzeiht Ich habe ein paar Stimmschwankungen seit ein paar Tagen Das ist echt doch recht lästig Vielleicht sollte ich mein Tuch tragen Um euch nicht anzustecken Oh sie erleben nun an der Ecke Immer nach meiner Holsten schaue Und äh Sind das eure Pferde Die hier geparkt sind Oh In der Tat Ja natürlich auf die Seite Umparken Danke Ausgezeichnet Schön Schön Werden wir Türen Ähm kurze Frage noch Ähm wenn ihr der dunklen Magie mächtig seid Wie steht denn ihr zur Schneiderin Ich bin tatsächlich keinerlei Magie mächtig Äh das ist einzig Äh das Talent liegt in meiner Tochter Und die hat das studiert Und zwar Deshalb nennt sie auch nicht Hexe Sie ist studiert und keine Hexe Ähm Und ähm Die Schneiderin Eine studierte Hexe Eine studierte Hexe Exakt Ich hörte nur Dass sie außergewöhnlichen Geschmack hat Was ihre Klamotten angeht Äh da müsst ihr jetzt wiederum Mein Majodomus äh Louis Fragen Denn der ähm Ist ihr sehr nah Aber er ist heute Auf Reisen geschickt Um Dinge zu besorgen Nun Ich verstehe Danke für eure Auskünfte Ja Okay Und wie schön Dass wir bei so etwas Tollem beiwohnen durften Ich äh Ja Ebenso Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Ihr Lieben Wie schön das alles aussieht Mit den Schäden Liebe Liese Ich habe eine Idee Ich habe eine Idee Wollen wir Wollen wir dem lieben Hasslinger Er ist doch wirklich sehr sehr aufmerksam Und nett Ähm Wollen wir ihm eine kleine Darbietung Einstudieren Ich dachte an einen kleinen Tanz So ich könnte einzählen Und dann üben wir Nein Eins, zwei, drei Und eins, zwei, drei Und einmal Nein Das wäre doch großartig Oder nicht Nein Es werden so wenige Gäste hier anwesend sein Bestimmt freut er sich Wenn wir eine Kleinigkeit vorbereiten Äh, äh, nein Nein Hinrichtung Ich dachte das wäre ein Eine Art Prozess Ein normal Ein fairer Prozess Ich gehe stark davon aus Dass, äh, das anschließend Bist du sicher, dass du Äh, warte Ich habe sie direkt wieder ausgemacht Ich wollte nur kurz testen Wie das aussieht Ich finde das sehr schön Wunderschön In der Tat Oh, ich freue mich auf die Bluthochzeit Wir sollten hier definitiv beiwohnen Bitte stellt euch doch einmal In die Mitte dieser Kerzen Damit ich mir diesen Moment einprägen kann Äh, in die Mitte, hier, nebendran In der Tat, in der Tat Ja, danke Ein wundervoller Anblick seid ihr Ist das nicht so? Jetzt stell du dich da hin Ich will auch mal gucken Ah Nun will ich aber auch sehen Okay, okay, okay Oh, welch fabulöser Anblick Ha Wunderbar Ich glaube, Mami muss da noch weggebracht werden Das stimmt, das stimmt Ja Lass uns noch umparken Und dann Zurück zum Dorf reiten Die Sonne geht unter Zum Dorf oder zum Schloss Wollte der Herr Hasslinger Nicht direkt hierher kommen? Er war doch erst, wenn die Sonne untergegangen ist Ich dachte, er wollte direkt in der Taverne Seine Verluchte abholen Und direkt wieder her reiten Ist eben so Nein, er sagte, wenn die Sonne untergegangen ist Aber er sagte auch was von der neunten Stunde Und dass er dann hierher reitet Ich bin verwirrt Ich möchte es nicht verpassen Von der neunten Stunde Die wäre doch schon vorbei Richtig Er ist ja auch schon bei der Taverne Wisst ihr, wir können ja auch Richtung Taverne reiten Und dann halt sehen, ob sie wirklich hierher reiten Ich meine, das ist übrigens auch aus Hestelot Vielleicht könnten wir Wir sollten ihnen ja begegnen Wenn sie auf dem Weg hierher sind Das ist eine gute Idee, ja Richtig, richtig Unzählige Wege führen zum Friedhof Nicht, dass wir sie verpassen Das stimmt Ach, wobei, ich glaube, das hier ist doch der Hauptweg Jedenfalls der schnellste, wenn man von der Taverne käme Und wie schön, dass die Dekoration für euer Picknick doch beibehalten werden kann Ja, stell dir noch vor An dem Morgen an Ort und Stelle, wo zuvor geheiratet wurde Unseren Hochzeitstag feiern Was ist das für ein schöner Vergleich Doch, Tragonia Ja Du sagtest dich nicht, dass sei geliebt Oder irgendwie mit der schwarzen Magie handiert Dass sie da so ein wenig mit der Hasslinger so Mit der anderen, mit der hübschen Frau da In den schwarzen Glätschern Dass sie da so ein wenig, das schon Ja, in der Tat Kam mir schon auch so vor Dass die beiden sich wohl sehr, sehr gut verstehen würden Aber was nicht eher traurig stimmt Ist, dass Hasel mir einfach nichts davon erzählte Ich glaube, es wäre halb so schlimm Schließlich habe ich so ein Ritual ja auch schon hinter mir Sie hätte einfach ehrlich sein können Du hast was? Hatte ich dir nicht davon erzählt? Turben, mein allerbester Freund Wir holten ihn von den Toten zurück Wir sind immer mit ihren allerbesten Freunden Dragonia Sag mal, Dragonia Die wievielte beste Freundin bin ich? Ähm Natürlich auch meine allerbeste Freundin Ach so Und was ist denn hier? Willst du mein fünftbeste Freund sein? Du bist meine Schwester Du bist mein Blut Ich bin also nur deine Schwester Und nicht deine allerbeste Schwester Ich verstehe Oh Du bist meine einzige Schwester Deswegen bist du die besteste Schwester Die man je haben kann Du bist meine 60er Weil ich die einzige bin Ich verstehe Natürlich, du bist die einzig wahre Und einzigartig Das nehme ich als Kompliment Natürlich, natürlich Und die schlechteste Das soll wenig sagen Warte nur, bis mein Wunsch für dich sich erfüllt Oh, ich freue mich Seid gegrüßt Seid gegrüßt Oh, da fällt mir ein Von welcher Taverne würden sie wohl loslaufen? Dort vorne ist ein kleiner Auflauf Hier Du hattest Hasel Oh Karottenauflauf Kleiner Scherz Da ist Hasel? Das ist doch Hasel, oder nicht? Das ist Hasel, ja Aber kein Haslinger Und keine von Weberlichen Nun Und ich habe nur noch diesen Krug Nichts anderes trage ich bei mir Hallo 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 Ähm, Entschuldigung Ich sollte nicht Klotz sagen Hallo Drinonia Hallo Liebe Hallo Kam denn der Herr von Haslingen hier vorbei? Vor kurzem? Nein Nein Liebe Lese, ich und die Werte von Weberlichen Die Estella War das Estella? Nein Auch noch nicht Auch nicht? Oh, verstehe Jetzt war ich ziemlich kurz auf die Toilette dort hinten zurück Ich bin sofort wieder da Verstehe, verstehe Bis gleich Alter, wie oft sage ich denn nun? Das ist ja unfassbar Nunfassbar ist das Kann doch nicht wahr sein Triggert ihr das doch wirklich nur, wenn ich das sage? Oder triggert ihr das auch, wenn Liza das sagt? Weil Liza sagt auch richtig oft nun Grüße Grüße ebenso Nur bei dir, ich passe es nicht So, nun Auch nicht schon wieder Ich gehe kurz auf die Toilette Ich komme gleich wieder Mann Ich sage nie wieder nun Ich gehe kurz auf die Toilette 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 And then Grasch Das ist ja Ich gehe kurz auf die Toilette Ich gehe kurz auf die Koaliste Vielen Dank. 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 Mit Coca-Cola. Ist irgendwas passiert? Hat uns irgendjemand belästigt auf Klo-Chat? Danke. Danke euch. Ich muss mal gucken, dass... Oh. Wir können auch ein Pferd, aber wir können auch ein Pferd. Oder meinst du... Sie sind direkt... Richtung Friedhof... Das kann... Das kann ich auch sein... Das steht direkt... Das steht... Das steht... Das ist mein... Das ist mein... voll... Ja gut. Das ist mir dann einfach... Ich versuche... Ich versuche es... Und wenn... Grüß... Was? Das ist... 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 Was ist es, das euer Begehren erweckt hat? Ich... Ich denke, er war... Ich war nicht vorbereitet auf eine Rede. Er war der Beste aus der gesamten Auswahl. Ich meine... Ha! Guter Grund. Ja. Türi, zügel dein Hohn. Wunderschöne Rede. Hallo. Dies ist eine Verbindung von zwei Geschlechtern. Dies ist eine Bindung von zwei Leben und zwei Schicksalen. Und zwei Seelen, die ein Band zueinander knüpfen. Zwiefach wird es gewogen. Von ihm zu ihr, von ihr zu ihm. Und doch umschlingt es sehr viel mehr als nur sie zwei. Wenn zwei Geschlechter heiraten, so werden sehr viel größere Dinge zusammengeführt. Wie Sterne, die einander verschlingen, bringen sich viel Wissen mit. Dinge, die ihnen folgen, in einer langen Schleppe. Von Reichtum? Aber möglicherweise auch Leid. Seid ihr bereit, euch diesem zu stellen? Den Herausforderungen, den möglichen Ruinen und Niedergang? Müssen sie nicht noch was fragen, ob jemand was dagegen hat? Warum sollte ich das tun? Es geht doch nicht um die anderen hier. Hier nicht in dieser seltsamen Kirche, die ihr denkt. Wir sind hier vor den tausend Augen einer Gottheit. Mach bitte weiter. Seltsame Kirche? Naja, gut, ich gehe dann mal wieder. Tausend Augen? Oh, du Scheiße. Wie unangenehm. Seid ihr bereit, euch diesen Herausforderungen zu stellen? Den möglichen Untergang und Ruinen, aber auch der Hoffnung auf neue Stärke und Macht? Ist ihr ja Ruin? Wir haben über Ruin, haben wir nicht gesprochen. Was für Uri? Für den Blutgott. Dann werden wir es wohl vermeiden, im Ruin zu enden, nicht wahr? Ja, wir vermeiden es, im Ruin zu enden. Ich bin auf jeden Fall für das, für das, für Macht und das Gute, was in der Zukunft ist. Dafür bin ich da. Wir sind bereit, und die Macht, alles zu geben. Ja, alles zu geben. Das war mir mal unheimlich. Im Angesicht der Götter, Alten wie Jungen, Toten wie Lebenden, unter den Augen unseres Herrn, in den Träumen dessen, aus dessen, aber warum? Die Verbindung steht unter keinem guten Stern, jemand ist umgefallen. Aber die Heilerin ist umgefallen. Gar schrecklich. Entschuldigung. Lasst sie legen, das passiert häufiger. Im Namen und in Anwesenheit, im Angesicht aller Götter, der Toten wie der Lebenden, der Großen wie den Jungen, den Alten und den Neuen, unter den Augen unseres dunklen Herrn und dem Traum dessen, der das Universum aus seinen Nachtmaren erschuft und es verschlingen wird, sobald er erwacht. Seid ihr hier nun auch in Anwesenheit meiner Großeltern, Furchthold von Hasslingen und Pandemia von Hasslingen, Seuchenpfuhl, miteinander vereint, muterig, Zorngiebel Hasslingen und ihr, Estella von Hasslingen. Ihr mögt nun einander die Gehirne reichen. Reicht die Gehirne! Jubel! Jubel! Ja. Danke. Danke. Gehirne! Ich bin zwar eher Fan von Schädeln, aber Gehirn geht auch. Nun, hauschen wir die Gehirne Ja. Du kannst es dir noch überlegen. all euren Geist miteinander teilen zu wollen. Estella, dieses Gehirn als Symbol meines Geistes mit den Worten, die ich für dich erdacht. Estella. Wenn er sie mit dem Gehirn schlägt, hat er sie dann mit dem Verstand geschlagen? Ja. Mutter! Mutter, wartet! Was? Ich kann den ganzen Weg gerannt. Habt ihr einfach ohne mich begonnen? Oh, Verzeihung. Nein, 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 nein. Ihr könnt doch nicht anfangen. Wir sind gerade beim wichtigsten Teil des Rituals, Syriana. Ohne die heilige Tochter. Ich hab es schon versucht. Was ist denn an der Heilig? Warum heilig? Meine Mutter, Stella, sie ist jungfräulich. Das glaubt ihr doch auch wirklich niemand. Ich meine, du bist meine Tochter. Nun, ich wurde gezeugt. Ja. Ich wurde gezeugt und danach hat sie sich als jungfräulich angemeldet und es wurde stattgegeben. Juliana, lebt die heilig zu. Danke. Oh, heilig. Möchtest du dich jetzt wieder zur Familie bringen? Ja, meine Tochter ist diejenige, die sich zu all, was ihr unterbrecht, weiterführen. Gezeugt, ich wollte nur nicht, dass ihr ohne mich anfangt. In Ordnung, dann stell dich da hin und seht zu, wie wir die Gehirne tauschen im Namen des Großen. Was? Wer ist denn hier noch schwieriger, Erik? Jetzt, bitte, stellt euch da hin. Das ist ja völlig absurd. Worte. Welche Gehirne? Wieso habt ihr Gehirne? Weil ihr keins habt. Seit wann hat Gehirne? Von wem sind die Gehirne? Sind ihre Gehirne? Nicht von euch, sei versichert. Vielleicht hätte ich nicht so viele Leute einladen können, dass sie gar nicht zu schätzen wissen, dass es meine Hochzeit ist. Und lasst sie mich retten. Ich schätze es. Ja. Ist Vangerios noch? Wo ist Vangerios? Estella! Stella! Ja. Du mein Stern. All die Jahre wären wir uns fern und Welt lagen zwischen beiden. Doch du, du ließest dich nun scheiden. Ein Tod, das war uns nicht ganz klar, machte unsere Träume wahr, denn Mauritius ist nicht mehr. Und als lang verwitwete er teile ich dir Kram und Schmerz doch heute öffne ich mein Herz. Oder was davon übrig blieb, als herzlos man mich oft beschrieb. Doch heute zeige ich dir, ich hab mehr Herz als alle hier. Ich weiß, du fühlst dich missachtet und merk, wie etwas in dir trachtet nach einem Platz, der dir gebührt. Das alles habe ich gespürt. Und sie werden uns nun achten, spüren wir gemeinsam, wenn wir es nach Rache trachten, nie mehr einsam. Oh ja. Becky ist auch da, die sie auch Worte der Liebe austeilen mussten. Sie gucken jetzt hier zu und denken sich so, könnte es besser als wir. Seid ihr euch sicher? Seid ich bedrohlich und doch romantisch, ja. Ich bin so sicher, wie ich mir noch nie sicher war, wenn ich vor einem Hochzeitsaltar oder einem anderen Altar stand und denkt an Vater. Bis das Deutsch in seinem Rücken steckt. Ben ist so gut, das ist wirklich so. Ben ist großartig. Ich so kenne keine Zweifel. Verzeihung. Danke. Danke. Du stehst auf dem Hirn. Wie konnte das nur passieren? Das war jetzt schöner rein. Somit berufe ich den Segen auf euch herab. Von ihm, der uns das Feuer brachte und die Magie, der den Menschen ihre ersten Namen gab und sie damit verfluchte. Von ihm, in dessen Schatten wir streiten und schreiten von ihm, in dessen Nachfolge, die Knochen tanzen und die Schädel singen. Er, der über die Toten gebietet und über die Lebenden. Er, mit den tausend Masken. Er, der in uns allen und über uns allen ist. Er, der lacht, wenn wir ins Grab steigen. Er, der lacht, wenn wir ins Leben kommen. Er, der das Universum im Tanz begleiten wird, bis es vergeht. Er, Er, Nialatotep. Er, 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 Nialatotep. Und somit erkläre ich diese beiden, Wuterich und Estella, von jetzt an und bis über den Tod hinaus, bis zum Ende aller Zeiten, zu Mann und Frau. Jubel! Nein, nein, bis zum Ende aller Zeiten. Keine Sorge, wir haben viel Zeit. Nein, nein, kannst du, kannst du, kannst du weg, das ist rein symbolisch. Feuer! Es brennt! Es brennt! Nein, alles gut, alles gut, das gehört dazu. Das reinigende Feuer. Wir gehen schon alles tot. Nun, ab zum Götter. Ja, das Hotelpatz. Oh, ja. Das wird aber nicht so Ritual. Nein, es ist kein Zwang, aber es hilft, eure Seele vorzubereiten auf das, was euch nach dem Tod erwartet. Könnte sein. Es wird einiges erklärt. Das hat Zeit, das hat Zeit. Ich denke, das ist das Problem von Zukunft, Stella. Gut, dann... Ich habe dank, dass ihr alle Zeugen wart. Und ihr sind zu Beginn einer neuen Dynastie, selbstverständlich. Auf das Bratpakt. Jubel! Handgeklappe! Jubel! Jubel! Handgeklappe! Eine neue Dynastie. Hasslingen-Weberlichingen. Vereint, zwei starke Häuser mit zwei starken Persönlichkeiten und einer starken Frau. Schaut auf uns herauf! So stark! Brauchst du die Fackel noch? Ich brauche die Fackel. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, welche Hochzeit das ist. Ich glaube, das ist die vierte Hochzeit oder die fünfte. Verständlich. Wollt ihr mal heiraten? Ja oder nein? Wow. Lieb. Ja. Fragt doch mal nach, ob ihr das auch nachholen dürft ihr. So gut. Dann, ähm... Ja. Auf zu bleiben mit euch! Auf zu den von Weberlichingen! Richtig, ihr seid eingeladen. Ja, von Weberlichingen. Ihr seid Annegern von der großzügigen Familie von Weberlichingen. Das war mein Liebling. Danke sehr. Gern, dass ihr unsere Hochzeit. Das ist schön, dass ihr alles vorbereitet habt. Der Eckbert hat sich ja alles vorbereitet. Danke, dass ihr da wart. Ich bin gar nicht da. Ihr braucht die Kerzen noch morgen. Ja, war das richtig? Dann muss ich schnell Vater holen. Ja. Oh, ich wollte alles in reinigenden Feuerbällen aufgehen lassen. Ähm, sei so lieb. Und, äh, falls sie nicht über Nacht verschwinden. Liebe Lese, was für eine schöne Hochzeit, nicht wahr? Das ist wahrlich ein spannender neuer Einblick in neue Traditionen. In der Tat. Sehr, sehr herrlichen. Hat mir besser gefallen als die in der Kirche. Mir auch. Sehr viel besser. Wie bitte? Nun. Treffen wir uns bei den Haßlingern oder wo findet das Festmahl statt? Äh, bei den von Weberlichen. Ah. Weißt du, wo die sind? Wo die wohnen? Das weiß ich, ja. Sehr schön. Ach, wundervoll. Ja, ja, ja. Eine echt herrliche Zeremonie. Wir können nur hoffen, dass Mauritius wahrlich vor uns gegangen ist. Zweifelst du daran? Er ist verschollen. Ja, ja, ja. Oh. Nun. Das könnte zum Problem werden, wenn er wieder auftauchen sollte. Ich bin der Erwin. Das ist so wahr. Ah. Er ist neu in der Stadt. Ob der König bereits von dieser Hochzeit weiß? Eine interessante Frage. Ich muss eh nochmal mit dem König sprechen, fürchte ich. Ach, deine Weissagung, nicht wahr? Richtig. Die Weissagung, die mir die Schweinerin auftrug. Möchtest du dich darum kümmern oder möchtest du den Feierlichkeiten beiwohnen? Ich denke, ich werde zunächst den Feierlichkeiten beiwohnen. Eine kluge Entscheidung. Kostenlosen Speis und Trank sollte man niemals ablehnen. Weise Worte. Und die Freunde von Weberlichens haben ein wirklich wunderschönes Anwesen. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie dort. Ich glaube, hier vorne links ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Oder doch noch die Straße entlang und die andere Villa dort vorne. Auf jeden Fall ein doch recht prunkvolles Gebäude. Und direkt ein kleiner See oder Teich gegenüber. Wie schön. Hm, wunderschön. Nicht so schön wie mein Tümpel, aber schön. Da hast du wohl recht. Nun, es wird auch nicht so geheiligt sein wie dein Tümpel. Nichts ist so heilig wie mein Tümpel. Geht es euch gut? Seid ihr grüßt? Natürlich. Geht es euch gut? Benötigen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Ich bin das gewohnt. Ist jemand... Warum ist er verstorben? Das passiert häufig. Erstehe, muss er einfach erst sagen oder was? Bitte? Ich mach nur meine Arbeit. Äh... Alles in Ordnung? Was geschieht? Das haben wir uns auch gefragt. Der stirbt wohl öfter. Ist das eine Leiche? Ich fürchte, er... Fällt öfter mal um. Ach du meine Güte. Da hinten ist der Frieshof. Und da bringe ich die hin. Soll ich sie für euch hinbringen? Ähm... Ihr könnt es versuchen, aber ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Äh... Ich dachte, wir wollten feiern gehen, lieber... Äh... Und Hasel, wieso möchtest du die Leiche ausleihen? Ich würde sie gerne in unseren Friedhof bringen. Ähm... Ja. Ich fürchte, sie ist sehr schwer. Äh... Ja. Ich... Das merke ich tatsächlich. Moment. Ich unterstütze euch. Hauock! Ah, ja. Zu zweit geht es sehr viel einfacher. Ja, ja. Ja, ja. Ähm... Ja, ja. So ist das wohl. Und sie wollen feiern, ja? Ja. Ja, bei den von Weberlichens. Das war dort vorne, nicht wahr? Bei den von Weberlichens? Ja. Ich hab gehört, wenn man feiert, dann kann es schnell mehr passieren, dass man umkommt. Also, vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Ich kümmere mich dann um sie, ja? Ja, schönen Tag noch, ne? Viel Spaß! Danke! Ich kümmere mich darum. Wollt ihr nicht auch was trinken gehen? Hase? Ja? Ich komme nach. Du kommst danach, oder? Ich komme nach. Ich verstehe. Ja, ja. Gut. Man muss einer Frau doch ihre Freizeitbeschäftigung lassen. Hast du sie schon mit unserem neu gewonnenen Wissen konfrontiert? Ich nicht, nein. Ich kam noch nicht dazu. Das ist alles so verwirrend. Warum sollte die liebe Hasel denn in die Leere gehen bei den Haslingern? Für deren dunkle, finstere Magie? Nun, es hat durchaus was Faszinierendes. Ja, das stimmt. Rana! Findest du nicht? Hm, doch, durchaus. Ha! Ist das da vorne mein allerbestester Freund? Der, wie fehlt er? Kann das sein? Das sieht aus wie er. Ich komme gleich nach. Falls ihr den Weg findet. Er ist, äh... Ich hab ihn wieder. Wo war ich heute? Wo war ich heute? Ich will dein allerbester Freund sein, wie keiner vor mir war. Oh, wie schön. Wer will da raus? Hier wohnen die von Weberlichens, wenn mich nicht alles täuscht. Sollten wir helfen? Ach, das ist nur mein Nachbar. Was ist mit ihm? Er hat wahrscheinlich gerade die Schulden bei der Schneiderin beglichen. Das stimmt alles schon so. Da ist die Party. Meinst du? Natürlich. Nun. Bist du sicher, dass wir nicht helfen sollen? Wo? Wenn du helfen möchtest, kannst du gerne schauen gehen. Ich schulde diesem Taugenichts absolut gar nichts. Meint ihr, es wird vielleicht bei den Hasslingern gefeiert? Oh? Ist da niemand da? Nein. Was? Aber nein. Es hieß ganz eindeutig bei den Weberlichingen. Ja, das ist doch das Haus der Weberlichingen. Ich werde auch einmal klopfen gehen. Hm. Ich hör doch, da ständig jemand klopfen, ist noch jemand da? Oh. Oh, hallo. Seid ihr Teil der Weberlichingen? Seid gegrüßt? Seid gegrüßt? Wir wurden eingeleiert und zu, zu der Feierlichkeit. Was sagt ihr? Ich suche die Weberlichen. Ich suche die Weberlichen. Ja, wir auch. Ja, wir auch. Also, wir auch. Also, ich auch. Aber, also, man sagte mir, dass die hier wohnen, aber... Na, richtig. Ich denke doch. Aber sie sind nicht hier. Jemand war oben drin. Hier, ich hab einen klopft. Lass uns einfach mal gleichzeitig. Dort oben steht jemand. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Nein, 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 nein. Bitte stopp, 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 stopp. Dragonia. Dort steht oben jemand mit einer Armbrust. Drei, zwei, eins. Nein, ich bin einfach zu schlafen. Nun ja, wenn wir die Tür aufmachen, dann wird es schwierig. Hier war es zu spät. Was ist denn? Also, so kann es ja nicht hier funktionieren, wenn ihr zu spät seid. Ähm, dort oben steht jemand mit der Armbrust. Wieso hast du eine Armbrust? Dort drinnen steht ein Attentäter. Weil ich mein Haus bewache. Ach, wo ist das die Parking? Nur weil jemand vor dem Haus steht, ist das doch kein Attentäter. Ja. Wo war's? Ist der übergeschnappt? Oh, hier ist eine Hochzeit. Von Leuten, die denken hier ist eine Hochzeit. Ah. Wer ist? Nein, wer sind sie? Ja nun, wer denn erzählt, dass hier nur Hochzeit ist? Ähm, ich wurde eigentlich zu Hasslinger. Hier ist die Hochzeitsfeier. Aber wo ich die geschätzten Damen hier sehe, möchte ich mich nochmal ausdrücklich entschuldigen, dass ich nicht gleich sie hereinlassen konnte. Aber mit Bedauern habe ich festgestellt, dass sie dann fort waren, weil ich habe auf großer Bühne sie aufgerufen und niemand war mehr da. Das ist schade. Nun, wir haben ein Weilchen gewartet und uns dann gefragt, was wir... Ja, also quasi, dass ihr Sondergenehmigungen habt und mit mir... Könnten Sie bitte ein bisschen zurücktreten? Nein. Nein. Also das... Naja, es ist nun geschehen. Schade. Aber ich habe mich redlich bemüht. Das will ich noch einmal versorgen. Ihr habt euch bemüht. Oh, vielen herzlichen Dank. Eine sehr freundliche Geste. Lasst mich euch einen heiligen Stein als Dank geben. Und ihr auch. Noch einen. Ich habe Angst, dass der zweite Stein möglicherweise wieder dann Pech bringt, weil der erste Stein hat tatsächlich dazu geführt, dass es nie wieder passiert ist. Nun, nicht. Das ist ein magischer Stein. Und wisst ihr, was Glück bringt, indem man zusammen feiert und trinkt? Würde ich wohl meinen. Hervorragend. Herr Steinikus? Ja. Dürfte ich euch unter vier Augen sprechen. Aber gerne. Willst du mir sagen, wo sie ist? Ich bin gleich zurück, ihr zwei. Feiert schon einmal. Äh. Ich traue mich um ehrlich zu sein nicht, denn die Tür, hinter der ein Attentäter steht. Guten Tag. Guten Tag. Seid gegrüßt. Ich, ich habe eure Hochzeit gerade bei gewohnt und mich gefragt. Es ist gar niemand zu Hause. Bin ich hier richtig bei der Party? Ja. Ich fürchte, ich habe einen Attentäter hinter der Tür entdeckt, der eine Armbrust hält und glaube ich darauf wartet, dass jemand hineintritt. Ein Attentäter? Nun. Wo, wo werden wir gebraucht? Dann ist ja die Stadtwache genau richtig. Oh, da ist doch jemand im Haus gewesen. Ich habe sie auch gesehen. Ach, wo habt ihr denn euren Ehemann gelassen, wer soll Stella? Ja, wo da hingehört, in die Unterwelt wahrscheinlich. Ähm. Nimmt an den Festigkeiten gar nicht teil? Guten Tag. Wo sollen jetzt die Attentäter sein? Ach, seh mal, da sind doch mehrere in dem Haus, liebe Radha. Oh. Wollen Sie einlassen? Wollen Sie einlassen? Ich suche die Frau Stella von Weberlichingen. Ja, sie steht hinter Ihnen, sie tollpatsch. Nein, ich stehe doch. Bitte was? Wo denn? Seid ihr blind? Kennen Sie die Personen, die in Ihrem Haus umher eingehen? Ja, dann bewegt euch lieber weiter da hinten hin. Schön weit weg von der Tür, bitte. Aber... Weit weg von der Tür, sage ich. Wem gehört das Haus hier denn? Ich bin nicht mehr ihr. Oh. Sie ist keine Weberlichingen mehr. Was? Ich fürchte... Liebe Estella, wurdet ihr verstoßen? Frau Estella von Weberlichingen? Ach du meine Güte. Ich bin nicht Estella von Weberlichingen, da müssen Sie sich täuschen. Ja, aber ich habe doch fünf Flaschen Wein für Sie. Nein, Juliana, seid nicht schwach. Die Tür ist verschlossen. Oh doch, dann bin ich Estella von Weberlichingen. Ja, auf einmal sind Sie das. Nun, ich meine, ich habe eben gerade geheiratet, das habt ihr wohl verpasst. Sie ist ein Betrüger. Sie ist ein Betrüger. Ich bin jetzt Estella von Hasslingen. Ja, anscheinend habe ich das verpasst. In Hasslingen. Ja, aber der Wein, der ist genau richtig. Ja, aber jetzt kann ich das ja nicht übergeben, weil Sie sind ja nicht mehr... Frau Weberlichingen, Sie sind hier... Frau Hasslingen! Dann geben Sie es uns. Nein. Ich öffne diese Tür nicht. Ich öffne diese Tür nicht. Ich öffne diese Tür nicht. Da geht ein Haufen verrückt da draußen. Nun, ich war Ihr bester Kunde und ich meine, dann bestelle ich nur fünf Flaschen Wein auf den Namen Estella von Hasslingen. Ehemals Weberlichingen. Allerbeste Freunde, allerbeste Kunde. Also, dann würde ich jetzt... Haben Sie schon bezahlt für unsere Lieferung? Ja. Ja. Ja? Okay. Na gut, dann kommen Sie kurz mit. Warum steht ihr mit gezogener Armbrust am offenen Fenster? Ach gut, ihr habt sie auch schon gesehen. Das beruhigt mich. Und wer ist euer Ziel? Kann mir jemand bitte fragen, der auf blöde Gedanken kommt? Möcht ihr auch zum Fest? Definiert blöde Gedanken? Äh, ich will eigentlich nur endlich die Adoption von der Ute... Oh. Ach, was weiß ich nicht. Ach, was weiß ich nicht. Ich bin verwehrt, lieber Rana, aber mir deutlich, dass hier keine Party stattfindet. Ich bin auch, ähm, für wirklich fürchte, hier wurden Familienmitglieder verstoßen. Kann von der Ute da. Ich fürchte, die Estela ist eine Hochstaplerin. Oh. Glaubt ihr. Aber ihr Gatte ist eben auch dort eingetroffen. Komm her. Nun. Geht zu eurem Eheweib, es ruft nach euch. Tante! Äh, lieber Herr von Hustling, sollte hier nicht die Feierlichkeit stattfinden? Ja, aber wir haben einfach nur den schießwürdigen... Die Feierlichkeiten abgesagt. Weil es wurde nicht mal... besprochen. Nein, ich wollte nur einen Termin machen, dass... Nicht nur. Es wurde einfach geplant. Einfach gelogen, um unser Haus jetzt im schlechten Ruf dazustehen, dass wir eine Feier nicht absagen. Oh. Aber es wurde nie besprochen. Es wurde nie geplant. Ihr habt einfach über unseren Kopf hinaus entschieden. Aber... Und denkt, ihr könnt einfach so in unser Haus platzen. Wolltet ihr nicht auch feiern? Was? Dass eine... Eine so treue Frau unser Haus verlässt? Wieso verlässt? Das feiern wir. Ihr lasst die nicht rein. Sie verlässt es doch gar nicht. Ihr gewinnt der Zuwicht. Ach, das ist... Aber ihr wisst schon, dass sie gar keine Weberlichen ist. Sie ist doch einfach auch nur angeheiratet. So funktioniert das nicht. Und ihr seid... Angestellt. Ja. Nun, ich kann eigentlich... Wollt ihr mir was von der Familie erzählen? Ja. Ich bin wahrscheinlich länger in der Familie beschäftigt als das Vibe. Ich sehe die Achtung vor denen, denen ihr einst dient, fällt sehr tief. Liegt das nur an einem geänderten Namen? Ich diene einer Person und das ist Mauritius. Ich diene keiner, ist Stella. Wicht. Ja, auch so gehe ich in den Tod hinaus und schütze dieses Haus. Wollt ihr ihm wieder begegnen? Ja, ich würde es lieben. Wollt ihr ihn besuchen gehen? Oh, ihr nehmt meine Drohung und kehrt sie um. Ritzelwicht. Ich habe die Armbrust in der Hand. Ihr nicht. Ich... Nun, ich bin... Ich... 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 Ich bin nämlich kurz der Vorordnung. Der Weinmann, der möchte gerne... Der möchte gerne bezahlt werden. Ich habe den Greifenhorst. Dann solltet ihr ihn bezahlen, Stella. Ihr habt doch bestimmt Reichtümer. Ich habe den Greifenhorst bezahlt. Brauchst nicht, sie hat mich wicht. Ich bin Rana, Frau Schana, die Seherin, und ich sage euch, wenn heute Abend keine Fährlichkeiten stattfinden, ist großes Unglück über dieses Haus hereingebrochen. Unglück. Das größte Unglück ist vor dem Haus. Nun... Ich fürchte, ihr habt nicht recht. An so'n Hokuspokus glaube ich nicht. Verschwindet mit den Hasslingern und dem anderen Ausgeburten der Unterwelt. Ob ihr an mich glaubt oder nicht, spielt bei der Wahrheit keine Rolle. Die einzige Wahrheit halte ich in der Hand. Das ist wohl eure Wahrheit. Ist das nicht, dass der Hasslinger der neue Herr dieses Hauses ist? Nein, ja. Was habt ihr denn alle... Großes Unglück. Merkt euch meine Worte. Großes Unglück. Das einzige große Unglück wird geschehen, wenn ihr auf die Feier geht. Großes Unglück. Großes Unglück. Großes Unglück. Großes Unglück. Großes Unglück. Guten Abend. Da sind alle verrückt. Wieso? Wer ist es denn nicht? Ist es Rüsselwicht? Sie haben einfach die Estella von Weberlichingen ausfamiliert. Ich bin eigentlich... Wie bitte? Wieso denn das? Ein guter Bekannter. Ja. Weil sie den Hasslinger geheiratet hat. Aber das müsste doch eigentlich ihn zum Mitglied des Hauses machen und nicht sie ausschließen. Das ist doch wahr. Das hat der König so entschieden. Naja, der Hasslinger ist doch ein Adliger. Und normalerweise, wenn Frauen ein Adligen heiraten, nehmen sie seinen Namen an, soweit ich das wenigstens weiß. Was? Das war eine... Das war ein Ergebnis einer intensiven... Wer sagt sowas? Die fand schon statt. Die fand schon statt. Ab dem Friedhof gerade eben. ...der Tod eine unendliche Abwesenheit darstellt und insofern das Vertretungsrecht des Herrn... Oh. Oh. Was? Oh. Oh mein Gott, ein Wunder ist geschehen. Er hat... Ein Wunder, Lerana. Reise den heiligen Longsheng für dieses Wunder. Ein Wunder. Ein großes Unglück. Ihr tut alles, was in dem Schirm steht mit Recht und so weiter und... Oh, was passiert, wenn die Ewigkeit auch in die Taverne gehen? Ich denke, du hast recht damit. Er hat inzwischen ein weiteres Testament aufgesetzt, was in diesem Falle passieren soll, aber ich denke, ich habe... Nun, ich fürchte, es wird großes Unglück über dieses Haus hereinbrechen. Ich denke auch. Ah. Äh... Sie beiden sind ja hier ganz vertraut beieinander. Das nenne ich sehr unsittlich. Das ist ja erfreulich. In der Tat. Es schickt sich nicht zu einer Feier einzuladen, die nicht stattfindet. Wohl wahr, wo wahr. Und wo ist eure Schwester? Ah, ich fürchte, sie hatte etwas zu besprechen mit dem Herrn Steinikus. Hm. Ah. Ach, so viel Aufruhr. Um die Liebe, ums Heiraten. Ich kann nicht verstehen, dass du daran gar kein Interesse hast, liebe Rana. Was soll ich sagen? Mein Kopf steckt in der Zukunft. Ich verstehe. Und... Wie soll ich sagen? Eine Beziehung sollte doch in der Gegenwart stattfinden, nicht wahr? Hm. Aber könnt ihr den Menschen, den ihr in der Zukunft an eurer Seite haben werdet, nicht schon in der Gegenwart finden? Hm? Wenn ich ihn sehen würde. Ich sehe ihn nicht in der Zukunft. Hm. Oh, verstehe. Oh, verstehe. Guten Abend. Hallo. Hallo. Oh, jetzt seid ihr so offen. Habt ihr was mit Gerd Ruhe zu besprechen? Können wir uns mal vorstellen? Ja. Hallo, mein Name ist Moria. Ich freue mich sehr, sehr. Schön, schön. Es freut mich noch mehr. Oh, mein Kopf. Oh. Sie haben nicht zufällig auch... Liebe Dragonia, ich hätte auch noch eine Vision, die ich dem König mitteilen müsste. Meinst du, es würde sich schicken, noch zu so später Stunde hinzureiten? Also, ich habe am Rathausplatz auf den Schildern gesehen, dass die Audienz beim König nur von der siebten bis zur achten Stunde möglich ist. Meinst du, ich kann ihm einen Brief schicken lassen können? Oh, ja. Magst du mich? Dafür ist das Postamt ja verantwortlich. Vielleicht zum Postamt begleiten? Ich war noch nie dort. Oh, sehr gerne einmal da vorne. Ich würde dich dort absetzen und dann tatsächlich schon mal... In die Taverne gehen? Das klingt super. Wenn du die Möglichkeit hast, dann versuche ins Hinterzimmer zu gelangen. Das ist wirklich sehr gemütlich, die haben dort eine Couch. Ist das so? Eine rote. Nun, dann werde ich das wohl mal versuchen. Sehr schön. Ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Sehr gerne und viel Glück mit dem Brief. Herzlichen Dank. Hallo? Ist jemand zu Hause? Hallo? Das sind aber viele Briefe. Hallo? Ich habe einen Auftrag. Ist jemand da? Hallo? Ist jemand da? Hallo? Ich möchte einen Brief verschicken. Ein Torbung ausbringt das schon ultra cool gemacht. Hallo? Hallo? Ich bin neugierig. Ich kann einfach eintreten. Ich bin neugierig. für die Sicherheit des Postamtes. Ich muss noch kurz nach Hause. Oh, ähm, habt ihr nach dem Postmeister gesucht? In der Tat. Ich wollte einen Brief verschicken lassen. Oh, können wir gerne machen. Tut mir leid, ich war gerade nicht da. Oh, das trifft sich ja gut. Gerade noch erwischt. Ja, wie kann ich helfen? Was für einen Brief wollt ihr? Nun, ich möchte einen Brief verschicken an den König. Ich kam heute leider nicht mehr dazu, ihn aufzusuchen und dachte mir, ein Brief wäre da galant. Meint ihr nicht? Briefe sind die Essenz von galant sein. Was heißt galant? Nun, wenn ich das erklären muss, dann hat das irgendwie auch schon wieder sein Wert verloren. Okay, dann belassen wir es einfach dabei. Richtig. So, ich gegrüßt. Was soll in den Brief rein? Nun, grüße, mein Guter. Ähm, es handelt sich dabei um eine vertrauliche Nachricht. Oh, ich bin mit der Börder vom Postamt. Soll ich das gehen? Oh, nun, nicht unbedingt nötig. Ich würde nur vorschlagen, etwas leiser zu sprechen. Sehr schön. Ähm. Ja, aber ich spreche in einer sehr dezenten Lautstärke, aber ich kann auch gerne noch leiser sein. Nun, der Brief soll an den König gehen und die Nachricht soll lauten, dass ich eine Vision hatte. Ich bin Rana Froshana, die Seherin. Und ich habe gesehen, dass Fokibert der neue Gemahl der Schneiderin werden muss, damit der König das edelste Gewand tragen kann, was er je besessen hat. Okay, ich habe geschrieben, lieber König, ich hatte eine Vision und habe gesehen, dass Fokibert das neue Gemahl der Schneiderin werden muss. Der neue Gemahl. Oh. Verzeiht, der neue Gemahl der Schneiderin werden muss, damit der König das edelste Gemacht tragen kann, was er je besessen hat. Gewand. Gemächt würde dem König womöglich auch gefallen, aber ich würde vorschlagen, wir belassen es bei Gewand. Und da sie sich ständig die Töpfe einschlagen, tragen kann, was er je besessen hat. Besessen hat, richtig. Rana Froshana, die Seherin. Und was soll der Absender nochmal rein? Rana Froshana? Rana Froshana, die Seherin. Rana Froshana. Froshana, wie der Frosch, richtig. Rana Vorname, Froshana Nachname. Habe ich schon mal gesagt, dass ich was mit Namen habe? Ich bin, glaube ich, dumm, was das angeht. Soll ich den Brief versiegeln, oder geht das so? Sehr gerne versiegeln, das wäre mir lieb, ja. Was bekommen Sie dafür? Ach, es ist ja für den König. In der Tat. Aber sagen wir trotzdem einfach mal 15 Thaler. Das ist ein guter Preis. Vertrauen Sie mir. Ich habe Dank, dass ihr sowas für den König macht. Ich gebe Ihnen 20 und Sie machen es per Eilpost. Ja, machen wir so. Herzlichen Dank. Dann, gehabt euch wohl und noch einen schönen Abend euch. Ich war bis gerade noch unterwegs. Ja, ich mache mich an die Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann gehen wir jetzt in die Taverne. Postbarm sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Tschüss. Ja, ich bin so. Ja, ich habe da noch. Guten Abend. Grüßt euch. Was kann ich für euch tun? Ich war auf der Suche nach meiner Freundin Dragonia von Kraut. Ja, die ruht sich gerade kurz aus. Oh, ich verstehe, ich verstehe. Wisst ihr, dann würde ich tatsächlich zur Stärkung meiner Freundin zehn Kartoffeln bestellen. Selbstverständlich. Ich hole sie kurz. Die Briefe fehlten nun. Ja, stimmt. Aber wo sind die denn alle hin gerade? Richtig verwirrt. Wer meinen Brief verschickt? Yes, fand ich auch cool. Das mal auszuprobieren. Hat ein bisschen was von, ähm... Hat ein bisschen was von, wie nennt man das? Äh, von dem Postmenschen aus The Legend of Zelda. So. Fehlt nur auf die Postmütze. Herzlichen Dank. Was bekommen Sie? Äh, das macht 30 Thaler, bitte. Bitte. Sehr... Oh. Oh. Oh, was ist denn? Liebe Dragonia, bitte sammle die zwei Kartoffeln auf, die hier gerade... Die habe ich gerade bestellt. Zur Stärkung. Oh, ja, natürlich. Ich, äh... Für mich? In der Tat, in der Tat. Oh. Nimm dir direkt die hier auch noch. Ich danke dir. Ich habe tatsächlich noch einige Kartoffeln bei mir. Ja, äh, das, äh, aber ich danke dir. Huh. Nun, ich glaube, das muss der Fluch der anderen, der anderen Taverne gewesen sein. Als wir nur kurz über sie sprachen, überkam es mich plötzlich... Oh. Wie gesagt, ich, äh, würde nicht empfehlen, diesen Fusel mit den drei Xen drauf zu trinken. Ich verstehe, ich verstehe. Dann sollte ich die leeren Flaschen schleunig, äh, wieder abgeben. Vielleicht hängt an ihnen auch noch was da, die mich beeinflussen. Hier, bitteschön, Ihre Bezahlung. Vielen Dank. Guten Hunger und gehabt euch wohl. Herzlichen Dank. Gehabt euch wohl. Du, liebe Dragonia, wo ist denn der Rest der ganzen Meute des Dorfes? Das Dorf scheint so leer. In der Tat, ich hatte mich auch schon gewundert, dass in der Taverne niemand haust um diese Uhrzeit. Vielleicht sollten wir noch mal kurz beim Rathaus schauen. Vielleicht haben wir ein Brett übersehen. Aber draußen scheint ganz schön was los zu sein. In der Tat, ich glaube, sie laufen alle irgendwo hin. Sollten wir einfach mal hinterherlaufen und schauen, was dort ist? Guten Abend, hallo, werte Herrschaften. Äh, wo, wo, wo lauft ihr denn hinten? Guten Abend. Oh, hallöchen, Zürcher. Genau. Der Prozess. Oh. Ja, 22 Glockenschläge. Ah. Zur zehnten Stunde, ich verstehe. Genau. Sie ist einmal im Bauernviertel. Oh. Oh. Oh, war das der König, liebe Rana? Ich glaube auch. Aber ich habe ja gerade einen Brief geschickt. Ja, mit ist es Donelia. Hat er denn die Donelia geheiratet nun? Also, ich glaube, so schnell geht das nicht. Die müssen sich erst mal kennenlernen und entscheiden, ob die dann wirklich... Ah, ich verstehe. Aber das war die Person, die mit ihm auf dem Pferd saß, richtig? Genau, ja. Ich verstehe. Wie aufregend. Wenn ein Charakter am Boden liegt, ist es ein Disconnect wahrscheinlich. Nicht immer der Fall. Man kann sich wohl auch hinlegen. Ich hätte ja sehr gerne gehört. So, wenn man irgendwie sagt, man macht einen dramatischen Auftritt oder so. Aber oft ist es ein Disconnect. Nein, der Pöbel war ja nun leider nicht zugelassen. Und somit haben wir uns nach ein paar Minuten doch verabschiedet. Richtig. Von der Festlichkeit. Das ist sehr schade. Wart ihr das? Ja, wir dachten, wir müssen die ganze Zeremonie über draußen warten. Und dementsprechend sind wir dann weitergezogen. Ja, verstehe ich. Ich habe mich halt um das Catering gekümmert. Das ist ein neues Wort aus der Zufenschule. Das ist für das Bankett. Eleanor? Oh, wie schön. Guten Abend. Nein. Nein. Ach, gut gegrüßt. Okay. Oh, es geht schon los. Wir sollten uns sputen. Oh, wir sollten uns wirklich sputen. Ich habe in meinen letzten Jahren Recherchen herausgefunden, dass, und ich gestehe, das ist nicht wenig, gestern bei dem Tod von Großbauern Blasius die Stadtwache leider diese Angriffe und diese Straftat nicht weiter verfolgt hat, um diese und weitere Angriffe und Anschuldigungen weiter fortzuführen und natürlich auch eine Reaktion zu erhalten, bitte ich jemanden von der Stadtwache hier oben auf das Podest. Na gut. Es ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Diese Steini. Nun stelle er sich vor. Ich bin Sir Yoshi Labbadoum und das hier ist Steini. Wir sind von der Stadtwache. Und wir haben in dem Fall um den toten, lieben, netten Opi ermittelt und seine Hab und Gut sichergestellt und den Hinterbliebenen überbracht. Nur leider sind wir noch zu keinem Ermittlungsergebnis gekommen. Nun, wer ist denn beteiligt in den Ermittlungen dieses Falles? Officer Steini und Stadtwache Sir Yoshi Labbadoum bisher. Also seid nur ihr und euer Stein verantwortlich für die Ermittlung eines Todesfalles. Ja, die anderen konnten noch nicht, also es ist halt viel zu tun und... Welche Dokumente über diesen Fall wurden denn schon angefertigt? Nun, ich habe ein paar Informationen in den Stein geritzt. Also, was wir gefunden haben. Heute haben wir die Schlüssel noch übergeben. Ja, ja genau, ja, ja. Und wer ist euer Vorgesetzter? Dieser Held hier. Dieser edle Herr von Korkenstein. Nun, dann werdet ihr mir gewiss auch verraten können, welche aktuellen Fortschritte Stand heute dieser Fall hat, wenn er durchgehend unterrichtet wurde. Nun, zu meinem Bedauern muss ich mitteilen, dass ich von keinem Fall in den letzten fünf Tagen irgendeine Art von Meldung erhalten habe. Zu meinem eigenen Verwundern und Bedauern. Nun, dann müssen wir wahrscheinlich auch nichts gehört haben von dem Fall in der Heiligen Raute, bei dem ein Mitglied der Heiligen Raute schwerlich verletzt wurde. Nun, von der Stadtwache selbst habe ich, wie schon gesagt, keinerlei Berichte erhalten in den letzten Tagen... Das Wort nun scheint bei allen sehr begeistert zu sein, sag ich ja! Ja! Nun ist das neue M! ... noch wie irgendeinem anderen Falle. Ja, wir haben das alles an den Lord... Ich glaub, das tweete ich jetzt. Lord Edwin! Lord Edwin! Ja, Lord Edwin! Wir haben alles an Edwin geschildert! Er soll das weitertragen! Genau! Nun! Nun! Ist das neue M! Ähm! 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 Was ist der Lord? Rana! Oh, hi! Lese! Okay! Ja! So hat er sich aufgetreten! Hey, bitte! Setzt euch doch hier nochmal wieder! Lord Edwin, hättet ihr die, äh, die Freundlichkeit... Schön, dass ich dich doch noch finde, ne? Wo warst du? Sie wollen mich verbrennen! Was? Sie wollen mich als Texel verbrennen! Wer? Das Dorf! Das Dorf? Nun, offenbar hat der, der, der Bäcker... bei der, bei dem Manifest der Liebe auf dem Schloss... ein Schandlied über mich gesungen... und hat gesagt, ich bin eine Hexe! Und hat mich als Hexe verunglimpft, liebe Rana! Wie bitte? Und... Ich bin geflohen! Vor der Stadtwache und der Maester, aber... Sie haben mich gefunden! Und nun sagt der Maester, nach diesem Prozess hier... wird mir meiner gemacht! Was? Ja, aber... Was soll ich tun? Rana, was siehst du? Ich... Oh mein Gott, Lise! Was soll ich sagen? Ich hab das nicht kommen sehen! Ähm... Ich muss mich irgendwie tarnen! Du musst dich tarnen! Richtig! Ich fürchte, wir müssen noch einmal die Schneiderin aufsuchen! Denkst du, das hier gelügt? Vermutlich nicht! Stell dich... Warte kurz! Aber du siehst doch aus wie immer! Oh, das ist eine vortreffliche... Eine vortreffliche Verkleidung! Nun, wir bräuchten noch ein neues Oberteil und noch einen neuen Rock, fürchtig! Mir wurde von der Stadtwache einmal vielleicht einen Schrieb ausgehändigt, den ich dann an den König weiterleitete! Hm... Okay! Oder zieh dir das über! Ich, ähm... Das war ja auch in Ordnung! Aber... Ich geb dir meinen... ...meinen Moosüberteil! Oh, Rana, hab Dank! Wieso? Diese Aussage kann ich leider nicht stützen und das ist auch gar nicht gern und regular... Die Kappe... Also, ich fürchte, die haben schon einige Leute mit dem Mundschutz gesehen... Das ist, das ist, ähm... Ich glaube, die Kappe ist vortrefflich! Dann können wir sagen, es ist eine... ...möglicherweise Cousine eingetroffen? Ich bin die Cousine der Heilerin! Korrekt! Und, ähm... Wie soll ich sagen? Ich fürchte, wir müssen... Ich fürchte, wir müssen uns wehren, liebe Lese! Ich fürchte, wir müssen uns wehren! Ich... Ich nehme an, dass... Ich hoffe, er meint nicht Dragunia, oder? Nein, Dragunia begibt sich schon wieder in Schwierigkeiten! Oh nein! Da vorne auf der linken Seite geht's einfach noch... Oh nein! Oh, ich kann nichts tun! Liebe Lese... Du bist die Cousine, richtig! Ich fürchte, wir müssen uns irgendwie gegen dieses Bauernvolk wehren! Gegen dieses männliche Bauernvolk! Dass einfach ihre fremden Füße in irgendwelche Tümpel taucht! Und die Flaschen hineinstecken! In der Tat! Ich denke... Einfach so hinein in mein Tümpel! Weißt du... Ja, da kann ich dir das vorstellen! Einfach so in mein Tümpel gesteckt! Ich... Ich fürchte, weißt du, ich habe gestern ein paar Frauen kennengelernt! Frauen, die wissen, wie man kämpft! Ja... Und möglicherweise wären sie ja bereit... Möglicherweise wären sie ja bereit, mit uns zu kämpfen! Und uns zu wehren gegen dieses männliche Pöbel-Bauernvolk, das jeden als Hexe beschimpft, nur wenn es sich zu wehren versucht! Wahrlich! Nun... So, mische ich mich nun wieder unter... Ich denke, so sollte dich niemand erkennen und falls doch, werde ich für dich bürgen! Was? Mein Pferd wurde auch einmal geklaut! Erkennt ihr denn jemanden dieser Wachen zufällig hier wieder? Ich bin mir nicht sicher, aber die Wache wurde auch sogleich abgeführt. Deswegen denke ich, dass die Wache selbst wohl am besten weiß, wer dafür verantwortlich war. Und gut, habt Dank für eure Aussage! Ihr könnt euch wieder setzen! Werte Stadtwache, in euren Reihen befindet sich jemand mit einer gewissen Eigenschaft. Ich würde ihn beschreiben als... Hat nicht der Herr Weberlich nicht auch mein Pferd gestohlen? Jedoch mit einer, nennen wir es mal, G-Hilfe, einer Lanze. Liebe Dragonia, hat der Herr Weberlich dein Pferd gestohlen? Oh, bitte entschuldige! Äh, aua! Ähm... Äh, nein! Ähm, ich hab mein Pferd wiedergefunden. Es steht jetzt, äh, vor der Taverne. Achso, ich dachte, du wärst da oben, weil dein Pferd gestohlen worden ist. Nein, ich wurde doch gestern zweimal niedergestreckt. Oh, das hast du zu... Ja, richtig! Das hast du zur Anzeige gebracht. Sehr gut. Der ist zu leise! Wann hört ihr dich in den letzten Reihen? Wieso ist der Mann eigentlich bewaffnet? Ja! Ja! Sonst so viel zu sagen, aber nicht verstehen! Es geht um den Mann, der Dragonia niederschlug gestern. Ich bin... Ich aus. Ja, Entschuldigung. Naja, ich bin schon sehr lange in Deutschland. Und, ähm, ich... Ich führe es mit großer Gewissenhaft aus. Gewissenhaftigkeit. Ich glaube schon. Ja, ja, ja. Naja. Auf jeden Fall. Ich habe von diesen Vorwürfen gehört. Als ich es gehört habe. Es war unerhört. Aber unsere Stadtwache hat tatsächlich richtig gehandelt. Es war jemand. Naja. Leider war es so, dass wir einen Wechsel hatten in der Stadtwache. Nicht, dass somit Kleider übrig waren. Und irgendjemand hat sich einen Spaß erlaubt und sich als Stadtwache ausgegeben. Wir konnten diesen aber für die Bürgerschaft. Für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich. Ja. Konnten wir diesen... Diesen Mann... Konnten wir... Falls noch jemand einen Grund gegen die Stadtwache sucht, dort schnarcht er. Ähm... Diesen Mann konnten wir auswendig machen. Und er hat seine... Seine Strafe bekommen. Wir haben uns an ihn gekümmert. Wir haben uns an ihn gekümmert. Leider ist es so, als wir ihn gerade hoch zum Pünken führen wollten, Unseruter entkommen. Einfach so entkommen. Ja. Ein weiteres Mal inkompetent. Nein. Das ist doch Unsinn. Das... Ja. Das... Ja. Das wird auch immer jemanden gesehen. Das ist doch Unsinn. Die hat doch alle gerufen hatte. Ja, die hat uns verholfen. Ja, die hat uns verholfen. Aber, das ist verholfen hatte. Ich bin mir sicher, es gibt eine Dokumentation über das Verschwinden dieser Kleidung und über den Vorfall, den ihr geschildert habt, oder? Wo? Danke. Nun, werter Stadtoberseher. Habt ihr diesen Zettel bereits jemals zuvor gesehen? Jetzt kommt es raus, die Stadt Wachen können ich lesen, Koffer. Nein. Aber ein Verschwinden von derlei wichtigen Kleidung stört. Was? Was macht der da? Was hat der Grinny das gemacht? Und wir haben eben festgestellt, dass Lord Edwins Aufgabenreich. Was ist denn da? Nun, aber nichtsdestotrotz hat er noch nicht davon erfahren. Mir scheint, dass wir zweierlei Probleme hier deutlich geschildert bekommen. Haben Sie Dank für Ihre Aussage. Ich werde gleich noch auf Sie zurückkommen. Nun, wertes Volk, wir sehen zwei Dinge jetzt hier sehr, sehr deutlich bewiesen. Auf der einen Seite haben wir eine fehlende Kommunikation. Ein Fehlen eines Bindegliedes zwischen der Stadtwache und der Obrigkeit und der Stadtverwaltung. Was natürlich niemanden vorzuwerfen ist, dass wenn die Stadtwache versucht, weiterhin Dinge aufzuklären, aber keinen Ansprechpartner besitzt. Das andere sind die Vorwürfe der übertriebenen Gewalt, die wahrscheinlich darin begründet sind, dass die Stadtwache ein gewissen Frust trägt. Werte Stadtwache, bitte, wie steht ihr dazu? Empfindet ihr einen gewissen Frust bei Eurer Aufgabe? Nun, wir haben also eine... Sehr gerne doch. Darf ich Ihr Vorträgen? Natürlich dürfen Sie vorträgen. Wenn man überhaupt euch auf Steini schwört, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Alles? Alles für Steini? Oh Gottes, will, ist das hier Steini? Es ist hier Steini, ja. Ach, greif es, Vogel, einfach nicht. Hohe Volke, bitte. Ich grüße Sie doch, ihr Maul. Ich würde gerne... Das ist das für ein Wunder hier, ey. Bitte sprechen Sie laut und deutlich, sodass jeder dort unten pöbelnde Pöbelloch versteht. Ja, ja, ich spreche, hier kann mich jeder hören. Da draußen. Ja, ganz in Ordnung. Sagen Sie, was? Ich möchte... Ich möchte die Frage des Meisters beantworten. Alle mit diesem Null. Natürlich sind wir... Ich kann dich auch hören, Kalle. Winke. Auf jeden Fall. Ich kann natürlich von meiner Seite aus sagen, dass Gewalt nie die richtige Lösung ist und wirklich nur im aller, aller, ja, schlimmsten Notfall passieren sollte, wenn es wirklich um starke Verbrechen geht. Aber um die Frage des Meisters zu beantworten, ob man frustriert... Oft, das machen alle. Leiser macht das, der Meister macht das, ich mach das. Ich mache diese Arbeit jetzt schon seit so vielen Jahren. Und egal wie das Ansehen euch, uns gegenüber aktuell sein mag, so ist es nun mal so, dass wir jeden Tag versuchen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Für jeden einzelnen Bürger und für jede einzelne Bürger... Oh, einer labert da mal rein. Wir sind auch Bürger. Und zwar mit einem wunderbaren goldgelbenen... ...einer Uniform, so nenn ich das jetzt mal. Sag's nochmal, das sieht aus wie Pisse. Aber das ist goldgelb. Aber wir versuchen jeden Tag, mit jedem einzelnen Anliegen von euch, das Recht durchzusetzen und Gerechtigkeit. Sie haben mich behaftet für mich? Und das Ganze kommt in einer Masse, die teilweise nicht zu bewältigen. Und ganz oft sind wir gerade in Ermittlungsständen, die vielleicht noch nicht eine Information... Und da bitte ich um Entschuldigung an meinen Vorgesetzten. Ich bin immer der Meinung, dass ich meinen Vorgesetzten nicht mit jeder Kleinigkeit... Oder mit jeder... Nee, Kleinigkeit ist das falsche Wort. Dass ich meinen Vorgesetzten nicht immer mit jedem Fliegenschiss belästigen möchte, solange ich noch nicht weit genug ermittelt habe. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten Ermittlungen zu all den Anliegen, die sie an uns, die Stadtwache, bringen, meistens es lehrt auf. Ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich mir Chips hole. Ich bin frustriert, denn... Ich möchte dieser Stadt dienen. Ich möchte unserem König dienen. Und vor allem möchte ich euch, den Bürgern, dienen. Aber es ist es nicht immer einfach. Sehr gut. Sehr gut. Hört, hört, hört. Ist das nicht die Wache mit dem Aggressionsproblem? Nun, ich danke euch für eure Worte. Das waren wichtige Worte, die zu unserem heutigen Ende auch langsam führen sollen. Nun, wertes Volk von Rastalot, werter König. Wie wir heute bewiesen bekommen haben, ist die Aufgabe der Stadtwache keine einfache. Und wie wir gehört haben, wird es ein kleines Schildesmal... ...dass wir meine haben und die der anderen? ...wischen der Stadtwache, der Führung und vielleicht auch zwischen dem Volke. Mir ist klar, dass als Stadtwache es nicht einfach ist, eindrucksvoll zu sein, eindrucksvoll zu wirken, ohne mit Waffen zu wedeln. Klinge ich fest, du gewinnst? Wenn nicht jeder, der Verbrechen begeht, will sich umgehend stellen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber, wie es scheint, sind Ermittlungen in diesen Landen nicht die einfachsten. Lord Edwin, könntet ihr meinen letzten Gefall tun und noch einmal nach oben kommen für einen wichtigen Aspekt dieser Verhandlung? Natürlich. Da kann noch jemand nichts trinken. Lord Edwin, ich, während der König oben für sich und seine Prinzessinnen, äh, 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 Partner und Partnerinnen sucht, äh, verbrachte die Zeit unten im Folterkeller und, äh, hattet mit der Stadtwache zu tun. Könnt ihr mir Folgendes sagen, wie es dazu kam und vor allen Dingen, äh, zum Schluss, was die Stadtwache abschließend dazu sagte? Nun, äh, dazu kann ich mich durchaus äußern. Ähm, wir hatten uns im Hof eingefunden, um, äh, nun, drauf zu warten, dass der König uns empfängt und, ähm, vielleicht den ein oder anderen Schluck Alkohol zu uns zu nehmen. Ähm, als ich plötzlich hinterrücks angegriffen wurde und als ich mich umdrehte, stellte ich fest, dass dieser Angriff von einem der Männer der Stadtwache war. Ja, schon kein anderes Wort mehr. Wer von Ihnen es war, es wurde auf jemanden gezeigt und ich wollte ihn verhaften. Leider hat sich die Person der Verhaftung dann widersetzt, weswegen ich dann nun gezwungen war, auch mein Schwert zu zücken. Ähm, weitere Pfeile aus, äh, Richtung einer Stadtwache kamen angeflogen. Ich konnte leider nicht identifizieren, wer es war, es wurde auf jemand anderen gezeigt, also wurde auch dieser gefesselt. Daraufhin fehlen einige Beleidigungen, die ich hier nicht, äh, weiter ausführen möchte. Und die definitiv zeigen, dass ein gewisser Grundrespekt von der Wache, nicht nur gegenüber dem Adel, sondern natürlich auch gegenüber dem einfachen Volke von Rastalodge, besteht. Dies Verhalten, welches die Bürger dort schildern, habe ich dort am eigenen Leib erfahren. Keinerlei Einsicht, keinerlei Respekt. Und das macht für mich die ganze Sache relativ einfach durchschaubar. Nichtsdestotrotz sind wir am König vorbeigekrochen, mit dieser Stadtwache dort, um sie im Keller dann dementsprechend ein wenig auszufragen. Und, äh, da der König ein Freund von Folter ist, und der König auch sagte, ich zitiere, Nun dann weitermachen. So habe ich sie dann in den Keller abgeführt, um sie dort foltern zu lassen. Wie es im Königreich, ähm, Nunsitte ist. Ich für meinen Teil bin der Meinung, ich habe mich genauso verhalten, wie man mit Leuten umgehen müsste, die ihren Platz im, äh, ja, diesem Geflecht hier nicht kennen. Und, äh, das scheint nach oben und nach unten der Fall zu sein. Ihr habt einem Ritter des Königs ohne Grund das Ohr abschneiden lassen. Äh, hört, hört. Hervorragend. Nur zu bedürftig. Wir haben gelogen, das ist alles eine Lüge. Nun, dann bin ich doch mal auf diese Zeugen gespannt, wo sie auch immer sein würden. Nun. Hab Dank. Ich, äh, komme zu meinem Schlusswort leider, werde ich dann die Lücke der Informationen füllen, die mir sehr wichtig war dabei. Nun, nach dieser Folter, wartet bitte ihm dieses Wort noch ab. Nach der Folter, die das gesamte, die die gesamte Meinschaft der Stadtwachen hinter sich brachte. Ähm, nun, äh, sprach einer der Wachen für all seine Brüder, wie er es sagte. Und er sei bereit, für seine Brüder alle Qualen hinzunehmen. Nun, so unterscheidet die Stadtwache sich vom normalen Bürgern, durch die Kleidung und natürlich auch durch... Allersteria. Und da wir entmilitarisieren, das heißt, weniger Waffen unter dem Volk haben möchten, würde ich zu folgendem kommen. Ich würde gerne eine Einigung zwischen den BürgerInnen und der Stadtwache erzielen. Und ich würde gerne bitten, dass Lord Edwin, eine Bürgerin oder ein Bürger und eine Stadtwache, mich hier oben besucht. Oh mein Gott, Daniel! Bitte entscheidet frei, wer von euch hochkommen möchte. Na, ich, mir soll dich entscheiden. Der Horst steht ja schon oben. Ich meine nämlich freiwillig! Sollte ich jetzt hoch oder jemanden bestimmen? Ich gehe schon hier oben! Bei jedem nur einen Schnaps. Naja, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich bin der Bürgermeister und ich werde etwas dazu sagen. Als Bürgermeister dieser Stadt möchte ich mich bei der Stadtwache für ihre Arbeit und ihren aufopferungsvollen Einsatz bedanken. Sicher, es gibt immer irgendwelche Probleme. Das ist vollkommen klar, wo Menschen miteinander zusammenleben müssen. Da werden sie streiten. Da werden sie aufeinander losgehen. Aber ich bin mir sicher, dass jedes unserer Stadtwachenmitglieder sein Möglichstes tut. Damit wir alle friedlich miteinander zusammenleben können. Ganz anders als der Herr Gorkenstein, der das Wort des Königs geringschätzt. Ihr kennt euren Platz nicht, ihr Narr. Das macht nichts. Ich bin mutig genug, auch solchen Leuten wie Ihnen entgegenzutreten. Selbstverständlich werde ich mit den Konsequenzen trennen. Lauter, wenn du das Wort ergreifst. Lauter! Ich war in der Gewalt der Stadtwache. Und ich habe es sehr genoschen. Ihr habt es genossen. Dann möget ihr vielleicht seltsame Vorlieben haben. Aber zu Unrecht, da unten eingesperrt zu werden. Geschlagen zu werden. Halb ermordet zu werden. Wegen nichts und wieder nichts. Hat nichts mit Gerechtigkeitssinn zu tun. Und das sollte keinen Platz hier in Rastalot haben. Deshalb ist diese Stadtwache zu verurteilen. Das sind bloße Anschuldigungen. Ich versichere Ihnen. Ich setz mal ein Pferd an. Handgeklappe! Ich wurde wunderbar behandelt von diesen Leuten. Wir haben keinerlei Beweise für eure Ansichten. Und ich würde diese auch auf später vertragen. Bis zu meinem Vorschlag. Habt Dank für euren Einwurf. Ich würde gerne die vorhin noch erbetenen Personen eben einmal auf meine Bühne bitten. Damit wir so langsam zu einem Ende kommen könnten von dieser... Eine Stadtwache, die ein Pferd foltern möchte. Weil es an einem Komplatt teilnimmt. Angeblich. Der kann man nicht trauen. Wertes Volk von Rastalot, werte Betroffene, werte Stadtwache, werte Bürger. Wir haben hier oben die Vertreter von all jenen, die angeschuldigt wurden, die Anschuldigten und die zu Beschützenden. Aber eben alle von unten sind Bürger und Bürgerinnen dieses wunderschönen Rastalot. Ich weiß, in der Vergangenheit lief nicht alles richtig. Ich weiß, es war durchzogen mit Gewalt und mit Schlägen, Fesseln und all den Sachen. Das, was wir alle in unserem Schlafzimmer normalerweise tun. Aber ich würde gerne eine Einigung erzählen. Und ich schlage euch jetzt etwas vor, stellvertretend für alle dort unten. Ich möchte einen Neubeginn. Eine Struktur. Ein Ziel. Eine wertschätzende Zukunft. Damit die Bürgerinnen von Rastalot alle sich sicher fühlen und gewertschätzt. Ich kann nicht sagen, dass Vergehen negativ sind. Sie spricht von eurem Pferd, euer Majestät. Demokranie, sagt die Monarchie, erkannt. Folgendes erwirken. Werte Stadtwache, seid ihr bereit, weiterhin im Dienste des Volkes zu handeln, wertschätzend zu sein und noch immer weiter und weiter für das Recht einzutreten? So antwortet mit Ja. Ja. Noch lange so weiter geht es, Lisa, zumindest für heute sicher. Und da müssen wir für die Tage wirklich uns drum kümmern, die Frauen auf unsere Seite zu kriegen. Gerade die anderen Mondsteinfrauen. Werd ihr bereit, eure Waffen nicht durchgehend zu tragen und mindestens eine von euren Wachen durchgehend an euren Wachposten abzustellen, um durchgehend erreichbar zu sein? Das ist vermutlich, das wird auch mal Waffen. Lord Edwin. Werd ihr bereit, als Berater, als Ausbilder, die ihr Leben in den Leben eures Tages zu verbringen, um der Stadtwache in ihrer Existenz behilflich zu sein? Wenn ich das Wort noch kurz an die Bürger von Rastalot dabei wenden dürfte. Aber selbstverständlich. Wenn es dem Erfolg von Rastalot gefällt, dass Lord Edwin, der Freundliche, in Zukunft versucht, diese Situation ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, so werde ich dieser Aufgabe selbstverständlich nachkommen. Jubel! Ja, schön, nicht? Wir haben den Bürger vor Rastalot. Juhu! Jubel! Jubel! Der Einzige, von dem ich je Gewalt erfahren habe, war Lord Edwin selbst. So ist es, Lord Edwin hat die Bürgerinnen und Bürger schikaniert. Das hat jetzt ein Ende. Denn euer Majestät richtet das Wort an euch. Das heißt, wir müssen uns unternehmen, der Postländer... Bürger von Rastalot, der König hat gute Laune. Und damit verfüge ich, dass die Stadtwachen netter zu den Bürgern sein sollen, die Bürger netter zu den Stadtwachen und alle sich liebhaben. So soll es geschehen. Jubel! Ja, liebhaben! Ja, liebhaben! Ja, liebhaben! Ja, liebhaben! Ja, liebhaben! Ja, liebhaben! Alle sollen sich liebhaben! Auf zur Orgier! Oh, dann habe ich ja nichts mehr zu befürchten. In der Tat, wenn sie uns liebhaben sollen. Ich denke auch, er hat uns vergessen, liebe Lise. Wir sind da oben, so was. Nun, ich würde noch kurz abwarten. Wir nennen sie Stadtschlafe. Du wartest nicht ab? So warte ich wohl ab. Das ist ein neuer Helm, nicht? Oh, oh! Weltschöner Helm! Weltschönerheit! Nun geht ihr den auch mal ein Licht auf, nicht? Vierblettern, König, Liebesfolg von Rastalot, so lasst mich noch ein paar abschließende Worte an euch richten. Ah, krass, doch nicht? Und so lasst mich jenen Greifenberg noch einmal aufgreifen. Wo ist er? War ich nicht stets für euch als Ansprechpartner zur Verfügung? War ich nicht stets wohlgesonnen? Habt ihr mich jemals darüber informiert, dass die Stadt auch euch schlecht behandelt hat? Alles! Es hätte alles bewirkt. Und so sehen wir ganz klar, hier ist ein kleines Problem der Kommunikation an einigen Stellen und gemeinsam müssen wir uns diesem Problem stellen. So, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitglieder der Stadtwache, wir stehen heute hier, um den Anfang zu markieren. Die vergangenen Geschehnisse haben Schatten auf das Vertrauen zwischen uns geworfen, doch es ist Zeit, vorwärts zu schauen und neue Brücken zu bauen. Die Stadtwache hat die ehrenvolle Aufgabe, uns zu schützen und für Sicherheit zu sorgen. Es ist ein Amt, das Respekt und Anerkennung verdient. Wir erkennen an, dass Fehler gemacht wurden und auch, dass jeder die Chance auf Besserung verdient. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung unserer Situation ist, wie schon eben angemerkt, der verstärkte Dialog zwischen der Stadtwache und dem Stadthalter, sowie natürlich dem Volke. Dieses Bekenntnis zu einem engeren Austausch wird uns allen helfen, besser zusammenzuarbeiten und Missverständnisse zu vermeiden. So lasst uns gemeinsam an einer sonnigen Zukunft arbeiten, in der die Stadtwache und die Bürger... Plastikstühle ja nicht stimmt. Wie soll man Hand in Hand? Mehr Sonne für alle. Das ist schon, nicht? Du hast auch einfach, haut Unrecht an. Hört sie an. Sepp Timos hat mich heute dreimal zu Boden gestreckt, ohne dass er mich anhörte. Ich denke, er ist der Grund, warum so viele Bürger der wache misstrauen, denn Sepp Timos hat mir Unrecht getan. Er hörte mir nicht zu, er hörte nur Furki zu. Wie hieß er? Furkibert, Furkibert zu. Und dann wurde ich niedergestreckt dreimal vor den Augen dieser Frau. Naja, bei ihr ist das auch ein bisschen berechtigt, oder? Du hast gesehen, ich hab's gesehen. Sie hatte keine Waffe, in der hat nichts. Sie war sehr lustig. Du hast aber die Königsgarde, das ist was ganz anderes. Du hast! Ja, aber man sieht, dass ich dieses Muster durch alle... Exekutiv beahnten Streck. Was bedeutet das? Exibus? Dies trinkt nicht zum aktuellen Falle bei Schweigen still. Exekution! Ich habe auch noch ein Wort zu sagen. Schon wieder werden die Frauen... Wer denn? Ich hätte doch ein Vorgemundes. Ich möchte doch einmal erwähnen, dass der Stadthalter Eberhard von Gorkenstein mit vollstem Respekt zu beharmen ist. Der ist mein verlängerte Arm in der Stadt. Wer ihn nicht respektiert, der war leider nur einen Tag lang Bürgermeister. Schade für... Ich kann nicht mehr reden. Ja, aber er respektiert sie auch nicht! Euer Ehren! Nun! Nun! Der neue Bürgermeister soll sein... Oh, der hat sich eigentlich ja... Ja, der von Flatter, genau eine hervorragende Idee! Ja, hier! Ja, hier! Ja, wie doof! Oh, also nicht, ich nicht! Meine Taverne ist eh zu! Ein Wirt ohne Job! Laufst du mir noch etwas zu sagen? Nein, wir sind hier gerade in einer willkürlichen Bürgermeisterwahl! Wie wäre es mit einer Tafane? Hier ist ein Wirt ohne Beruf! Hier ist ein Wirt ohne Beruf! Eine adelige Dame! Ich bin's nicht einfach! Ich bin's nicht einfach! Ich bin's nicht einfach! Boah, also ich nicht, ne? Nein, kein Adel! Ich bin meine Schweine, ne? Ein einfacher Arbeiter! Ja, wir sind die Bürgermeisterin! Eine Frau! Davido! Ja, ich hab Zeit! Die Taverne wurde geschlossen! Juhi und der Schmied machen Halb-Halb-Bürgermeister! Oh, lock it! Oh, lock it! Der Henker wird Bürgermeister? Der Henker? Ja, weise Entscheidung! Jetzt hat der Henker vier Berufe! Wir werden alle sterben! Das ist totaler Tod! Jetzt kommt der Henker, I can't! Hallo, Nightbird! Wenn ich Bürgermeisterin werde, können sie mich nicht verbrennen! Das wäre so weise! Ich sehe sowieso eine Frau als Bürgermeisterin! Ich auch! König! 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 Oh mein Gott! Das Schreiten nach Koma trinken, nicht? Wurde der Meister gerade zum Bürgermeister gekürt? Ich bin mir gerade nicht so sicher! Ich dachte, das wäre eher der Henker! Ich bin tot! Nun, das sind wir alle! Ähm, liebe Lese! Komm mit! Wo ist deine Schwester? Du meinst Lauter! Mein Name ist Lauter! Ich grüße euch! Wie bitte? Mein Name ist Lauter! Sag dich nicht gerade Lese? Ja, aber mein Name ist Lauter! Dein Name ist Lauter? Ich bin die Cousine von Lese! Oh, du bist Lauter! Du bist die Cousine von Lese! Oh, ja! Das ergibt erstaunlich viel Sinn! Liebe Lauter, komm mit! Wo ist deine Schwester? Äh, deine andere Cousine! Wie immer vermutlich! Nun, ich erkläre diese Verhandlung für geschlossen! Vielen Dank für eure Teilnahme! Besuchen Sie den Job am Ausgang! Habt Dank! Liebe Lauter! Ähm! Oh, oh! Der Meister kommt hier nachher! Hallo Meister! Das ist die Cousine von, ähm, von Dragonia und von der lieben Lese! Das wollen wir erst kennenlernen! Das ist die liebe Lauter! Äh! Lass uns gerne nochmal anstoßen! Lauter, das sagte ich doch gerade! Oh ja! Was sie sagt! Willkommen her! Wir sollten erstmal Richtung Post gehen! Ich habe euch nicht gehört, die Stimmen in meinem rechten Ohr sind Lauter als ihr seid! Wer hat dir die Verhandlung gefallen, mein Sohn? Ich verstehe! Hm... Mein Name ist Lauter, ich bin Lises Cousine! Ja, da kannst du dir noch einmal das verkaufen! Habt ihr eure Cousine kürzlich gesehen? Begeistert man das? Äh, nein, die ist weg! Weg, sagt ihr! Ja! Sie musste ganz dringend verreisen, da gab es Schwierigkeiten mit ihrem Vater! Ich glaub, ihr seid immer noch einmal glimpflich aus dieser Situation rausgekommen? Nun gut, dann, äh, wenn ihr ihre Cousine sehen solltet, sie soll sich umgegeben bei mir melden. Es scheint, äh... Jawohl! Dass sie der Hexerei bezichtigt wird! Wie bitte? Wie schreckt! Wie kommen sie denn darauf? Wer hat denn da gerufen, dass er von mir noch Gewalt erfahren hat? Dann sollte ich das vielleicht mal klären. Ich hoffe, ihr wisst, dass das für die meine Cousine... Äh, nein? Als Cousine habe ich doch ein Recht zu erfahren, was meiner Cousine vorgeworfen wird. Hubi! Ja, das ist besser. Alles gut. Hubi! Ich hab doch... Als Cousine habe ich doch das Recht zu erfahren, was meiner Cousine vorgeworfen wird. Nun, wie es scheint, habe sie ein gewisses blutiges Ritual an einem Brunnen vollzogen, was dazu führte, dass sich heute Morgen diverse Mannen in Fröschen verwandelten. Frösche! Was habt ihr gegen Frösche? Eine ungeheure Bezichtigung. Ich habe nichts gegen Frösche, nur wer als Mann erwachen sollte, sollte kein Frosch sein. Und wie kommt ihr darauf, dass die liebe Lise, ihr kennt sie doch schon länger als ich, etwas damit zu tun hat? Von verschiedenen Stellen wurde es mir unabhängig voneinander zugetragen, dass die liebe Lise dafür zuständig war. Lasst mich raten, die Stimmen waren alle männlichen Wesen? Tut das viel zu Not? In der Tat, in der Tat, wenn es alles männliche Stimmen waren, die zufälligerweise auch alle ihre Füße in den fremden Tümpel der wundervollen Lise-Grümmel hineinstecken, dann sehe ich durchaus ein Muster zwischen diesen all- gar unabhängigen Stimmen. Fremde Füße in den Brunnen. Steinikus war doch dabei! Ich meine, Lise sagte, Steinikus war dabei. Ja, in der Tat, wie erwähnt. Also, zumindest bei den Füßen. Wir waren dabei, darüber zu reden, dass ihr... Erwähnt doch, worum es in der Situation ging. Gerne. Ich bin gerade mit der Heilerin auf dem Weg zum Tümpel gewesen. Ich hatte ein bisschen Durst, sie wollte mir ihren Tümpel zeigen. Und plötzlich kamen wir um die Ecke und sahen fünf Mannsbilder halbnackt ihre Beine und anderes in den Tümpel hängen lassen. Daraufhin ist die Heilerin wütend geworden, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Berechtigter Weise. Es gab eine verbale Auseinandersetzung. Die Herren sahen nicht ein, dass sie etwas Falsches taten. Es wurde lauter. Schließlich zog, das muss ich hier sagen, die Heilerin einen Dolch und begann wütend auf die Herren einzuschlagen. Woaufhin einer dieser Herren sich wehrte, eine Axt zog und wiederum die Heilerin mit der Axt verbündete. Also, ich habe nur auf einen... Ich meine, Lise. Lise hat nur auf einen eingeschlagen und es war nur ein kurzes Antippen, nachdem sie mich, ich meine Lise, verhöhnten. Ja, in der Tat, so ist es geschehen. Und danach allerdings habe ich den Tümpel verlassen, weil ich dachte, die Situation hat sich einigermaßen wieder beruhigt. Das ist zumindest der Vorfall. Ob es später zu... Wäre es deine Sicht gewesen, wäre alles eskaliert, hat Lise gesagt, hat Lise gesagt. Ich war ja nicht da, ich bin das heute angenommen. Ja, in der Tat, ich habe versucht, ein bisschen zu beruhigen. Und wenn... In der Demokratisierung hat eure Cousine sicher ihre Waffe abgegeben, oder? In der Tat, sie wurde ihr, äh, mir, ihr, ihr, mir, ihr... Sie wurde ihr abgenommen. Nun, und ihr versteht doch sicher, dass wenn all diese männlichen Wesen, die ihre Füße in den Tümpel streckten, unabhängig voneinander verkündeten, dass ausgerechnet Lise eine Hexe sei, dann sind diese Stimmen doch nun nicht mehr ganz, wie soll ich sagen, objektiv. Lise ist doch keine Hexe. Richtig. Ausgerechnet ich, ich meine Lise, meine Cousine. Richtig. Ihr kommt sehr häufig durcheinander mit euch und eurer Cousine. Nun, sie sind sich sehr verbunden, richtig. Ja, ich glaube, wir sollten Vollgas geben. Nun, dann sollten wir vielleicht die Augen offen halten. Ihr wisst zufällig noch, falls ihr eure Infosine treffet, dass ihr die Liste der Namen dieser Mannen gerne weitergeben könnt. Ich, äh, sie hat keine Liste. Es ging alles so schnell und es war ein aufregender Abend. Hm. 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 Der Müller war definitiv dort. Eine ganz aufregende Person. Er nennt sich Streicher. Aber das habt ihr nicht von mir gehört. In der Tat, der war auch dort. Streicher? Ja. Ja, der war auch anwesend. Er ist so aufregend. Er ist ein Abenteurer. Ja, und er streicht durch die Wälder und erlebt Abenteuer. Ist das nicht aufregend? Mäster, der Streicher ist der Hammer. Ich kann es gleich offenbaren. Er ist wirklich der Hammer. Er stimmt, das war der Gefallen. Wenn ich ihn einlösen lassen muss. Ja, bin hin und weg. Ich auch. Ha. Nun, ja. Also, an mehr kann ich mich, an die anderen kann ich mich in der Tat auch nicht erinnern. Ich bin nicht so aufregend unterwegs. Ich traf am selben Abend noch den Kürbisbauer in... Ich bin mir nicht sicher, ob er auch genau unter ihnen war. Aber ich meine, dass die ganzen unabhängigen Stimmen, die ihr gehört haben möget, möglicherweise ein Indiz für genau dessen Tat gewesen sein könnte. Einer spielte Flöte. Stimmt. Richtig. In jedem Fall waren die fünf sich sehr einig, waren sehr frustriert, waren ziemlich wütend auf die Heilerinnen, haben ihre Handlungen nicht eingesehen, haben weiter ihre Gliedmaßen im Tümpel gebadet. Ja. Und sich darüber lustig gemacht. Ich war dabei. Ich kann zeigen. Das ist die Apoli nicht anwesend. Wer hört, hört. Ähm. Lisa hat uns das Ganze heute Morgen doch sehr leibhaftig zugetragen. Ich verstehe. Ich war sogar anwesend. Ich hab das gesehen. Richtig, richtig. Sie haben einfach herrschmitzigen Füße in den Tumpel getunkt. Ah. Hosenlos. Eine hodenlose Frechheit. Eine wahrlich hodenlose Frechheit. Nun, das stellt das Ganze natürlich auf eine andere Bühne, in ein anderes Licht und einen anderen Scheffel und was man sonst noch sagen kann. Ich sollte auch diese Seite dieser Geschichte beleuchten, bevor ich weitere Schlüsse ziehe. Ja. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich werde dann mal meine Recherchebücher zurate ziehen. Ähm. Ab Dank. Und falls ihr euren Cousine noch sehen solltet, bestellt ihr eine freundliche Größe von mir. Wird sie hingerichtet? Nein, auf keinen Fall. Sie sollte von Anfang an verhört werden, aber sie rannte sofort los. Nun, sie musste los wegen ihres Vaters. Äh. Äh. Mäster, was, was soll das? Was soll das Spiel? Natürlich rannte ich los. Ich sollte umgebracht werden. Das sagte wer? Steinikus. Nun, Steinikus hat nicht sehr viel Ahnung von meinen Vorhaben. Wenn ich vorhabe, euch in Fesseln zu legen, dann ist das immer noch eine Sache zwischen euch und mir. Das ist eine andere Sache. Das ist dieselbe Sache. Oh, es ging um Fesseln. Wenn ihr das gesagt hättet, wäre ich nicht gerannt. Liebe Rana, was geht hier vor sich? Das, äh, sagte ich ja. Nun, wir müssen eurer Schwester aus der Porte helfen. Haltet sie? Wer hat die Fesseln? Das heißt, es war gerade eine Verkleidung und sie hat sich als ihre Cousine ausgegeben? Korrekt. Nun, ich würde meinen, du kennst, würdest wissen, wenn ihr eine Cousine habt, namens lauter richtig? Das mit den Fesseln und mit dieser Recherche und den Informationen, die ihr für mich habt, eventuell nochmal überlegen. Ich hab deinen Namen nicht gehört, aber das ergibt schon. Also, wir sollten das weiter verfolgen. Ich muss nur herausfinden, wie alles beteiligt war. Bitte bringt mich einfach nicht um. Nein, ihr werdet nicht umgebracht. Seit wann werden hier denn Menschen umgebracht? Vorher müsst ihr mich töten, Meister. Sollt gestern. Wurde nicht an ersten Tagen dieser Woche schon jemand hin? Ist gestern nicht jemand gestorben? Und vorhin hab ich eine Leiche zum Friedhof schleppen. In der Tat, in der Tat. Sehr häufig Menschen hingerichtet. Sehr, sehr häufig. Aber ihr sollt nicht hingerichtet werden. Was sagt ihr so? Man muss nur vermeiden, dass ihr vom Mob gefasst werdet und verbrannt werdet. Und wo bin ich in Sicherheit? Doch nicht dort in meinem Haus, wo sie meinen Tümpel schändeten. Du darfst nicht vom Fass gemobbt werden. Genau. Ich könnte euch einladen, in meinem Bette zunächtigen. Ich denke auch, möglicherweise wäre das sicherer. Im Schloss seid ihr auf jeden Fall in Sicherheit. Das glaube ich auch. Lise, das solltest du annehmen. Das Schloss ist wunderschön. Es ist vor allen Dingen sicher. In Ordnung. Hab Dank. Und ich werde euren Tümpel bewachen. Danke. Die Flasche oder die Kohle? Äh, von der Flasche weiß ich nichts. Hier sind stüpperhafte Leute unterwegs. Ich nehme mal die Flasche bitte. Und für euch ein bisschen Speis und Trank für die Nacht. Wir haben in der Burg ausreichend Speis und Trank. Ich hätte noch ein Gehirn zu bieten. Woher habt ihr das für Hirn? Ist das das Gehirn von den Hässlingern? Ja, genau das. Das ist nämlich auch noch ein Thema. Wo wir in trauter Runde sind, gibt es nämlich noch was zu besprechen. Oh weh. Nicht wahr, liebe Heilerinnen? Da die Sache mit dem Mäster geklärt ist, könnten wir hier mal einen Tisch machen. Vielleicht berichtet ihr kurz? Vielleicht berichte ich in der Burg. Ja. Oder auf dem Weg dahin. Diese Einladung klingt für euch befremdlich, aber vielleicht sollten wir alle in meinem Zimmer dieses Thema noch etwas vertiefen. Oh. Eine gute Idee. Das klingt nach einer sicheren Idee. Ich habe ein Sofa, ich werde unter dem Tisch schlafen und wir werden alle zwei Meter auseinander sein. Wenn eure Schwester beschuldigt worden ist, seid ihr auch nicht sicher. Das ist wahr. Ihr seid alle nicht sicher. Zumal ich heute auffass... Ich wäre heute auffass als Hexe beschuldigt. Aber für was wurdest du denn beschuldigt? Als Hexe? Nun, ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Oh, der Meister ist so flink für sein Alter. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Nun, habt ihr eure Hühneraugen entfernen können, wie ich... Ja. Sehr schön. Ich trank etwas besonderen Wein, wisst ihr? Oh, wie wundervoll, wie wundervoll. Was? Was? Wie bitte? Oh. Ich hör nur, was? Was? Oh. Oh, ich darf auch mal mit aufs Schloss, Chad. Wie cool. Da freu ich mich. Also, eigentlich wollte ich den beiden ja ihre traute Zweisamkeit lassen, ne? Aber so ein Angebot kann man doch nicht ausschlagen. Sind alle hinter uns? Ja, sind noch alle dabei. Wunderbare, wunderschöne, 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 Sogar vor dem Volk. Interessant. Umso sicherer seid ihr in meinem Gemach. Euer Gemächt bietet Sicherheit wohl wahr. Ja, unter meinem Gemächt kann man Schutz suchen. Habt ihr auch einen Tümpel dort, wo ihr wohnt? Ja, haben wir. In der Tat. Ist die Heilerin hier? Entschuldigt, ist die Heilerin hier? Nein, nein. Nein. Äh. Maester? Ha, ha, ha. Nur die Cousine. Können sie ihr sagen, dass sie ihr Pferd-Aufänge für mich haben? Oh. Der Maester hat aber auch wirklich für jeden ein offenes Ohr, ich bewundere. In der Tat. Ich auch. Man muss Prioritäten setzen. Lieber Wörter. Du. Du. Wer? An wen denn? Ach, Erwin etwas. Oh nein. Oh, okay. Oh, wir müssen uns sputen. Na dann. Wörter nach. Oh. Alter, wie wir alle hier durchbangen. Oho. Oho. Wir sind Zeugen eines ganz großen Ereignisses gewesen. Spannend. Schreib das auf. Und zwar beiläufig, wortwörtlich. Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich spüre Liebe in der Luft. Ich habe übrigens ein neues gemacht. Es könnte eine Herausforderung werden, dieses gemacht zu erhalten. Oh. Okay. Beim letzten Mal sind wir alle sehr gut gekommen. Wir haben etwas mehr Platz als früher. Oh. Das ist auch vonnöten. Ja. Na, wir verstehen es doch gut. Ähm. Äh, oh. Oh. Das war der Expressweg nach unten. Nun, unser Fall wird, äh. Oh. Ich kann sie nicht mehr heilen. Nun. Das ist sehr schrecklich. Es ist zu spät. Ich fürchte. Wo sieht das häufiger? Ich hoffe nicht. Oh. Ähm. Das verdirbt einem doch ein bisschen die Stimmung, oder? Ich komme leider raus. Und dort sollen wir nun hinaufsteigen? Ich bin irgendwie verpackt. Meister, meint ihr wirklich, ich solle mitkommen? Nein. In der Tat, in der Tat. Oh. Ich bin fürchte, ich wieder runterquellen. Bitte lass uns nicht mit ihm allein. Das ging nie gut aus. Das ist ein Argument. Kommt auf diese Seite, bevor wir die Tür öffnen. Äh. Welche Seite? Wir schafft es. Jawohl. Noch ein Stück höher. Und perfekt. Gerade so. Oh, wie gemütlich. Es gibt ein Kamin. Ja, wir haben einen Kamin. Warum seid ihr umgezogen? Ja, wir haben einen Kamin. Ja, ich, äh, wir haben neue Gäste. Deswegen, äh. Oh, wie wunderschön. Äh. Äh. Wir schließen das Türchen. Oh. Und? Wie gefällt es euch? Es ist perfekt. Und? Oh, ein Drache auf dem Schild? Oh, 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 oh. Wie abenteuerlich. Und so ein großes Fenster. Wie wundervoll, wie wundervoll. Man kann so weit schauen, bis nach Fernerland. Zoffe! Noch Zoffe! Räu' mir auf, Mann! Und dünne Wände. Falls ihr durstig seid, ich habe für uns alle für die Planungsgespräche getränke. Oh. Oh, das wird eine lange Nacht. Schnelle Gespräche werden. So. Soll niemand durst bleiben. Soll niemand durst bleiben. Ich fasse mich kurz. Danke sehr. Bitte entschuldigst du. Oh. Oh. Du hast das Feuer gelöscht. Corona. Ich denke, so sind wir sicherer. Aber es wird kühl. Das war's wohl mit unserem Feuer. Warte, vielleicht kann ich... Wartet, ich habe etwas... Sie kommt schnell zur Sache. Ah, so. Nun. Wundervoll. Ähm. Steinikus, wollt ihr die Sache zusammenfassen? Ja, ich bin ja nur halb beteiligt. Ich versuche mal meinen Teil kurz darzustellen. Offenbar gab es eine Hochzeit, und zwar keine übliche Hochzeit, zwischen dem Oberhaupt des Hauses Hasslinger und der ehemaligen, also der Witwe von Mauritius von Weberlichingen. Richtig. Und diese Hochzeit, und das hat mir der Hasslinger persönlich ins Gesicht inzwischen bestätigt, hat in einem blutigen Ritual auf einem Friedhof unter Anbetung eines unaussprechlichen Gottes stattgefunden. Und dieses Gehirn spielte eine Rolle. Offenbar wurden Gehirne getauscht. Zwei sogar. Aber eins ist übrig geblieben. Äh, ja. Und, äh, das alles klingt nicht nach einer guten Sache für das Königreich. Die Hasslinger planen etwas mit einem bösen Gott. In der Tat. Es ist eine gute Arbeit, nichts Neues. Sie haben tausend überlegt. Ich hatte sie darauf hingewiesen, dass die Eheschließungen in diesem Königreich anderen Rechtsmaßstäben folgen, aber das hat sie nicht sonderlich beeindruckt. Das sollten wir dringlich verhindern. Ui. Nun, die Bluthochzeit ist schon geschehen. Dann sollten wir alles verhindern, was danach kommt. Und, ich fürchte, dass mittlerweile auch Teile des Dorfes involviert sind. Liebe Dragonia, verzeih mir, aber Dragonias Frau Hasel, sie hat sich mit den dunklen Mächten eingelassen. Aber sie geht doch nur zur Ausbildung. Sie tut doch gar nichts Böses. Bei den Hasslingern? Und die Hasslinger sind großartig. Der Louis ist mein allerbester Freund und die Tyranna ist meine allerbeste Freundin. Das könnte uns ein Vorteil geben. Nichtsdestotrotz, äh, wir sollten die Nacht über reden und... Ja. Da wurden wir ausgelockt. Wir sollten die Nacht über reden. Da, da, da. Reden und... Das ist die Frage. Das ist die Frage. So, ich geh schon mal in Vollbild, weil ich seh nichts mehr. Ihr seht das, was ich sehe. Ähm, völlig logisch. Äh, was war das denn bitte für ein aufregender, aufregender Tag schon wieder zum Ende hin. Am Anfang dachte ich so, okay, heute wird ein bisschen langweiliger als sonst. Sonst war ja richtig krass viel los. Und heute ging's voll. Aber... Das war ja meine Nummer. Es war absolut großartig. Es war schon funny jetzt zum Ende hin. Muss ich auch schon sagen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020